hallo alle zusammen hallo hallo schön euch dazu haben schön dass wir jetzt endlich loslegen können wir sind ein bisschen spät dran ich weiß ist aber natürlich nicht unsere schuld liegt alles an der technik wir machen schließlich auch zum ersten mal seid nachsichtig mit uns ich würde sagen wir stellen uns erst mal kurz vor oder ja also hier haben wir lukas was meinst du in lon eigentlich ich bin im moment gerade silber richtung gold das ist nicht viel aber ich weiß ich habe einiges theoretisch ich bin immer noch in der helo hölle ja ich komme auch nicht raus und ich bin auch ja ich meine ich bin der referatsleiter ich habe leider keinen anderen gefunden wenn ihr meint es besser zu können dann dürft ihr das gerne nächstes mal machen aber was ich nicht kann das kann dafür der sebastian der stalker sp seines zeichens ehemaliger lcs spieler nicht lcs aber in argentina haben wir keine lcs noch aber ich habe in einer kompetitiven mannschaft gespielt wir waren eigentlich ganz gut meine top liga war challenger 1 in argentinien in server last parteinamerika sud und ja ich spiele dies seit einer saison nicht mehr aber ich habe bock hier ein bisschen zu kasten ein bisschen spaß zu haben und ich bin auch referatleiter für e-sports referat aber in schwenningen genau wenn die irgendwelche schwenninger da ist mitmachen möchte einfach melden wir haben noch nicht viele leute da ja wir haben auch zwar viele aber niemand der wirklich wirklich wahnsinnig aktiv aktiv ist ich weiß von unserem csgo team dass es gut funktioniert ja das ist das schon wenn ich meine ich rede vom pfurtwagner team das schwenniger team das sowieso die haben jetzt gerade erst einen großen preis fast gewonnen was gewonnen ich war dabei ja er war ja spieler ja es gibt eine noch underground hochschulliga in deutschland nächstes jahr im sommer wird es richtig los wir waren zweiter platz in csgo wir haben nur gegen eine uni bayreuth verloren richtig scheiße ich höre gerade dass der stream am rumlägen ist das wäre natürlich sehr schade wenn das der fall wäre ich gehe mal kurz rüber und gucke in der aula nach ob es an uns oder an euch liegt ansonsten schreibt doch einfach mal in chat wenn euch bei euch der stream laggt und dialekt dann gucken wir mal ob wir was dagegen tun können genau ansonsten ich bin gleich wieder da okay ich schreibe mal bitte in chat kennt ihr die teams wer denkt der gewinnt ich kann euch zeigen was man gewinnen kann wir sind eigentlich voll nett und haben uns sowas geholt bei euch für erste zweiter und dritte platz dabei werden wir auch diese timo hood in stream als giveaway geben ach ja mein akzent macht dich heiß gut baut ich mach das wieder den platz ja ja also drüben kommt kein ton mehr wer ja 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 ich bin wieder raus weil das sieht jetzt einfach wieder kacke aus ähm nein 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 wir haben noch zweitle stunde alles gut äh wir haben ja pünktlich angefangen und haben es schnell genug gemerkt dass es äh nicht funktioniert gerade ähm alle die streamprobleme haben sollen sich ein besseres internet zulegen sollen sich ein besseres internet zulegen das ist äh komisch weil eigentlich müssten wir vielleicht wenn ich ich drehe jetzt einfach mal die auflösung ein bisschen runter das ist ein bisschen schade ich will eigentlich die auflösung nicht runterdrehen äh äh was ist das für audio und video gemacht äh ja audio und video müsste eigentlich kein problem sein äh das müsste eigentlich gut durchkommen also äh 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 er kommt eh nicht gut durch ähm du 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 ähh hab ich noch eine Sekunde die aufnahme qualität hier ähm wir machen den stream nochmal ganz kurz aus ähh und gucken dann Okay, Ton läuft und stellen noch ein bisschen was in die Einstellung und zu viel beim Twitch-Server ankommt. Dadurch könnte die Qualität ein bisschen leiden, aber vielleicht kommt es dann bei allen so an. Mal gucken. Ich hoffe, dass das jetzt gleich funktioniert. So war es ja schön. Jetzt tut es so. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir mal noch Musik ausmachen, damit ihr uns auch hört. Ich habe gehört, die Musik ist etwas arg laut im Vergleich zu dem, was wir euch hier erzählen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Wieder schreiben in den Chat, ob das funktioniert. Genau, einfach mal kurz den Chat reinschmeißen. Ich versuche da einigermaßen mitzulesen, ob es funktioniert. Ob wir zu laut sind, zu leise, das müsst ihr uns erzählen. So, aber ansonsten gehen wir noch mal ganz kurz die Regeln durch. Ich sehe hier jetzt schon, dass es läuft und so. Ich hoffe, das wird schon schief gehen. Und zwar hoffe ich, dass alle eure Teamleader, die zum einen die E-Mail bekommen haben, die ich gestern Abend um kurz nach zwölf geschickt habe. Weil da stehen dann nämlich die Passwörter für die Spieler drin, die ihr anlegen müsst. Es ist so, unser Zeitplan sieht heute vor, 13 Uhr geht es los. Und dann so immer im anderthalb-Stunden-Takt, damit man auch Zeit zwischendrin hat, dass wir auch Zeit haben, wenn mal ein Spiel wirklich länger dauern sollte. Und dann das Finale, schauen wir dann mal, wie wir das machen. Es ist so, wenn ihr euch den Turnierbaum anschaut, dann seht ihr, wer gegen wen spielt. Dafür ist der Turnierbaum da. Und es ist so, dass der Teamleader von dem oberen Team, also in dem Fall wäre es für Spiel A, wäre es Brot Gefahr. Deren Teamleader muss das freie Spiel eröffnen mit den Vorgaben, die ich euch per E-Mail geschickt habe, mit dem Passwort, das ich euch per E-Mail geschickt habe und mit dem Namen HFU LOL Tournament Game und dann eben A, B, C, D, E, F, G, was auch immer. Das Spiel A, also das Spiel D, werden wir hosten mit dem HFU Wii Sport Account, weil das ist das erste Spiel, was wir casten werden. Spiel D, Cookies with Milk gegen 5 Tote, darunter nur Deutsche. Diese Namen sind klasse. Die sind super. Den Turnierbaum findet ihr, wenn ihr im Chat einfach Ausrufezeichen Tree eingebt. Dann landet ihr auf unserer Webseite, wo eben zum einen die Regeln stehen und zum anderen eben der Turnierbaum auch mit drauf ist. Weil wir schon ein, zweimal gefragt worden sind, es ist so, dadurch, dass wir nur zwölf Teams haben, haben vier Teams halt das Glück gehabt, dass sie das erste Spiel automatisch gewinnen, weil sie keine Gegner haben und deswegen sind die automatisch in Runde zwei. Deswegen sieht dieser Baum so komisch aus. Das ist komplett random, das hat nichts mit irgendwelchen Seeds oder sonst irgendwas zu tun. Auch nicht mit Ranks oder so? Auch nicht mit Ranks, das ist einfach reiner Zufall. Genau, das heißt, wir machen weiter kurz mit den Regeln. Und zwar wird jedes Team, hat fünf Minuten Pausezeit, die sie nutzen dürfen, falls es Probleme gibt. Nicht einfach so. Bitte jetzt noch schnell aufs Klo gehen, bevor ihr spielt, weil dafür gibt es keine Pause. Es gibt Pausen für, wenn ihr Verbindungsprobleme habt, wenn euer Stuhl zusammen kracht oder so und ihr einen neuen holen müsst. Dann hat jedes Team fünf Minuten Pausenzeit, die es nutzen darf. Sollte diese Pausenzeit überschritten werden, dann muss das Spiel weitergemacht werden. Oder ihr sprecht euch mit dem Gegnerteam ab, wenn ihr denkt, hey, wir brauchen noch eine Minute und dann sagen die, okay, machen wir weiter. Denkt dran, es soll einfach nur Spaß machen. Wir wollen hier einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und das ist letztendlich das, worum es geht. Ich werde das Spiel gleich aufmachen, das Spiel D. Spiel A, B, C. Spiel A, B und C sollten bitte jetzt mal die Lobby aufmachen, damit alle da reinjoinen können, damit man sich auch noch ein bisschen vorbereiten kann, damit man die Seiten wählen kann und so weiter. Übrigens, das obere Team darf sich auch die Seite aussuchen. Da haben es halt auch einige mehr Glück gehabt und andere weniger, was das angeht. Genau, möglichst pünktlich anfangen. Da darf er einigermaßen pünktlich da sein. Und ich möchte auch euch bitten, die Spieler, wo wir den Stream casten, wir werden zwar drei Minuten hintendran sein, allein durch die Zuschauerfunktion von League of Legends, aber wir würden euch trotzdem bitten, euch diesen Stream dann nicht anzuschauen von eurem Spiel, einfach um die Fairness zu gewährleisten. Alle anderen dürfen natürlich gerne weiter zugucken, aber die, die es betrifft, dürfen leider nicht zuschauen. Natürlich dürfen nur die Spieler mitspielen, die sich bei uns registriert haben. Da steht auch die, auf der Seite, wo der Turnierbaum draufsteht, steht auch die Liste mit den Namen, steht ganz unten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, ja der Greenscreen, der soll nur grün sein, wir fixen das nachher mal in der kurzen Stream-Pause, weil wir haben hier so ein komisches Licht, dadurch sieht alles grün aus. Und wenn wir das rausblenden, dann ist alles andere auch draußen. Deswegen, wir werden jetzt gleich die Lobbys eröffnen. Ich würde auch euch bitten, alle, die bereit sind, mir einfach schnell eine Nachricht zu schreiben oder uns. Wir haben ja extra diesen Account, HFU eSport, mit dem ihr eigentlich alle befreundet seid. Ansonsten schickt uns einfach da nochmal eine Freundschaftsanfrage. und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir erstellen mal schnell das Spiel Nummer D und ich hoffe, dass alle anderen sich da rein, also dass die entsprechenden Teams reinkommen. C und D sind sichtbar, Spiele wurden nicht gefunden. Was ist denn das für ein Dreck? Ich weiß gar nicht, ich verstehe dieses Problem nicht. Blödes Spiel. Sollte einfacher sein. Ja, ich weiß auch nicht. Passwort hat keine komische Zeichnung, Namink hat auch keine komische Zeichnung. Ja, eben, aber es heißt immer, das Spiel wurde nicht gefunden. Das heißt, es ist kein Problem von unserer Seite, das tut uns sehr leid, dass es jetzt gerade so läuft, aber ich glaube, das ist nicht das... Bitte folgen Sie dem Hashtag, was ich jetzt gerade schreibe. Nicht unser Problem. Ja, genau. Bestes Hashtag. Amateur, ja. Ja, das ist unglaublich. Ja, 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 ja. Ah ja, okay. Team Aschente wurde eingeladen. Ähm. Warum verliert denn der da und seine Einladerechte? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Oh, Mann, Riot. Da will man einmal was für euch machen. Das ist die beste Werbung, die ihr kriegen könnt. Gratis Turniere und dann passiert sowas. Ich dachte gerade, das ist in Ordnung. Das nächste Mal bekommen wir hoffentlich Turniercodes. Das wäre viel einfacher. Das wollten Sie dieses Mal nicht geben. Aber dann habe ich mit Riot in Lateinamerika geredet. Und wir kommen beim nächsten Mal, das zweite Turnier, kommen bessere Preise und alles. viel alles besser. Ein Applaus from the Master. Einmal Hashtag Applaus in den Chat, bitte. Hehehe. Freakomart, ich disqualifiere, zieh dich gleich, gell? Ich zieh dich. Ich weiß, was du tust. Ne, ähm. Ich würde sagen, yo. Äh, wenn die Räume voll sind, dann könnt ihr loslegen. Ähm. Was euch angeht, Microsoft Office, äh, oder beziehungsweise Battle Beginner Queue, ähm. Ich würde euch jetzt einfach bitten, nochmal fünf Minuten zu warten. Und wenn sie dann noch nicht angenommen haben, dann einfach das Spiel, äh, mir nochmal einen Link schicken. Und dann, äh, müssen wir wohl oder übel das Team Aschente leider disqualifizieren. Aber wir sind jetzt, äh, tatsächlich schon in der Pick-und-Band-Phase, äh, angelangt. Der erste war ganz sehr funny. Genau. Beim Spiel Cookies gegen fünf Tote. Ich mach inzwischen mal die Musik wieder aus. Weil schließlich haben wir jetzt unsere Riot-Musik. Kragas und die Violeta-Steam. Kragas, meinst du, dass es, äh, macht das Sinn? Es ist Kragas gerade so ein starker Pick. Ich hab's richtig oft gesehen jetzt in der CS. Ja. Ähm. Aber man muss mal sehen, also, ja, wenn an der anderen Seite ein blaues Team, äh, die sind meistens Gold und Silber. Ja. Und in die Violeta-Steam ist schon ein bisschen unfair. Die sind alle Diamant-Platin. Deswegen, ich kann mir vorstellen, also, die Band, das die rechte Team macht, oder das rechte Team macht, äh, sind wahrscheinlich, keine Ahnung, also, in der Heuer-Liga man bannt andere Spieler, äh, andere Champs, die ein bisschen schwerer zu spielen sind. Zum Beispiel Rice. Rice ist richtig OP jetzt zur Zeit, aber man muss es auch spielen können. Ja, richtig. Kann nicht jeder. Ich zum Beispiel nicht. Ich hab's gestern ein paar Mal versucht, das hat einfach nicht geklappt. Ähm. Der Leble Blanc wurde jetzt immer gewandt. Auch in LCS. Ganz oft. Ich bin überrascht über den Katharina-Bann, ehrlich gesagt, weil Katharina kann man eigentlich so leicht aus dem Spiel rausnehmen, durch jegliche Art von leichtem oder harten CC. Ähm. Ähm, aber ich mein, wenn, 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 wenn das, das, äh, das Team Cookies ist, ist es, glaube ich, äh, müssen wir mal gucken, welches Team hier gegen welchen spielt, Damit wir auch wissen, von welchem Team wir jetzt gerade reden. Ähm, ja genau, das Team Cookies mit Milk, äh, hat, äh, Katharina gebannt und jetzt sehen wir als First-Pick Echo. Echo ist, äh, wohl, er wurde genervt jetzt. Äh, also wirklich genervt wurde er in es. Er haut immer noch richtig... Ja, aber ich mein, du weißt, Riot macht ein neues Champ und dann ist es immer OP, alle möchten es kaufen, alle mit RP kaufen, die verdienen richtig Kohle eine Woche und dann wird sie immer genervt. Ja, richtig. Das passiert immer. Wobei, wie gesagt, also wirklich genervt fand ich ja nicht. Sie haben seinen, äh, seinen Klon ein bisschen mehr sichtbar gemacht und seine, äh, Fläche, seine, sein W haben sie auch etwas mehr sichtbar gemacht für den, äh, für die Gegner. Äh, aber das macht für mich jetzt nicht den großen Nerf. Ich mein, der Schaden auf seiner Ultimate ist immer noch extrem hoch. Mit 500 Basisschaden, glaub ich, mit 130% Skalierung. Gut, man trifft die Ulti nicht immer, aber wenn man sie trifft, dann ist das ein Instakill auf jedem Squishy. Ja, ja. Ähm, zumindest im späteren Spielverlauf dann. Und auch, äh, sein, sein Schild. Den Schild, den er bekommt durch sein W, das ist einmal sein kompletter Lebensbalken nochmal, den er kriegt. Also das ist teilweise echt krass. Und ich meine, es ist schon relativ neu, deswegen, also Taktik, ein Team zu bauen. Also man muss richtig, äh, also für Solo-Queue würde ich eigentlich nehmen. Ja, richtig. Ja, richtig. Okay, es war klar, Jinx wurde nicht gewandt. Es ist best zur Zeit, meiner Meinung nach, bester ADC. Ja, richtig. Also das Passiv ist einfach so gut, weil, wenn, wenn, wenn die eine, ähm, weglaufen möchte, hast du keine Chance. Die macht dein Team kaputt, oder tötet jemanden und dann ein bisschen trotzig. Ja, richtig. Ähm, auch ihre, äh, obwohl Jinx jetzt tatsächlich ja versucht wurde, zu, genervt zu werden, es hat nicht wirklich geklappt. Ihre, ihre Ulti hat jetzt ein bisschen weniger, äh, Exekutionspotenzial auf kurze Distanz und ihr Coup selber ist ja auch, ähm, ein bisschen genervt worden. Was aber nichts daran erinnert, tatsächlich, dass sie immer noch eine von den stärksten ADCs ist, die wir tatsächlich haben. Ähm, naja, hier haben wir Sieville, das ist auch die, ich würde sagen, die zweite stärkste ADC zurzeit. Äh, ich, ich finde, also ich persönlich finde Sieville nicht wahnsinnig stark. Sie ist ein sehr guter Counterpick gegen, äh, gewisse Champions, ähm, aber, äh, nicht unbedingt gegen Jinx, würde ich behaupten. Nicht unbedingt gegen Jinx, ja. Aber Jinx ist schon schwer zu, Jinx ist, äh, erst mal schwierig zu spielen, aber ich finde, persönlich, Jinx hat keinen so extremen Abfall irgendwann. weil sie ist relativ stark im Early, kannst du relativ gut harassen mit ihrer Q, ähm, mit, mit, mit ihrer W. Ähm, und, äh, dadurch hast du, hast du auch gegen lang, weite Range Champs, jetzt kannst du eigentlich ganz gut was dagegen halten. Klar, Silvia kann mit ihrem, mit ihrem Spell Shield, kann sie natürlich ihr W abblocken, womit sie die, die größten Reichweiten, Counter, also die größte Reichweite, die Jinx eigentlich ihr entgegensetzen hat, ähm, erst mal, äh, zu nicht gemacht. Aber, ja, wir werden sehen. Wir sehen jetzt als nächstes Morgana und Pantheon. Pantheon. Okay, Morgana ist ein guter Pick für Jinx. Ja, Morgana ist ein sehr guter Pick für Jinx, äh, was das ganze Taktische angeht. Finde ich tatsächlich auch. Ähm, Ansonsten, okay, drüber möchte ich spielen, drüber möchte ich reden. Ja. wenn sie das wählen, weil, okay, ne, was? Das wird lustig. Okay. Das wird lustig. Ein Shaco, äh, das wird lustig. Klingt, sieht erstmal interessant aus, ähm, das Team Aschente möge sich doch bitte mal per Ingame-Chat bei mir melden. Äh, ja, man kann Jinx-W auch dodgen, ich hab's gesehen, ja, es ist, es ist schon richtig, Chat, man kann das W auch dodgen, aber falls man's nicht gedodget kriegt, kann man's immer noch mit dem Spearsheet blocken. Ähm, ja, äh, ich muss jetzt auch sagen, ich bin, ich bin überrascht von dem, von dem, von dem Pick. Also es, ja, ich seh's nicht oft. Ich, ich seh's, ähm, in, in meiner, Ilo, seh ich's, äh, hin und wieder, aber, ähm, man kann eigentlich relativ gut was dagegen tun. Mhm. Also, jetzt ein paar Pink-Wards kaufen und die Sache ist erledigt. So, mehr oder weniger. Ähm, wie ist es eigentlich in Europa, weil, so, weißt du, man, man denkt so, du kannst League of Legends spielen, kannst du mal fünf gegen fünf, ja, erste drei Minuten ist schon jemand tot, oder kann man richtig, richtig spielen, und dann muss man richtig worden können, wissen, was ein Wort ist und so. Wissen, was ein Wort ist, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, ja. Zum Beispiel in Lateinamerika, du bist in Gold und die wissen noch nicht, wie man richtig wollt. und das ist schon ein Vorteil, wenn du, wenn du Sichtweite hast in die Map. Ja, richtig. Und du weißt, wo Leute sind. das ist, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, okay, alle Goldleute wissen, wie man wurde, dass man worden sollte, dass nicht nur der Supporter fürs Worten zuständig ist, seit Season 3. Ja, genau. Titan hat geschrieben. Ich kriege das ganz oft mit, ja, der ist auch in Beginner Battle Queue. Ja, ich habe die Befürchtung, dass wir das Team Aschente leider disqualifizieren müssen, weil sie einfach nicht auftauchen. Sie tauchen nicht auf, sie melden sich nicht, obwohl öfter nachgefragt worden ist, obwohl sie alle eingeladen worden sind zum Spiel. Damit tut es mir leid, aber wir haben einen zwölften Platz jetzt, Team Aschente. Wir haben jetzt einen zwölften Platz und zwar ist das Team Aschente. Ich trage es gleich ein. Wir haben ja Zeit, also ich meine, wir hocken jetzt eh noch in unserer Verzögerung drin, die wir abwarten müssen, um auch ein paar Spoiler zu vermeiden und selbst wenn dann einer ghosten würde, dass der dann doch nicht ganz so viel verraten kann. Böse, böse. Ich trage solange mal schnell Team Aschente als disqualifiziert ein. Axelinde Haus, es ist total zufällig. Wir haben gesagt, D, also das Letzte, das Erste, das Letzte, Finale. Genau, wir wollten halt möglichst einigermaßen viele Spiele erreichen, also möglichst viele verschiedene Teams erreichen, damit das ein bisschen fair ist, dass wir nicht immer nur das Oberste machen, dann vielleicht immer dasselbe Team casten, sondern dass wir einfach mal ein bisschen durch die Bank weg, eben jetzt das Letzte, das nächste Spiel wird Spiel E sein, was wir casten werden, dann wird es Spiel J sein und dann eben das Finale. Das ist so das, wie wir die, wie wir die, so wir haben leider heute nicht so viel Zeit, also wenn wir das in mehreren Tagen machen könnten, dann konnten wir alle Spiele casten, werden wir in der Zukunft wahrscheinlich machen. Das ist nur das erste Turnier hier in HFU. Genau. In Haifu, sorry. Ja, und für die Leute, die CSGO erwarten, ich weiß nicht, wie viele Spieler gibt es hier in HFU von CSGO. CSGO-Spieler sind es, also jetzt in unserem, was ich mitgekriegt habe im E-Sports-Ding, ist es, ähm, ah, wie viele sind es denn? Ich weiß es gar nicht genau. Sieben, acht? Sieben, acht. Sechs, sieben oder so. Wir brauchen halt mehr Spieler, weil sonst machen wir hier kein Turnier. Minimal vier, acht Teams, brauchen wir. Aber wie gesagt, schreiben wir einfach danach in Twitch und so, oder auch in die HFU-E-Sports-Gruppe, dann können wir was machen, weil ich bin nächstes Semester weg und jemanden muss weitermachen bei CSGO. Richtig. Und das werde ich nicht ich sein. Wir werden jetzt Zweiter in der, die Hochschulliga, äh, die Hochschulturnier. Also, ja, wir müssen beide besiegen nächstes Mal. Ja, richtig. Und die sind gut. Aber wir auch, wir sind Zweiter geworden. Ja, aber... Ihr seid Zweiter geworden, ich habe damit nichts zu tun, aber wir, das Hochschulreferat, das E-Sports-Referat, wir sind Zweiter geworden. Oh, gut. Wir sind jetzt inzwischen im, äh, Dings angelangt. Es ist voll lustig, dass alles auf Deutsch ist. Ja, es ist, ich weiß, ich habe, ich habe das Spiel auch... Äh, es ist in Ordnung. Ich möchte auch, äh, ein bisschen mehr lernen. Ähm, das Team, äh, Barbecue ist jetzt inzwischen als Gewinner eingetragen. ihr seid dann um 14.30 Uhr wieder dran, äh, gegen das Team 3G Hospital oder Hospital. Ähm, ansonsten bis dahin, äh, würden wir euch natürlich vorschlagen, den Stream anzuschauen. Warum gucke ich eigentlich in die Kamera? Ich habe gerade eh nicht die Facecam an. Aber, wir, legen los. Und, ich glaube, das hier brauchen wir. Jetzt ist erstmal eins anzeigen, was wir brauchen. Wir brauchen das hier brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. So. Oder? Also. Das Spiel geht los. Wir warten drauf, dass die Teams spawnen. Was wir jetzt auch getan haben. Irgendwelche un... ab normalen, äh, start siehst du irgendwelche Bilder, die du so nicht erwartet hättest? Nö, also ADC hat, ähm, Doran's Klingel. Doran's Klingel. Ja, Doran's Klingel. Sorry. Ja, okay. Das ist jetzt alles normal. Ist ja, ist... Also, bei Support ist immer die Frage, nehme ich die Munze oder nehme ich das andere? Ähm... Wobei als ein Support, der eher aggressiv auch gegen, auch, äh, äh, Fähigkeiten gegen die Gegner schleudert, ähm, macht es schon mehr Sinn, tatsächlich den Decker zu kaufen, was in dem Fall jetzt Morgana auch getan hat. Also Team Wäden nicht, hoffe ich. Also im Moment sieht's nicht so aus, also Team Blau, also wird auf jeden Fall nicht in Wäden, äh, so wie's aussieht, weil, äh, sie sich sehr weit über die Karte verteilt haben. Team Rot, denke ich, wird auch nicht in Wäden, die werden einfach nur ihren Blue sichern wollen. Und damit ein, ein sehr entspannter Start, in dieses, erste Spiel, des League of Legends, Turniers, der Hochschule. Ich möchte jetzt beten, äh, schreibt in die Kommentare, wann ihr glaubt, erste Kill kommt. Genau. Und wer gewinnt, der bekommt so, von uns, wie heißt das auf Deutsch? Äh, diesen, ähm, diesen Gift, so zufälliger Gift. Achso, ein, ein, äh, ein, ja, ein, ein, eine Mystery Box. Mystery Box, ja. Wer, wer am nächsten dran liegt, äh, also schreibt in die Kommentare, erste Kill bekommt eine Mystery Box von uns. Ja, Ganz entspannt geht's hier los. Nichts, was jetzt wahnsinnig, äh, unerwartet wäre. Äh, ein bisschen, ein bisschen was, man, man poket sich ein bisschen, man tradet ein bisschen, und, aber sonst ist erstmal nicht groß was los. Das sieht schlecht aus, so, Pantheon hat zu viel, mit den Fallen, mit den Fallen. Ja, wobei, ähm, ja, die Sache mit Pantheon ist halt, ähm, in der Fallen, ja, richtig, und Pantheon hat die Flask, äh, und, 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 das, hat jemand geschrieben, leider nichts. First Blood für Annie, erste Kill etwas mehr als sechs Minuten. In der zweiten Minute. Zweite Minute. In der zweiten Minute schon den ersten Kill. First Blood für Annie, auf der Midland, gegen, Eko. Gegen Eko. Das, ist, krass. Schade, Yesi, du bist zwar der Einzige, der es, äh, versucht hat, wir machen das jetzt noch mal, sehr, sehr, sehr weit daneben. Wir machen das noch mal, wir versuchen jetzt, äh, welcher Team hat mehr, äh, welcher ADC hat mehr Kill, zwei Minuten, zwanzig. Ne, lass jetzt halt. Was jetzt, last hits oder mehr kills? Lass jetzt. Welcher ADC hat mehr last hits? Ist es, äh, Jinx? Oder ist es Sieber? Oder ist es Sieber? Auf der Toplane, den Pantheon geht's auch sehr schlecht, der flasht sich weg, aber er wird trotzdem noch von der, Flash voll, passiv, ja, der Flash war jetzt etwas arg spät, der, der Schuss war leider schon draußen und dadurch wurde er, ähm, und dadurch wurde er leider tatsächlich schon direkt ausgenockt. Ähm, was ist los? Wir sollen die Champions verschieben. Können wir das? Können wir nicht? Doch, können wir das, dann können wir das denn. Das ist mir neu, das ist, äh, Ich dachte, du hättest es gemacht. Sorry, ich hab nicht wirklich unten geschaut. Ja, ich, ich war noch, ich, ich hab noch nie versucht, diese Dings rumzuschieben. Mach Echo in die Mitte. Echo in die Mitte. Genau. Den nach Toplane. Genau. So. So geht's. Das, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass das geht. Siehste, wieder was gelernt. So, hab ich heute auch was gelernt. Das ist doch auch schön. Eigentlich sollte sich beim Spieler, oder bei Teamauswahl sich verteilen. Und dann geht's automatisch. Ja, das ist, das ist klar, aber das ist, das machen wir ja nicht, dass die sollen ja picken, wie sie halt reinkommen. Und ich finde es lustig, dass alle, Worts haben. Alle fangen mit dem Warding Trinket an. Und da kommt der erste Gang von Shaco auf Pantheon. Der Red Buff macht ihm schwer zu schaffen, aber er kommt gut weg. Und, äh, auch Dings hat, ganz ordentlich schaden, bei einem genug. Doch, doch, doch. Sie schaffen das, Sie schaffen das. Annie kommt weg, Annie. Ja, Annie kommt weg. Sie geben auf und lassen sie wegziehen. Kann man die Worts sehen? Ja, du kannst alle Worts sehen, die da sind. Ja, ach, 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 hast du es hier angestellt, dass man die Worts sehen kann? Ja, du siehst sie doch. Da sind sie doch. Da ist zum Beispiel ein Ward. Oh, so klein. Und da sind zwei Worts. Ah, okay. Ja, genau. Also man kann die Worts sehen, wie wir sehen, hat nur Quinn auf der Toplane geworden, was eigentlich auch obwohl wie wird nicht so oft ganken. weil wird zum einen vielleicht nicht ganz so oft ganken, obwohl jetzt ist sie gerade auf dem Weg zur Toplane. Hier unten ist gepusht, Obil ist gepusht. Ja, richtig, aber weil eben, weil es, äh, wird wahrscheinlich schon ganken, eben, weil die Quinn so weit vorne steht. Das wäre die Möglichkeit für sie zu ganken, weil die Quinn eben extrem over-quinkt, wenn sie schon unterm Tower steht, dann, also, oder nicht. Ähm, wie ist gerade Stufe? Nichts. Die, die hat schon mal, ähm, versucht zu, zu ganken. Viel nix, glaube ich. Ja. Noch nix. Es ist, es ist schwierig. Klar, mit Wai ist es am einfachsten, sobald man Stufe 6 wird, dann zu ganken. Ähm, daher kann ein Shaco natürlich schon viel früher tatsächlich was machen. Und, äh, ansonsten sehen wir jetzt, das übliche gegen Gehake, die blaue Botlane, sieht etwas niedrig, auch, aus, auch, äh, Echo hat gerade ordentlich auf was auf die Nase bekommen, so wie es aussieht. Und jetzt, habe ich Glück, dass Annie ihn da ziehen lässt. Wobei, kommt, kommt Shaco nochmal? Nein, Shaco kommt nicht mehr. Quinn macht oben den Pantheon ordentlich Schaden, frisst aber noch einen Tower Shot, während Annie ist in aller Ruhe wieder in die Lane versichert und die Tower pushen kann. Währenddessen sind, äh, Jinx und Morgana komplett in ihren, es ist schade, dass, äh, das gibt, dass er, bei von Dart, äh, pushen möchte. Ja, sie ist nicht gewollt. Die konnte vom, vom Plus kommen. Ja, aber sie weiß ja nicht, ob sie, äh, vom Plus kommt oder, oder ob der geworden ist. Aber jetzt kommt auch noch Shaco runter. Also wenn sie gewollt hätten, hätten sie gewusst. Äh, Shaco wüsste es jetzt, weil Shaco dann wach hat. Oh, warte, 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 warte. Sie wissen, dass Shaco da ist? Ja, sie wissen, dass Shaco da ist, aber sie, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob er weiß, dass, äh, bei da ist. Jetzt geht es da. Nicht drauf. Morgana trifft ihr Binding, aber leider ist es nicht auf demjenigen, der jetzt gerade wirklich in der Nähe ist, um Schaden zu machen. Jinx muss sich heilen, ist ignited und wird auch jetzt dabei dann raufgehen. Weil ich versuch, von oben nochmal was zu retten, wird dann getiert von Shacos Box und frisst jetzt auch nochmal ganz ordentlich Schaden und flasht sich, nachdem die Blade sie getroffen hat, allerdings erst wieder weg. Äh, was jetzt auch wieder ein relativ später Flash war, aber es kann gut sein, dass das ihm doch nochmal was gerettet hat. Inzwischen ist Shaco tatsächlich nochmal dazu, äh, Echo dazu gekommen. Versucht jetzt die Siegel zu kriegen, kriegt sie auch. Schaffen sie noch was? Ja, sie schnappen auch noch zu Janna. Annie kommt runter. Äh, Echo muss es auch arg aufpassen, dass er nicht drauf... Wow, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Dreifach-Tötung, sehr schön. Sehr schön. Morgana stirbt noch gegen Annie, aber eine Dreifach-Tötung für Echo ist auf jeden Fall sehr wichtig. Grad für das spätere Spiel, auch weil er in der Midlane so relativ viele Probleme hatte gegen Annie. Er ist ja, ähm, doch dann schon zweimal gestorben gegen Annie. Was er jetzt aber mit diesen drei Kills und dem einen gerade vorhin schon, äh, doch wieder ausgeglichen hat. Und jetzt werden wir natürlich sehen, ob er dieses, äh, Snowball-Potenzial jetzt auch nutzen kann. Okay, Janna hat jetzt seine Item gewechselt, das ist gut. Genau, äh... Vor als Bedingung nix. Genau, Janna hat jetzt die Sweeping-Lens, um, äh, gegnerische Bots aus, äh, zu gradieren, was in dem Moment aber auch erstmal relativ witzlos ist, weil keiner boardet im Moment gerade. Äh, genau. Genau das meine ich, weil, ähm, ja, du bist hier im Fuß, nur eine Seite sie wurde vom Glocken-Blau. Ja, richtig. Ich glaube, ähm... Während Red schon, äh, während Rot schon drei, äh, Pinkboards auf der, auf der Harte hat und damit sich schon fast den gesamten Fluss, äh, zur Übersicht gemacht hat, äh, sieht einfach, Blau sieht eigentlich nichts. Die sehen ihren Tri-Bush und oben, äh, den Busch, äh, auf der Top-Lane, aber das war's dann. Die sind sehr anfällig, gerade, äh, für einen, äh, für den Shaco. Der ja auch dann unsichtbar reinkommen kann, also, es ist wirklich ein bisschen schade, dass wir jetzt hier keine Pinkboards sehen. Hier sagt er, Midi mach ich, mach ich auch Eco-OP, das stimmt. Eco ist tatsächlich auf dem? Richtig. Ah, also, oh, ähm, Turm oben, Top ist down. Genau, die Queen inzwischen, das war schon klar, weil, äh, Phantom konnte fast nichts was machen, gegen Queen, gegen Queen. Was würdest du jetzt machen, als Queen? Weiter Top-Lane pushen oder versuchen, Eco ein bisschen zu, Eco ein bisschen einzugangen. Ich finde, das macht Andy ganz gut. Deswegen würde ich tatsächlich glaube ich eher auf der Top-Lane bleiben, weil die alle anderen Lanes laufen eigentlich sowieso fast schon selber, der, äh, äh, Shaco macht so sein Übriges und dadurch würde ich als Queen einfach den Pantheon ein bisschen klein halten. Wenn dann nicht gerade eine Weid vorbeikommt, die machen eigentlich nicht arktisch an und er ist einfach, er ist einfach immer genau da, wo man ihn gerade braucht. Shaco ist einfach immer gerade da, das ist echt krass. Das ist genau, was ein Jungler macht. Das ist genau das, was ein Jungler macht und das macht der Shaco auch richtig gut. Hat er sich gerade dagegen die Wand geflasht? Nein, ich glaube, Shaco hat sich nicht geflasht, ne? Ja. Nein, Shaco hat sich, Shaco hat gar kein Flash, kann sich gar nicht flashen. Er hat sich gegen die Wand gekut, er wollte eigentlich oben drüber hüpfen, aber er hat es offensichtlich nicht geschafft. Ähm, im Moment sieht es gerade eigentlich echt gut aus, äh, für Team Rot. Team Rot. Ja. Ich sehe gerade, wir haben ein Spammer bei uns in Team. Genau. Einfach einmal bennen, direkt rausschmeißen, wer irgendwelche Sachen bannt. Ja. Fertig. Perfekt. So machen wir das. So machen wir das. Flash weh von Annie, dass ihr natürlich locker jetzt den Kill bringt gegen die neuergaischen Serien. Ich habe die Super 5 kaum gespielt, weil jetzt in Europa mein Konto ist nicht mal Stufe 30, ich habe keine Zeit zum Zocken leider. Was denkst du über den neuen Drake? Ist das gut, ist das schlecht? Ich denke auf jeden Fall, dass der neue Drake ist auf jeden Fall jetzt ein viel wichtigeres Ziel geworden. Nicht nur auf dem EU-West-Server, sondern allgemein ist es ein viel wichtiges Ziel geworden. Man sieht es ja auch immer wieder, dass die größten Team-Files meistens tatsächlich um die Drake, um die Drachen-Kontrolle ausbrechen. Ich möchte kurz reden über, du kannst es bis fünfmal, du bekommst fünf Bugs. Und ich glaube, das erste Buff ist das wichtigste von allen. Es ist richtig, okay? Richtig. Es sollte nicht das erste Buff sein. Meine Meinung, oder? Ja, das ist ganz richtig, aber das ist dann vielleicht auch dieser Ansporn eben. Also ich finde auch, dass diese 6% Angriff- und Fähigkeitsstärke auch definitiv einer der stärksten Buffs sind. Ich finde zwar gegen das Late-Game hin wird der verstärkte Tower-Schaden und Push-Schaden auch sehr wichtig. Vor allem dann mit dem fünften Drachen-Buff, aber da reden wir dann sowieso nicht ganz drüber. Ich glaube nicht, dass wir heute einen sehen. Ich weiß auch nicht genau, ob wir fünf Drachen-Buff sehen werden. Pantheon stirbt wieder gegen Quinn und es war wieder Shaco zur Stelle, um um den Win hat ihn nicht gebraucht, aber er ist immer da. Richtig. Er ist da, wenn das abgeht. Alles, was ich über diesen Jaguar-Jungle gesagt habe vorher, ich nehme es. Zurück. Zurück. Ist doch gut. Hier, Morgana versucht, was sogar mit der Ulti jetzt hier die Gegner loszuwerden. Oh, das ist sehr schlecht. Wobei Echo und Echo und Vi da waren, aber das Team Broth leider, leider, was sage ich, leider, haben die sehr schnell gemerkt, dass da was faul ist, haben die sofort in Tower zurückgezogen und haben dadurch die tatsächlich zurückhalten können und davon abhalten können, Kills zu machen. Jetzt ist der Heal rausgegangen zu dieses Ding. Echo muss wieder seine Ultimate Passiv einsetzen, droppt jetzt noch die Barrier, um sein Leben zu schützen. Er hat es tatsächlich auch überlebt. Währenddessen fällt der Top Tower und wenn er jetzt nicht zurückgeht, dann wird Annie oder Schaiko ihn ganz locker auseinandernehmen. Man erwartet eigentlich kein Jacko, das ist das Problem. Ja, man erwartet keinen Schaiko und das eben, wenn er plötzlich neben dir steht, das Gefühl kennen wir alle. Du hast wenig Leben, denkst dir, ja, ich bin weggekommen und dann steht plötzlich ein Schaiko neben dir. Und das ist einfach, das Problem, das wir haben. Ja, GZ, ich glaube auch, dass es im Moment so aussieht, als ob das rote Team einen kleinen Vorteil hat. und Kim Kardashian, wenn es dir nicht passt, dann kommt vorbei und macht es. Jetzt müsste ich entschuldigen, das alles erfolgt zu machen ist für mich ein bisschen kompliziert und ich habe nur kein Lüge getastet bei Ihnen. Das ist mein erstes Mal. Das geht mir genauso. Ich habe zwar immer in letzter Zeit versucht, ein bisschen was zu machen, aber werden sie Schaiko killen können, bevor jetzt die Morgana draufgeht. Der Pantheon kommt sogar mit seiner Ulti noch vorbei. Jenna droppt ihren Wind, um sich und Zivir da zu beschützen und den Pantheon loszuziehen. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, aber Morgana, Sheku holt sich die Morgana ganz sneaky, wieder unsichtbar. Warum hat sich Pantheon da, was? Warum macht er das? Er hat sich vom Vace zum ersten Turm da oben zum Inhibitor Tower, der Toplane teleportiert. Warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Warum zum Tower? Das kann ich verstehen. Okay, Echo ist schon wieder draufgegangen. Die Quinn ist jetzt aber auch wirklich tatsächlich schon sehr gut dabei mit 4-0. Der Sheku steht auf 6-1. Da kann die Quinn sogar eine Vai in Power diven. Muss rausflaschen, aber durch die Hilfe ihrer Teamkollegen wird Vai dann trotzdem getötet, ohne dass sie vorher die Quinn erwischt hat. Und da steht es jetzt 5-4-0. die Sheku 7-1. Ein Enemy 4-1. ADC hat noch niemanden getötet. Richtig, und zwar auf beiden Seiten. Beide ADCs haben bis jetzt nur einen Toten und noch niemanden keinen Kill. Wobei man auch wirklich sagen muss, dass die Sivir schon extrem ein Vorteil ist, was ihren Farm angeht. Sie hat fast den doppelten Farm von Jinx. Was ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet hätte. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Morgana Jinx in dieser Botlane einen Vorteil haben. Obwohl die Janna mit ihrem Schild tatsächlich ein bisschen Schaden verleiht. Aber wer weiß, man sieht auch jetzt wieder sehr schön wie wie Rot tatsächlich die Vision Control hat. Zwei ja gut. Oh mein Gott, zwei Skills tot. Ja. Die hatten kein nichts gehofft. Die hatten kein nichts. Leider Ja, es ist eine Annie. Es ist eine Annie. Du kannst einfach halt Jinx nicht alleine da rumlaufen. Richtig, man sollte sein ADC niemals alleine rumlaufen lassen. Das ist auch richtig. Der Dragon ist jetzt gerade wieder respawned. Wir werden sehen, ob wir da jetzt gleich in Kampf gehen oder ob Team Rot sich sowieso entscheidet, Team Blau erstmal auszuradieren und danach in aller Ruhe den Dragon zu machen. Wird Echo hier etwas reißen können? Es sieht nicht so aus. Pantheon kommt jetzt auch viel zu spät dazu. Der Tower finisht noch den Shaco offen. Wir fallen die ganze Zeit die Namen nicht ein. Es ist kompliziert wenn so viel los ist. Man muss extrem dahinter her sein. Ich kriege es irgendwie wie gesagt Leute entschuldigt das ist für uns beide das erste Mal für ihn auch noch in Deutsch. und und das coole ist das überhaupt wie man kommentiert ja also das zweite Turnier wird besser dann kenne ich alle Items Namen so ja man muss auch nicht unbedingt die deutschen item Namen machen es geht eher darum dass man wirklich das ganze kommentiert ich bin überrascht dass blau jetzt was was war das denn echo ich weiß nicht wir fassen uns hier gerade beide an den kopf weil wir es einfach nicht verstehen können wie jemand das ich gut er hat ja zwar sein Schild bekommen können durch durch seine Fläche aber trotzdem in die gefielte Annie und die gefielte Quinn rein zu springen ist selbst als Scheko sehr hochgestochen jetzt Annie hat sich gerade geflasht um die Jinx zu stun und Jinx hat einfach dadurch dass sie keinen Escape hat wirklich den Nachteil hier gerade gehabt auch Annie hatte genug Zeit um die wieder aufzuladen währenddessen hat Team Rot ihren zweiten Drake gemacht sind damit wir natürlich noch weiter im Vorteil wir sehen jetzt schon einen 15 fast 18 Gold 18.000 Gold Vorteil das ist ein 16.000 Gold Vorteil 22k gegen 38k ja 16 Gold was egal ist 15 16 Gold es ist einfach viel zu viel wenn jetzt ein Combat kommt wenn jetzt ich schenke einfach jeder 10k RP sorry aber es ist vorbei für Team Blauz ja also wenn Team Blauz noch gewinnt wenn Team Blauz noch umdreht dann kriegen die alle 10.000 RP von dir verlieren alle mit Team Rot verlieren aber wenn du mehr als 10k gut stand hast außer dass du richtig gut bist als Team ist es richtig schwer dass sie was machen können auch mit dem Jacko der 10.2 ist der mega okay ist eine Anni 6.1 und dann AD Carry nicht mal das erste item kaufen konnte ja okay er ist gleich nach 20 minuten nach 20 minuten jetzt endlich muss man fast sagen dass das erste item kaufen wobei sie ist zurück gegangen und hat es nicht gekauft ist die Frage ob ihr einfach das Gold fehlt oder ob sie drückt sich noch ein bisschen in der Basem ich glaube sie warbt einfach noch ein kleines Bisschen auf das ist die klinge der unendlich klinge der unendlich klinge edge infinity edge ja stimmt nach sie haben den namen geendet nein es ist voll neu weißt du ich war eigentlich in season 3 und 4 lux mit das war mein main und da hatte ich andere items gebraucht jetzt ist alles neu wobei eben luchsmitte ist jetzt auch nicht mehr wirklich die meta überhaupt nicht spielt überhaupt kein luchsmitte vielleicht noch als supporter aber was anderes sieht man eigentlich tatsächlich auch team blau inzwischen mit einem inhibitor down und auch sonst stehen sie direkt vor den lexus türmen die inhibitor türmen die quinn pusht oben tatsächlich schon einen tower ein der shake wagt sich jetzt mitten in die Basis wenn ihm das der schenkel hat gewollt die quinn wird jetzt wahrscheinlich auch gewollt annie wird man schaut ob annie noch was reißen kann natürlich kann annie was reißen einmal double kill de annie morgana flasht weg und schafft aber leider dank ignite wird sie trotzdem noch erwischt jetzt stehen sie am nexus türmen und das sieht doch mal gar nicht so gut aus für blau sie stehen jetzt auf 8 25 fast bei der nexus kaputt und ja bei 60 50 viel ne nichts oh god die annie macht einfach zu viel schaden gerade auf den ganzen squishies jetzt wir sehen sogar Vi die ja eigentlich auch durchaus bisschen tankig ist da kommt der teleport von Grin rein die nr 1 feld ein viertel leben und dann wird er komplett alleine gelassen von seinem team weis abtut jetzt die schöne echo ulti eigentlich eine sehr schöne echo ulti hat drei leute erwischt sie stehen einfach zu weit zurück dass sie hier jetzt noch irgendwie schaden macht Anni ist ein absolutes Monster und damit ist dieses Spiel tatsächlich auch vorbei, Ende aus, GG, das lief sehr krass. Ich möchte was fragen, da habe ich gelesen, Anni, Ass. Ja, Ass ist das deutsche Wort für Ace. Das ist richtig lustig, ich hätte da nicht ein Skinshot machen sollen. Warum? Ja, Ass. Achso. Ja, richtig. Nein, Ass ist das deutsche Wort für Ace. Okay. Und damit sind wir zurück, das rote Team hat gewonnen. Das heißt, in unserem Fall bedeutet das, dass das Team 5, nein, stimmt gar nicht, Cookies, Cookies mit Milch. Stimmt nicht. Die haben verloren. Die haben verloren, ja. Cookies mit Milch haben leider verloren. Fünf Tote darunter, nur Deutsche, sind die Sieger dieser ersten Runde. Damit treten sie in der nächsten Runde gegen die Depriziner an. Äh. Jetzt müssen wir nur wissen, wer A und B gewonnen hat. Ja genau, das finden wir jetzt bestimmt gleich raus. Währenddessen schauen wir mal, ob was A und B so machen. Das nächste Spiel wird starten um 14.30 Uhr. Also wir werden wieder eine Viertelstunde vorher anfangen, die ganzen Spiele einzurichten. Ja genau. Wir wissen jetzt warum. Äh. Ihr wisst jetzt auch schon ungefähr gegen wen ihr spielt, wenn ihr schon gewonnen habt. Und äh ja, schickt uns bitte einen Screenshot vom Endgame. Genau. Und dann wissen wir, wer A und B gewonnen hat. Genau. Wir gehen jetzt gleich was essen glaube ich. Richtig, wir werden uns ein bisschen was zu futtern holen. Wir lassen euch mit Musik. Wir sehen, wir sehen, dass das Team um, ähm, das Team ist Brot Gefahr. Also das Spiel A ist noch am Laufen. Ähm. Und äh, sobald die fertig sind, selbes gilt für Spiel B, hätten wir gerne einen Screenshot von euch. Ich werde auch gleich meine E-Mails schauen, falls ihr es mir per E-Mail geschickt habt. Und ähm, bis dahin holen wir uns was zu futtern. Ja. Ich glaube, wir haben beide ordentlich Hunger. Ähm. Und dann sehen wir uns, äh, gleich. In 20 Minuten. In? 25 Minuten. 25 Minuten. 20 bis 25 Minuten. Alles klar. Bis dann. Alles klar. In dem Fall, ähm, würde ich sagen, können wir uns, äh, in unser Spiel stürzen. Spiel E. Die RISD5 gegen AMK. Und, ich würde sagen, äh, los geht's. So. Mach Musik aus, nicht vergessen. Mhm. Ich mach die Musik aus. Nicht, dass ihr euch hier, dass ihr uns nicht mehr versteht. Deswegen. Das wäre schade. Ähm. Was sagst du dazu? Äh, zu Swain, ähm, ich seh Swain eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Nie irgendwie. Ja, das geht schnell. Das ist Serath. Mach schon Sinn, finde ich. Serath macht Sinn. Sejuani macht auch durchaus Sinn. Ah, Swain. Hab ich so lange nicht mehr gesehen. Ja, ich hab Swain neulich mal wieder in unserem Normalspiel gesehen. Und er war aber auch nicht wirklich stark. Äh, von dem her. Ähm. Wai kann ich gut nachvollziehen. Ich ist meiner Meinung nach gerade Anfang Season 5 ein ziemlich guter Jungler gewesen. Ähm. Und ist auch jetzt einer der stärksten immer noch, die wir haben, wenn er gut gespielt wird. Natürlich. Im letzten Spiel ist es leider, hat es nicht wirklich gut funktioniert. Ähm. Aber auf, äh, der anderen Seite ist Wain gebannt worden. Ist eine sehr, sehr starke, äh, Schützin. Vielleicht haben sie damit ja auch, verschfolgen sie damit irgendein Ziel. Ähm. Und Amumu. Was mich jetzt auch wundert, weil eigentlich ja niemand Amumu spielt. In letzter Zeit, oder? Hm. Also bei meiner Liste von God Tier zur Zeit. Ja. Von dieser Woche, 15. Juni. Die, es gibt diese Seite Nerv Please. Ja. Und LOL. Sagt Amumu ist jetzt gerade God Tier. Ach was. Also ich. Also wie gesagt, ich hab Season 5 nicht gespielt. Äh. Aber, naja. So, wir haben zuerst Kragas. Was denkst du, was sagst du dazu? Kragas, äh, ich sage, der wurde gerade vorhin gebannt. Ähm. Ähm. Und das macht auch gar nicht mal so wenig Sinn. Kragas zu benden. Aber, ähm. Also halt zu picken vor allem. Geiler Pick. Hä? Geiler Pick. Ja, Braum ist sehr geil. Wenn man Braum spielen kann, kann Braum sehr sehr stark sein. Und gerade auf der Bot Lane, wenn du jetzt noch einen AD Carry dazu hast, der sehr stark ist, ähm. ähm. Oder der halt auch wirklich diese passive auslösen kann. Dann hat Braum sehr sehr gutes Potential. Ja. Richtig. Aber das war bis seiner Zeit die beste Bot Lane. Ja. Die beste Bot Lane. Ja. Aber, ja. Das wird schwierig gegen Trashlution. Die haben auch sehr viel CC und auch sehr viel Schaden vor allem. Wir sind jetzt gespannt, was hier Raya und mal den 5 hier picken. Ich geh, ich hab wo Echo. Ja. Ja. Wir sehen dann Echo wieder mal. Mal schauen, ob es diesmal besser funktioniert wie im letzten Spiel. Ähm. Wir wissen auch noch gar nicht, wer in der Midlane ist bei den Gegnern. Das heißt, der Echo wurde tatsächlich vor dem gegnerischen Midlaner gepickt. Und ein, ein, ein Mundo Top Lane. Mundo Top Lane. Ist das noch, ist das noch Meta, meinst du? Äh. Mundo. Hier wäre, also in meiner Liste sind Midlane Gods gerade Ani und Ari. Ani haben wir schon gerade gesehen. Ani haben wir gerade gesehen. Ich suche jetzt kurz vor Mundo oder wo alles. Mundo ist Tier 3. Mundo. 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 sehr wenig Zeit für ihre Solo-Cue, dadurch sind die meisten nur in ganz fetten Anführungszeichen nur in Diamond oder Master eben, weil sie hauptsächlich diese Team-zusammenspiele spielen müssen und da haben die nicht die Zeit noch ihren Challenger-Status aufrecht zu erhalten. Aber das ist ganz normal, denke ich. Wir sehen, dass sie trotzdem die Besten der Welt sind, Europas, die besten Europas. In Südkorea kann man nichts machen. Ja, gegen die, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und gegen Brasilien auch nicht, erinnere ich noch. Okay, es geht los. Brasilien ist aber nicht mehr so arg stark. Ich habe gesehen, wie Allianz verloren hat. Das habe ich auch ein bisschen gefeiert. Okay, na gut. So, jetzt geht's los. Team Spawn, wir sehen sofort, dass sie einkaufen. Auch hier nichts wirklich, was man nicht erwartet hätte. Aber wir sehen gleich die Pause, die hier reinkommt. Durch den DC im roten Team, den wir auch gerade eben schon im Ladebildschirm gesehen haben. Haben wir gesehen, dass einer von ihnen gar nicht connected ist. Ja, jetzt ist es wieder da. Jynx ist wieder da. Weiter geht's. Und in dem Fall, mal schauen. Scheinbar, sie sind sich im Chat einig, dass es weitergehen soll. Und damit steht auf diesem Spiel jetzt nichts mehr im Wege. Okay. Jetzt geht's los. Genau, und damit sind alle online. Das ist schön. Und wir sehen wieder den Standard Flask anfangen auf Echo. Wir sehen die Dings. Ich verziehe euch jetzt gleich noch die Champions. Keine Angst. Ich sehe, dass jemand den nicht gekauft hat. Stimmt. Er bleibt aber noch im Base. Jogart hat nicht eingekauft. Doch jetzt, doch jetzt. Ah ja, okay. Da hat man ein bisschen gewartet. Ja, man hat eh nichts zu tun, die jetzt 30 Sekunden. Ja, richtig. Okay. Was heißt nichts zu tun? Man konnte schon was machen, aber wozu? Das blaue Team gönnt sich einen kleinen Spaziergang. Am River, durch den River und am roten Blue War vorbei. Der rote Blue War. Haben aber tatsächlich auch im gemeinsamen Chat schon angekündigt, dass sie nichts tun werden. Ob sie das auch halten werden? Es scheint tatsächlich so, als ob sie sich einfach nur in ihren Dings vor ihren Kruks stellen. Wie heißen die Viecher? Ich bin mir nicht sicher. Welche? Die ehemaligen Golems. Ja. Gute Frage. Mal klicken und schauen. Keine Ahnung. Ja genau, mal klicken und schauen. Ähm. Die Viecher, die einen starken Hände-Buff geben. Verdammt. Ich bin richtig gespannt hier in der Mitte. Ja, ich bin auch gespannt. Dieses Matchup ist echt... Wirklich... Er konnte Counterpicken. Er hätte Counterpicken können. Er hätte Counterpicken können. Er hätte Annie nehmen können. Und das hätte auch gut funktioniert. Bestimmt gut funktioniert. Man hat ja gesehen, Annie hat eine gute Reichweite. Er hat keine Skillshots, mit denen sie irgendwie jetzt treffen muss. Und da ist Echo auch schon Stufe 2. Oh mein Gott. Oh du Schande. Das ist natürlich jetzt ein hartes Brot für die Midlane. Der... Er hat erst angefangen. Das Problem ist halt, Echo hat Reichweite. Ja, Echo hat Reichweite. Chogat hat nur durch sein Q ein bisschen Reichweite. Ähm. Wobei jetzt kommt die passive von Braum raus. Jinx haut noch einen von ihren... Kuhs raus. Aber das ist... Das übliche Scharmützel halt einfach am Anfang. Wenn man sich so gegenseitig austestet, was... Wie reagieren die Gegner? Wie viel Schaden mache ich ihnen eigentlich gerade im Moment? Und so Sachen. Immer mal wieder ein bisschen traden. Und da kommt der Hook. Er trifft die Jinx. Braum springt sofort zum Schutz davor. Aber die Jinx frisst ziemlich viel Schaden. Und wird jetzt auch... Zum einen ihre Heiltränke benutzen müssen. Und zum anderen sehr vorsichtig sein müssen auf der Lane. Aber da sind... Aber ich glaube, wenn Braum das gut machen kann als Supporter... Ich meine, ich finde wirklich... Braum ist ein richtig guter Pick. Ja. Braum ist auch ein guter Pick. Aber man muss ihn ausspielen können. Genau. Ähm. Was gegen Trash auf jeden Fall schwierig ist. Ähm. Er wird... Er wird... Wir werden sehen, wie es im späteren Spielverlauf ist. Da wird ein Braum natürlich mit seinem Flächen-CC und allem. Und seinem Schild, wo er ja wirklich alles einfangen kann. Ähm. Der wird... Der wird... Der wird die Echo... Der Echo-Kuh wird daran einfach abprallen. Der Trash wird zwar seinen Haken treffen, aber... Gut, er trifft dann halt nur den Braum. Äh. Weil... Lucian wird nichts... Der kann die gesamte Ulti von Lucian... Er halten. Ja. Kann der alles in dem Schild aufsammeln. Und wenn er das schafft... Das ist dann das, was ihn dann so wichtig für das Team macht. Im Early-Game wird es ein bisschen schwieriger, ihn in Dels ausspielen zu können. Aber eben, ich glaube, wenn es dann später im Spiel ist, wird Braum tatsächlich der wichtigere Supporter sein. Ähm. Hast du schon... Wie ist Echo im Endgame eigentlich? Echo ist im Endgame extrem stark. Und jetzt sehen wir Echo. Schafft er das? Hat noch Flash, ja? Flasht sich. Das Verlangsamungsfeld ist da. Kragas ist da. Aber sie ziehen sich sowieso schon zurück. Dann ist... Das ist alles gut. Währenddessen auf der Top-Lane... Hat... Mundu kann nix machen. Mundu hat sehr, sehr wenig Leben. Obwohl am Anfang stand Mundu etwas besser da. Mundu hat sehr wenig Leben. Aber inzwischen... Ähm. Während Mahokai seinen Mana gar nicht zu verlieren scheint. Der hat vorhin schon so viel Mana. Echo ist inzwischen zurück in der Base. Hat sich... Ein bisschen an Schaden aufgestockt. Mit zwei Doransringen. Und... Natürlich... Zusätzlich zu der Flaske nochmal ordentlich was an Lebens... Äh... Scheinbar hat er es doch nicht ganz so einfach gegen den... Gegen... Äh... Gegen Chuggert. Ja, am Anfang war das richtig. Also... Stufe 1 war das richtig. Ja, genau. Stufe 1... Die schnelle Stufe 2, wo er dann einen Levelvorteil hatte. Da konnte er ihn ja richtig ordentlich erstmal auseinander nehmen. Aber dann... Sah es schon so aus, als hätte er ein bisschen mehr ein Problem. Inzwischen ist das rote Team auf der Botlane in den Tower zurückgepusht worden. Und... Versuchen auch gar nicht erst... Äh... Oder... Denen kommt es gar nicht in den Sinn sie da irgendwie auch in Ruhe zu lassen. Die sind immer ganz vorne. Immer... Immer am Pushen. Immer am... Machen. Kannst du den Pings zeigen? Die Pings sind eigentlich an. Die sind an? Okay. Weil ich sehe nicht, dass die... Keine Ahnung... MIA und so... Ähm... Ich grad vorhin habe ich... Ähm... Grad vorhin habe ich einen Ping gehört auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht gleich gesehen, aber ich glaube das war der Warnungs-Ping in der Midlane. Ah okay. Wo der... Jarvan... äh... Auf den Echo gekommen ist zum Ganken. Und jetzt auf der Com-Lane... Das gibt den... Ja. Und das gibt das erst... Äh... First Blood. Erstes Blut für... Das blaue Team. Für Echo. Mit Hilfe von Echo und... Auch mit Kragas. Kragas ist... Knapp rausgekommen. Aber er ist rausgekommen. Das reicht uns ja erstmal. Währenddessen ist Jarvan auf der Bot-Lane und... Scheint die... Ich weiß nicht genau was er da gerade getan hat. Er ist einfach nur auf die Lane gegangen, hat sich ein bisschen Farm geklaut und... Geht wieder. Ja. Oder... Verteidigt er es halt einfach seine Lane. Ja. Jinx ist jetzt am Kaufen. Richtig. Moment. Emote-Spam! Yay! Währenddessen auf der Top-Lane geht der Mundo jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich back. Äh... Jetzt erstmal der... Versuchte Gang... Von... Chogaz. Sein Q-U geht auch... Sein Riss geht auch in die Leere. Und... Ja... Damit hat... Hat sich das auch schon wieder erledigt gehabt. Zurück zu dem was ich gerade sagen wollte. Mundo ist jetzt gerade zurück in die Base gegangen. Zum ersten Mal während Maokai auch in der Base zurück war. Äh... Maokai hat sich einen äh... Äh... Philosoph... Äh... Philosoph... Stone... Glaube ich. Oder wie heißt der? Katalysator. Nicht Philosoph of Stone der ist... Der ist nicht mehr im Spiel. Katalysator des Beschützers hat er sich gekauft. Ähm... Was ihnen jetzt natürlich schon gleich einen ganz ordentlichen Vorteil gegen Mundo gibt. Der sich nur... In Anführungszeichen zwei äh... Lebenskristalle kaufen konnte. Ähm... Der Katalysator gibt ihm einfach... Er heilt ihn wenn er in der Stufe aufsteigt. Er gibt ihm ganz ordentlich Mana und Leben. Damit hat Maokai eigentlich erstmal die Nase vorne. Aber... Letztendlich wird es nachher eh ein Tank Battle denke ich da oben. Genau. Äh... Und du weißt wie Tank Battles sind. Ja richtig. Stink langweilig. Das ist... Das ist wie Elefantenrennen auf der Autobahn. Kennst du das? Weißt du was Elefantenrennen sind? Das ist wenn der eine LKW den anderen LKW mit einem kmh mehr überholt. Oh Gott. Und keiner mehr dran vorbeikommt. So ungefähr sind äh... Die auch immer... Und genau so... Der Mundo wird richtig... Richtig Tank. Ja Mundo wird richtig tanklich. Und Maokai ist ja eigentlich auch... Ein sehr... Purer Tank eigentlich. Ähm... Der sich hauptsächlich auf den Schaden von seinem Team dann verlassen muss. Ja ich meine... Ich glaube wenn ähm... Wenn ähm... Wenn Lottesteam das schafft in Endgame zu kommen... Wird richtig schwer. Also ordentlich... Schaden zu machen. Ja richtig. Es wird... Verdammt schwer für sie Schaden zu machen. Aber... Dafür wird es für die Blauen auch sehr schwierig sie zu töten. Ja ja. Weil sie haben wie gesagt diese 4 Tanks... Die es ihnen einfach wirklich nicht einfach machen. Jetzt sehen wir auf der Botlane. Jinx und äh... Braum haben es bemerkt. Kommen dazu die... Oh mein Gott. Kragas Ulti kommt. Und... Echo schafft es ihn zu killen. Braum steht da jetzt komplett out of place, out of position. Wird direkt mit... Genommen von... Echo. Und damit haben wir die erste Doppeltötung in diesem Spiel. Und damit das 3 zu 0 für das blaue Team. Die jetzt 3 zu 0... Und 3 zu 0 für Echo. Und... Sogar ein 3 zu 0 für Echo. Genau. Ähm... Jinx und... Äh... Quatsch... Äh... Luschen und... Trash haben zwar einen äh... Support bekommen. Das... Was auch erstmal auf der Botlane relativ wichtig werden kann. Und natürlich machen sie jetzt den Drake nachdem sie... Ihre... Ihre 4 Mann Vorteil haben. Einen Doppelkill geholt haben. Den hätte ihn auch keiner wegnehmen können. Währenddessen auf der Toplane... Nichts. Nichts. Hehehe. Kannst du kurz ähm... Der Turm oben schauen? Wie viel äh... Wie viel äh... Leben der noch hat? Ja das ist voll. Der ist voll. Dieser Turm ist auch fast voll. Auch fast voll. In Toplane passiert nichts. Genau. In Toplane passiert nichts. Währenddessen ist der Echo mit seinen 3 zu 0 schon sehr sehr stark in der Midlane. Unterwegs. Und kann jetzt auch den... Äh... Ich vergesse dauernd die Namen. Was ist denn hier los heute? Und kann jetzt auch den Chogat eben... sehr stark... Ärgern. Währenddessen wird auf der Botlane schönes Gold geteilt. Der Supporter kriegt dank dem... Schild. Ab und an mal was vom Carry ab. Wobei... Er teilt sich sehr mit ihm. Letztendlich. Toplane Mundo hat halt immer das Problem... Für seine Fähigkeiten... Seine Fähigkeiten kosten ihn Leben. Und dadurch hat er... Von Natur aus weniger Leben wie sein Gegner. Ja. Komm schon. Wir möchten nicht mehr Toplane schauen. Das macht schon ordentlich Schaden. Ja richtig. Ich weiß nicht. Oh, Cook bekommt. Jaren kommt. Cook bekommt. Mit rote Buff. Mit rote Buff. Ist es gut geworden? Ja, es ist gut geworden. Es ist geworden. Allerdings auf dem River. Und auch der Chogat ist auf dem Weg nach oben. Ja. Wobei... Mundo hat so... Wenn Mundo das sieht, dann hat er Glück gehabt. Mundo läuft jetzt. Mundo läuft weg. Mundo hat es gemerkt. Oh Gott. Gute Flash. Gute Flash. Sehr, sehr nicer Flash. Der kam direkt... Der Kataklysmus von Jarvan. Und Mundo direkt raus geflasht. Direkt gar nichts erstmal auf ihn kommen lassen. Direkt raus. Und hat sich damit dann wahrscheinlich auch tatsächlich das Leben gerettet. Eko macht nicht mehr allzu viel Schaden an Chogat. Der auch einen Katalysator schon hat. Wie wir gerade gesehen haben, ist er jetzt auf eine Stufe aufgestiegen. Kriegt dadurch dann nochmal ganz ordentlich was an Leben zurück. Aber ansonsten auch ein etwas entspannteres Spiel wie das letzte. Auf jeden Fall, ja. Mit auch etwas ausgeglicheneren Teams. Wobei jetzt kommt Kragas. Kragas kommt. Eko kommt auch mit. Jinx hat es schwer. Jinx hat es schwer. Braum wird auch komplett untergehen. Während Trash die ganze Zeit den Tower tankt. Und jetzt werden sie den Tower noch ordentlich weghauen. Es ist die Frage, ob sie ihn noch kaputt bekommen oder nicht. Chogat, damit ist der Tower auch weg. Chogat versucht dann noch irgendwie hinterher zu kommen. Hat der Eko gerade entgegnitet? Oh, Trich hat es super. Eko schafft das, Eko schafft das. Eko schafft das, denke ich auch. Aber der Chogat hat jetzt gerade mit seiner Ulti... Oh, Eko muss wegflashen. Und das war es dann mit Eko. Der schafft aber doch dank dem Ignite auch noch seinen extra Kill. Aber Chogat wird sich hier auch verziehen können. Gut gemacht von Lucien. Hat alles getroffen. Ich komme gar nicht hinterher. Es ist echt gut gespielt. Ich muss echt sagen, das blaue Team ist echt gut dabei. Es ist gut dabei. Sie sind nie alleine, wenn es an die Teamfights geht. Sie sind nie eben auf der Bottlen. Sie sind immer in der Überzahl, wenn sie kämpfen. Wissen wir, welche Teams von Anfang an... Es ist das rote Team. Das rote Team war das, was schon ein Spiel gewonnen hat. Nein, aber was ich meine ist, welche Teams von Solospielern zusammengebaut wurden. Achso, es gibt nur ein Team, das aus Solospielern zusammengebaut wurde. Und das ist in letzter Runde schon rausgeflogen leider. Ah, okay. Die haben... Das Single Registration Team hat in der ersten Runde gegen Wynn oder AFK verloren. Und ist damit dann leider schon draußen. Alle anderen Teams sind tatsächlich fünf Spieler Pre-Made-Teams, die sich direkt so zusammen angemeldet haben. Und da hilft auch ganz stark die Passive vom Chuggard, denke ich. Wir haben es gerade gesehen, er hat ein paar Creeps gekillt. Und er ist direkt auf sein... Er hat direkt wieder sein Leben voll bekommen. Und der Katalysator hat ihn auch nochmal geheilt. Also das ist relativ viel Sustain, das Chuggard da eben mitbringt. Eko hat sich gerade seinen zweiten Blue-Buff geholt. Diesmal schon ganz alleine. Yay, er ist schon ein großer Junge. Er kann sich den Blue-Buff schon alleine holen. Ist mit Level 10 auch tatsächlich hinter Mundo der höchstlevelige Spieler im Blauen Team? Was aber nicht verwunderlich ist als Midlaner. Ich bin gerade eher verwundert, dass Mundo tatsächlich schon ein Level höher ist. Während Eko doch schon ein paar Kills geholt hat. Ich bin noch... Guck hier, Chuggard. Ja. Stufe 11 mit 1 Kill. Und Eko mit 4 Kills. Stufe 10. Eben, das wundert mich eben auch. Sie haben den gleichen Farm. Genau. Sie haben ziemlich genau den gleichen Farm. Also jetzt... Also beide mit ungefähr 92 Kills. Äh, Creeps. Jetzt sind in der Mitte vier Leute. Sie wissen, dass sie dem Eko jetzt ordentlich Einhalt gebieten müssten. Und wir haben auch nur noch 10 Sekunden bis Drake. Weiß-rot, dass es ein Drake ist. Schau mal da. Lieber den Geganks? Ja, aber sie haben es offensichtlich rechtzeitig gemerkt, weil sie haben Worts im Stehen. Chuggard ist wieder komplett alleine. Außer Position. Und... Er kriegt das auch direkt bezahlt, dass er so alleine unterwegs war. Jetzt bin ich gespannt, wann das blaue Team den Drachen macht. Weil sie haben jetzt einen kleinen Vorteil. Ähm... Der Tower wird gepusht. Sie sind zu viert. Gegen zwei. Sie engagen direkt. Holen sich den Kill von Jinx. Und auch... Raum ist auch tot. Raum wird auch drauf gehen. Jarvan versucht noch irgendwas rauszuholen, aber er kriegt nicht einen Kill. Der Tower schafft es auch nicht, den Lucian noch zu finishen. Und damit fällt der Tower vom roten Team der zweite schon auf der Bot-Lane. Ähm... Und jetzt geht das Spiel 11 zu 2. Jetzt steht das Spiel 11 zu 2. Richtig. Das... Jetzt machen sie den zweiten Drake. Das habe ich das... Kannst du mich noch erinnern... Ähm... Was ist der zweite Buff von Drake? Der zweite Buff von Drake ist, ähm... Die... Die... Die Movement Speed, glaube ich. Sollen wir gleich schauen. Wir sehen es ja gleich eben. Nein... Tum Zerstörung. Tum Zerstörung. Das heißt, sie kriegen jetzt noch mehr Druck, was die... Was ist eben. Sie haben auch schon zwei Buffs im Gegensatz zu dem anderen Team. Was ist sie jetzt schon einiges schwieriger machen wird. Wir sehen jetzt auch, dass Choga tatsächlich durch seine Tankiness, die er jetzt inzwischen aufgebaut hat, ähm... Ganz gut gegen den Echo bestehen kann, ähm... Aber ein... Ein 6-1 Echo ist halt nun mal trotzdem ein Monster. Selbst wenn man ein Tanky Chogert ist. Ähm... Tank allgemein ist erstmal... Der Anfang ist ein bisschen schwierig. Und danach hast du halt... Bist du da, um die Wand zu sein für alle... Deine Gegner. Um deinen Carry zu beschützen. Aber wie gesagt, ich finde es wirklich sehr schwierig, dass die Jinx... Der einzige wirklich... Schadens Carry ist. Den das rote Team sich jetzt da gepickt hat. Alle anderen... Ja... Machen so Schaden als Beiprodukt, aber es sind eigentlich erstmal Tanks. Und ich glaube nicht, dass sie das so weit schaffen mit... Jetzt, äh... 8k Gold... Unterschied. Ja. Zwei Drakes... Und drei Türmen. Drei Türmen. Wird schwierig. Mundo... Haut seine Ulti raus. Der Tower steht auch nicht mehr. Und das sieht sehr schlecht aus für Mauakai. Wird er seine Tankiness ihm das aushalten lassen? Wird es nicht? Äh... Ich glaube aber nicht, dass irgendwer... In... Minder 20 wären... Glaub ich nicht. Wobei... Sie könnten es sich fast leisten. Jetzt... Kann... Vorrägliche Baden alleine machen? Äh... Nicht jetzt natürlich, aber... Äh... Später... Wenn er seine ultimative Fähigkeit gut einsetzt, dann... Könnte ich mir vorstellen, dass es... Zumindest sehr viel davon alleine schafft. Hey, keine Beleidigungen im Chat hier. Was ist denn los? Mach mal einen kleinen Tab. Hahaha... Es ist jetzt... So ein bisschen wieder wie vorher. Es hat etwas länger gedauert, bis das Blauer Team sich einen Vorteil erschaffen konnte. Ähm... Aber die werden jetzt auch daran an ihrem Vorteil festhalten. Und... Den durchpushen. Wir sehen es gleich. Der Mid-Tower wird bestimmt gleich fallen. Während der Lucian... In der Mitte... Unten alleine... Den... Braum... Und die Jinx tötet. Flasht hinterher für die Doppelkill. Unten alleine gegen 2. Währenddessen... Ist das rote Team sonst... In der Unterzahl, in der Midlane. Da sind nämlich... Waren sie 4 gegen 3. Und... Was... Zu was das geführt hat, hat man jetzt gleich schon wieder... Gesehen. Also... Das ist echt... Es ist wieder... Doch ein bisschen eindeutig... Da... Kommt die Ulti von Gragas... Absolut irgendwo ins Nirgendwo. Er muss jetzt gucken, dass er den Tower aggro los wird. Er hat das aber auch schon... Längst wieder hinter sich gebracht. Nein, weil Jinx ist schon wieder da... Braum ist schon wieder da... Ja... Aber Jinx... Auf Hälfte leben... Ja... Ja... Er ist dann nochmal weggeflasht... Um sich vor der drohenden Gefahr... Zu beschützen... Allgemein... Und noch den Marokai abzufrühstücken... Fertigen... Und noch Jinx... Und noch Jinx... Schaden und... Ich meine... Von meinem 24 zu 2... Ja... Mit einem Echo 8-1... Mit einem Lucian... 8-0... Es gibt nicht viel zu machen... Richtig... Das stimmt auch... Aber... Lucian hat zum Beispiel... Keine Mana mehr gehabt... Gut... Er ist ein AD Carry... Er braucht nicht wahnsinnig viel Mana... Aber er braucht schon... Auch... Ein bisschen Mana... Die... Rot rennt irgendwie... In ihrer Base rum... Wissen nicht was sie tun... Gerade jetzt hier vor allem der Braum... Läuft hoch und runter... Währenddessen ist... Mundo auf der Bot Lane... Und farmt da ein bisschen... Und da sehen wir jetzt dann auch tatsächlich... Das was du... Schon... Gesagt hast... Da kommt der Baron... Rot hat es zwar... Scheinbar mitbekommen... Denn sie bewegen sich... Es gerade alle zum Baron... Versuchen noch... Vielleicht irgendwas zu holen... Aber... Da ist es dann auch schon passiert... Maokai... Gegen... Und... Kragas holt sich... Nen Kill Jinx... Und... Jetzt sind sie... Jetzt sind sie allerdings tatsächlich in der Unterzahl... Da kommt die Passive von... Braun kommt nicht zum Tragen... Chogat wieder komplett alleine ins Gegnerteam reingerannt... Während seine Kollegen schon wieder am Abhauen sind... Und... Das ist... Schade... Für Mundo... Äh... Nicht für Mundo... Quatsch... Schade für Chogat... Dass sein Team ihn da so komplett im Stich gelassen hat... Ähm... Aber jetzt mit Baron Buff... Und... Den Mega Creeps... Und... Schon wieder... Den nächsten getroffenen Hook... Ich hab... Der trifft wirklich... Sehr sehr viel von seinen Hooks... Jetzt muss er aber gucken... Dass er aus dem Tower rauskommt... Weil sonst... Trifft er ihn... Da... Da war der... Der dritte Kill für das rote Team... Jetzt werden sie greedy... Jetzt werden sie greedy... Das dritte... Lucian holt trotzdem noch einen... Doppelkiller... Obwohl sie so extrem in der... In der Überzahl waren... Und da fällt auch der erste... Inhibitor-Turm zusammen mit dem... Nächsten... Nex... Äh... Also der nächste Inhibitor-Turm zusammen mit dem... Also der nächste Inhibitor-Turm zusammen mit dem... Ersten Nexus-Tower... Und es... Sind auch... Gerade nur noch Braum und Chogat da zum Verteidigen... Der nächste Kollege kommt erst in 13 Sekunden wieder... Das ist... Äh... Glaube ich entschieden das Spiel... Wissen wir noch nicht... Wir wissen es noch nicht... Aber ich lehne mich jetzt glaube ich... Nicht allzu weit aus dem Fenster... Wenn ich jetzt sage das... Das Spiel jetzt vorbei ist... GG... Für blauer Team... GG blaues Team... Ihr wart... 20k Goldunterschied... Übermächtig mit 32 zu 3 Endstand... Ihr habt wirklich... Am Anfang... Sehr ausgeglichen gespielt... Dann habt ihr das... Schneeballpotenzial genutzt... Das ihr hattet... Und... Ähm... Auch wirklich schlechter wie sie... Ist ja ganz normal... Ich würde gegen dich auch nicht gewinnen... Ähm... Aber... Man muss echt sagen... Sie haben sehr gut gespielt... Und... Äh... Jetzt werden wir gleich sehen... Wie es weitergeht... Wir haben jetzt gerade gehört... Dass die Depreziner sich doch noch gemeldet haben... Sie sind ein bisschen spät dran... Ähm... Ob die sich... Jetzt noch dazu bereit erklären... Dass sie... Das Spiel mit den Depreziner noch machen... Obwohl wir die Depreziner ja bereits schon... Äh... Disqualifiziert haben... Wenn... Fünf Fotoer und solche sagen... Okay... Machen wir... Wenn... Wenn... Also... Ich würde sagen... Ihr habt Pech gehabt... Ihr seid zu spät... Ähm... Wenn... Ihr aber sagt... Ähm... Wenn ihr sagt... Wir wollen ihnen die Chance lassen... Aber... Fairplay oder sowas... Hier... Also... Freak... Freakomand... Freakomand... Ja... Meint... Mitleiner ist nicht da... Ja eben... Ihr Mitleiner ist nicht da... Im Moment gerade... Ähm... Also... Wenn ihr... Sagt... Das ist... Also... Ich erkläre gerade... Also... Wann ist danach los? Das nächste Spiel... Das nächste Spiel wäre dann um 16 Uhr... Ja... Ich hätte 45 Minuten zu spielen... Ja... Ihr hättet 45 Minuten Zeit zum Spielen... Können Sie jetzt anfangen... Dann könnt ihr das noch machen... Ansonsten... Problem ist... Ihr müsst... Ähm... Ja... Um 4 Uhr bereit sein... Fürs nächste Spiel... Ihr solltet auf jeden Fall... Spätestens um 4 Uhr bereit sein... Fürs nächste Spiel... Ähm... Im... Ich habe noch nichts gehört... Von den anderen Teams... Ich habe noch nichts gehört... Von den anderen Teams... Ähm... Ich kann aber mal schauen... Was mein... Mein E-Mail sagt... Meine E-Mails sagen mir... Dass ganz viele Leute mir auf Twitch folgen... Ja... Das ist gut... Ähm... Also... Ähm... Riesen Respekt... An 5 Schote darunter nur Deutsche... Weil sie wollen tatsächlich... Ihren Gegnern... Obwohl sie zu spät gekommen sind... Noch die Chance geben... Ähm... Aber... Die Dibrizina... Die Dibrizina... Die Dibrizina... Haben sich scheinbar gerade... Äh... Ein Spiel gespielt... Also gerade angefangen... In den anderen Spiel zu spielen... Und damit äh... Sind sie tatsächlich... Einfach raus... Damit habt ihr verkackt... Schlicht und einfach... Wer nicht... Kommt zur rechten Zeit... Äh... Aber... Ja... Also wirklich... Großes Respekt... An 5 Tote... Darunter nur Deutsche... Dass sie denen noch... Ähm... Schade. Schade für die Depuziner. Wir wären ja sogar gerade fertig gewesen. Wir hätten uns ja gerade noch ein Spiel anschauen können. Dann hätte ich ja sogar noch ein Bonusspiel gekriegt von uns. Aber es ist jetzt leider nicht der Fall, dass... Warum geht man ingame, wenn man noch ein Spiel spielt? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, sie wollten einfach nie wirklich mitmachen. Wenn man nicht mitmachen will, dann sollte man sich auch nicht anmelden. Ja, klar. Ansonsten würde ich sagen, ich mache mir mal ein bisschen Musik. Niemals. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde pünktlich um Viertel vor wieder zur nächsten Runde. Alles klar. Ciao, ciao. So. Abrupptes Ende der Musik. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, haben wir uns gerade was zu futtern geholt. Wir sind jetzt, ich bin jetzt auch schon seit ein paar Stunden da und brauche jetzt dringend was zu essen. Aber wir haben, ich habe gerade mitbekommen, dass wir zwei weitere Gewinner haben und zwar hat Windoor AFK knapp gegen die Kanax gewonnen und die Battle Beginner Queue hat auch knapp gegen 3G-Hospital gewonnen. Damit ist der Turnierbaum wieder aktualisiert und wir machen uns an die Halbfinalspiele. Du guckst ein bisschen den Twitch-Chat an. Ja. Was uns aufgefallen ist, ist wie gut es doch eigentlich läuft. Also wir möchten auch euch nochmal danke sagen, dass ihr das so gut mitmacht und dass es so gut funktioniert. Bei den allermeisten, außer sie tauchen nicht auf. Aber es würde ohne euch nicht funktionieren und das ist schon cool und dankeschön dafür. So. Wir kommen jetzt zu den beiden Halbfinalspielen. Und zwar ist es einmal Logo the Flicker the Risk Gaming gegen Windoor AFK im Spiel I. Und das Spiel, das wir jetzt casten werden mit der Beginner Battle Queue gegen fünf Tote, darunter nur Deutsche. Eine von denen haben wir heute schon mal gesehen. Die anderen sehen wir heute zum ersten Mal. Sie haben aber sich auch schon gegen zwei Gegner durchsetzen müssen. Also die sind nicht in der zweiten Runde erst eingestiegen, sondern die haben auch schon zweimal gewonnen. Von dem her verspricht es jetzt ein interessanteres Spiel zu werden. Oder vielleicht nicht ganz so einseitig wie die davor. In dem Fall ich, also wir werden wieder das Spiel J werden wir hosten. Wie gesagt, Spiel I wäre gut, wenn es sich langsam finden würde. Wir haben ja noch zehn Minuten Zeit, bis wir dann loslegen wollen. Ich richte so lange mal das Spiel J ein und ihr kriegt so lange ein bisschen Musik und unsere Fressen. So. Jetzt. Menschheit. Hallöchen. Alles klar mit euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, euch wieder hier zu haben. Jetzt zum Halbfinalspiel in unserem kleinen Turnier. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir hier was Kleines hingestellt haben. Das ist sozusagen unser Preis an euch, nachdem Riot uns nichts geben wollte. Hashtag Rito Please. Rito Please. Haben wir für euch Pokale besorgt, die eindeutig beweisen, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr gewonnen habt vor allem. Genau. Wir starten direkt ins nächste Spiel mit dem Team Beginner Battle Queue gegen fünf Tote darunter und eine Deutsche. Fünf Tote darunter und eine Deutsche. Lass mal so kleine... Diesmal auf der rechten Seite. Was? Lass mal so kleine... D-D-D-D-5D gegen Barbecue. B-B-Q gegen dem Fall D-D-5D. Wir könnten eigentlich ... 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 We ... ... ... ... ... We Are ... ... ... ... ... rez Queen, Queen, Riven, Lissandra Sejuani-Gragas, erste Pick, jetzt Trash, wie findest du das, Sivir Morgana, schon, Sivir Morgana finde ich persönlich nicht schlecht, aber wieder dieses Sivir, ich weiß gar nicht, ist Sivir wirklich gerade zu gut? Ja, zu zweit, ja. Okay, wow, oha, also wenn, Kalista ist immer noch sehr, sehr stark, sie wurde ein paar mal genervt, ja, aber ich meine, da brauchst du skillen, du brauchst, du musst es wirklich können, das ist richtig, ähm, wobei, bis du dahin bist, also Kalista gut zu spielen, bist du ja jetzt bei deinem zweiten Liedermaus, weil es ist einfach so viel Klicken, ja, ja, die ganze Zeit hin und her, links, rechts, die ganze Zeit springen, lustig, aber man muss halt aber auch echt sagen, sie hat dafür halt auch ordentlich wirklich Bewegung und kann dann eben eine Morgana oder auch eine Sivir ganz gut ausspielen, dass sie, dadurch, dass sie sich einfach die ganze Zeit durch die Gegend springen kann und sich nicht treffen lässt. Genau. Von dem her gar keine so schlechte Pick, Garin. Jetzt Garin von Barbecue gepickt worden. Garin. Ja, was kann man dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich finde, Garin ist ja wohl, es ist so, so, Mitte gut. Ja. Und jetzt, äh, Wukong und Annie. Ja, ich habe schon gesehen, heute Annie ist gut. Ja, wir haben, ja, stimmt, wir haben heute schon eine richtig starke Annie gesehen, aber... Aber, Ari ist noch besser. Wir wissen noch gar nicht, was tatsächlich kommt. Ja, gut, Ari hat nicht so viel, ähm, Crowd Control. Sie hat ihr Charm und das war's. Das war's, ja. Ähm, Annie hat ein riesen Burst Damage, diesen Flächenstun mit dem Tibbers, wenn sie es hinbekommt. Und die löscht einfach jeden Carry oder auch zwei gleichzeitig. Genau. Und das kann eine Ari nun mal nicht. Dafür ist sie viel mobiler. Je nachdem, was man halt in seiner Teamkomposition gerade braucht. Garin ist immer noch so dieses, Garin kann nur laufen. Ja. Garin kann laufen und tanken. Und die Ulti vielleicht. Ja, mit seiner Ulti dann noch irgendwen finischen, der noch irgendwo rumrennt. Aber, ich war echt, ich bin echt gespannt, was der draus macht. Also, Top Lane bin ich sehr gespannt, wie das dieses, diese Runde läuft. Ähm, wenn er überhaupt in der Top Lane ist, das ist dann noch die andere Frage. Vielleicht, Pac kommt jetzt hier, Garin Jungle. Was komplett Neues. Wir haben ja überhaupt nicht warten. Was überhaupt hier warten. Wir haben noch 15 Sekunden, warten wir ab. Man weiss nie was passiert. Ok, die haben schon Kalista. Ash wird gewechselt. Ja, Amumu. Ok, das ist Amumu. Und mit Asir. Und mit Asir wird es tatsächlich Asir gegen Annie. Das wird lustig. Asir gegen Annie wird lustig. Es wird hart für beide Seiten, denke ich. Und was kommt jetzt für Topf? Ich glaube nicht Wukong Top. Nein, ich denke auch nicht, dass es ein Wukong Top wird. Aber gegen Garen kannst du eigentlich fast alles nehmen. Es wäre lustig gewesen, wenn ein Queen noch. Aber es wurde gebannt. Stimmt. Also, Queen hätte... Würde auch zum Namen passen, gell? Phoenix Quinn. Aber, ja, Quinn ist ja offensichtlich gebannt worden. Riven haben sie auch gebannt und dann haben sie Garen gepickt. Ich weiß nicht. Vayne kann ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen. Weil Vayne ist einfach auch nur ein relativ starker Durland. Immer noch. Wenn du mit Vayne ein bisschen nach vorne kommst und sie spielen kannst, dann ist das Spiel vorbei. Weil Vayne einfach alles auseinandernehmen kann. Und es sieht tatsächlich aus, als würden wir jetzt hier die Fiora behalten. Ja, tatsächlich. Und damit stehen unsere Team-Aufstellungen tatsächlich auch schon fest. Ich wollte nochmal ein Jack of the Jungle. Nochmal ein Jack of the Jungle. Das war so gut. Das Spiel war so gut. Sie haben schon ordentlich auseinandergenommen. Das stimmt schon. Ähm. Und jetzt ist halt wieder die Frage, wie geht's weiter? So. Erstmal mit ganz viel Stille. Offensichtlich. So. Bisschen Warteschlangenmusik hier. So, Fahrstuhlmusik. Du, 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 du. Du, 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 du. Sie können uns zum Glück nicht sehen. Ja, richtig. Wir können ja machen, was wir möchten. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen Pizza. Solange wir die drei Minuten da abwarten, gönne ich mir meine inzwischen doch fast kalt gewordene Pizza. Pizza Hype! Woop! Oh. Kommt schon. Das wär jetzt gerade ganz kurz ganz fatal gewesen. Weil uns wurde hier gerade angezeigt, dass unser League of Legends gerade abgestürzt ist. und es wäre genau jetzt ganz doll doof gewesen. Hm. Aber es hat ja zum Glück funktioniert. Ja. Glauben wir noch? Hm? Glauben wir noch? Im Moment gerade. Aber es sieht gut aus. Alles geht, alles geht. Okay. Pass auf. Pass auf. Ups. Damit wir noch wissen. Damit auch alle Bescheid wissen, was jetzt gerade abgeht. Hm. Jetzt geht's schon los. Das Team hat ihn gebetet. Ja, er schafft das. Er schafft das. Okay. Bin ich Leben? Nein. Trish ist tot. Erster Blut in Minute eins. Und Flash hat er auch noch direkt rausgegangen. Sieht schlecht aus. Fängt schon mal gar nicht so gut an. Das war unerwartet. Ja. Doch. Find ich allerdings auch. Das war jetzt doch durchaus überraschend, dass wir jetzt da gerade direkt in der ersten Minute gesehen haben, dass sie, dass fünf Tote darunter nur Deutsche direkt invaded, das war der erste Invade, den wir heute gesehen haben. Und dass sie dann dabei auch noch direkt erfolgreich sind. Ja, das hätte ich auch nicht geklappt. Ich hätte gedacht, der schafft das. Das hätte ich erst auch gedacht, aber dann kam ja noch der Morgana-Bind und dann war's Dann war's vorbei. Ähm. Auch hier ganz normale Item-Build-Starts, wenn ich das mir so richtig anschaue. Ja, ganz normal. Nichts, was man jetzt nicht so erwartet hätte. Und jetzt mal schauen, was die DM5Ds mit ihrem Vorteil machen können. Auf der Toplane kriegt die Fiora ganz schön was auf die Nase von Garen. Wieder interessant. Ähm. Und auch die... Woppa. Oh. Das war... Das war... Hätte er den Hook bekommen. Ja, wenn er den Hook jetzt getroffen hätte, dann wär's das gewesen für Morgana. Ähm. Sie scheinen sich relativ schnell erholt zu haben von dem First-Plot gegen sie. Ähm. Die Toplane läuft. Die Midlane... äh. Die Bottomlane läuft. Bloß, ich glaub, in der Midlane läuft's noch nicht so ganz. Mit äh... Jungle Support. Stimmt's jetzt? Ja. Ähm. Ich hab jetzt auch grad die Champions richtig angeordnet, damit ihr auch wieder was seht. Äh. Oder halt, dass sich keiner beschweren kann. Ja. Ja. Ah, fuck. Ich muss den iPod ändern. Guck mal. So, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich den Twitch und den Nightbot noch ein bisschen aktualisieren sollte, zwecks dem Match, weil es dann immer noch drin ist, dass das erste Match wäre. Einer von den Teilnehmern hat gestimmt, nämlich die DM5D, die sind wieder dabei, das sind die, die wir im ersten Spiel tatsächlich schon gesehen haben. Und das sind auch die, die jetzt gerade tatsächlich mit einem Kargold vorne liegen, durch immer noch dieses erste First Blood, das relativ früh kam. Hier ein paar kleine Scharmützel in der Mitte, ein bisschen was die zwei Jungler nerven sich ein bisschen gegenseitig. Ich habe gesagt, der Azir und die Annie werden es beide schwer haben. Und jetzt der Hook auf die Morgana, sie direkt ihr Schild raus, sobald sie konnte. Und Kalista prügelt alles auf die Dings ein, währenddessen geht Azir, ja, nee, er schafft das. Das ist nochmal gut gegangen für Azir. Ja, aber ich würde Azir ein bisschen mehr defensiv bleiben. So, Annie macht viel Schaden und das war der Flash, das Ignite und die Barrier ist zu früh ausgelaufen. Und der Amumu überlebt gerade so bis jetzt, wenn der Dings nicht hinterher geflasht wäre und sich dadurch den Kill noch gesichert hätte. Das war dann aber auch echt lucky für die Annie, dass genau da dann der Tibbers da war mit Stun, mit allem. Also entweder sie hat sehr gut gespielt oder sie wurde tatsächlich leider rausgenommen. Das ist ja auch erst die gleiche Annie, was wir gesehen haben im ersten Spiel. Das stimmt, das wird dieselbe Annie sein, wie die, die wir im ersten Spiel gesehen haben. Und wir wissen, wie gut sie spielt. Und wir wissen, dass sie sehr gut spielt. Das sollte auch ihr Gegner wissen, wenn er sich den Stream angeschaut hat. Wobei er muss ja währenddessen selber spielen. Aber, wie gesagt, es ist ein nicht gerade ganz schlechter Annie. Hupp und weg quasi. Er hat komische, komische Anzeigeglitsche gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gesehen habt. Aber, ja, im Moment steht 3 zu 0 für DM5Ds, die großen Favoriten seit dem ersten Spiel, seit wir sie gesehen haben. Wobei, wie gesagt, man muss immer dran denken, die anderen Beginner-Battle-Cue haben inzwischen auch zwei Spiele gewonnen gehabt. Und Garen ist tot. Und Garen ist tot, dank Fioras Ulti. Nicht vergessen, was sie als Ulti hat. Das Ulti ist sehr stark. Und eben ab Stufe 6 kann sie dich ja im Tower komplett auseinandernehmen. Und es war noch nicht mal unterm Tower. Wobei Garen mit seiner Ulti ja auch extrem hohes Exekutionspotential hat. Das heißt, wenn er sie noch ein bisschen weiter runter bekommen hätte, hätte er durchaus auch seine Ulti benutzen können. Jetzt der erste... Anni... Anni schafft das. Anni ist einfach zu... Anni ist zu stark. Anni ist zu stark, wird Anni das überleben. Anni überlebt es und holt ihn sich in Doppeltötung. Doppelkill von Anni. Das war sehr knapp, sehr schön gespielt allerdings von Anni. Hatte jetzt aber auch Glück, dass der Affe jetzt gerade direkt um die Ecke war. Ja, UConn ist einfach ein guter Jungler. Wir haben ihn auch gesehen als Jaco. Hat er richtig gut gespielt auch vorher. Genau, als er Jaco gespielt hat, da war er ja schon... Bei Jaco war er ja schon immer genau da, wo man ihn gerade gebraucht hat. Und immer... War fast immer da, wo der andere Jungler gerade war. Er konnte immer da dagegen helfen. Und wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, er ist offensichtlich ein ziemlich guter Jungler. Und als Jungler hast du nun mal auch einen riesigen Einfluss auf das Spiel. Wir sehen es hier auch... Gerade wenn wir hier Garen sehen, wie er die Worts sauber macht. Wir sehen, dass beide Teams mehr mit Vision arbeiten wie im ersten Spiel. Genau. Auch wenn man jetzt diesmal nicht ganz so dringend einen Shaco aufdecken musste, so haben wir doch einiges an Pink-Worts und normalen über die Map verteilt. Er sieht auch richtig Sicht am Fluss von beiden Seiten. Ja, genau. Das haben wir vorher nicht gesehen. Schmeckt deine Pizza? Mhm. Schmeckt super. Sehen wir das nochmal bei Riem? Nein. Keinig hat's geschafft. Wird Amumu jetzt ganken? Oh, schau mal nach. Wukum. Wukum ist schon wieder da. Wukum ist schon wieder da. Amumu muss schauen, dass er rauskommt. Ist geslowt und angezündet vom Red Buff. Währenddessen versucht der Garen hier irgendwas der Fiora entgegenzuwerfen, wobei jetzt wahrscheinlich gleich die Ulti vom Garen rauskommt. und damit die Fiora tatsächlich auch mal ein 1v1 verloren hat. Sie hatte ihre Ulti bereit. Ich weiß gar nicht, warum sie sie nicht genutzt hat. Hätte nichts gebracht. Riemann hatte so viele Lebenspunkte. Nein, so viel hatte er nicht mehr. Aber er hätte auf jeden Fall weniger gehabt. Und vielleicht hatte sie keine Mana. Hast du darauf geachtet? Ja, hatte sie. Hatte sie. Okay. Dann bin ich überrascht, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen hat. Sieh, wie jetzt schmeißt sie hier das Schild raus. Eine Ulti in der Mitte. Eine Ulti auf der Bot-Lane. Das wissen wir gar nicht genau, wo wir zuerst hinschauen sollen. Viele Flashs. Der Amumu stirbt. Wieder für die Annie. Wieder für die Annie. Allerdings auch auf der Bot-Lane gibt's Tote. Gleich noch eine wahrscheinlich, ja. Was schafft das Trash? Schafft Trash, Morgana abzuhauen. Er versucht zu strifen. Aber selbst mit Outdoor-Attack schafft Morgana den Trash jetzt noch zu finishen. Das ist, ähm. Sehr schade für das Blaue Team. Das ist schade für das Blaue Team. Ähm. Dass sie jetzt tatsächlich schon wieder so, also relativ stark auch zurück liegen. Wir sind jetzt bei 4,5k Kolder zu schild. Ähm. Wir haben noch keinen Drach gesehen. Aber grad sag ich's. Da wird liquid gemacht. Von Wukong und Morgana. Der erste Tower fällt in der Mitte. Und. Amumu kommt. Wukong und Morgana. Wukong und Morgana. Wukong und Morgana. Was denkt ihr? Ähm. Wurde geklaut. Amumu hat's geschafft den Dragon zu stealen und wieder rauszukommen ohne dabei zu sterben. Das war nicht schlecht. Das war auch relativ schlecht gespielt von äh. Von DM5D. Ne. Ähm. Die einfach auch. Oha. Garen flasht sich weg. Ähm. Die da. Jetzt die Ulti. Auch nicht wirklich Wissen hatten. Oh. Genau deswegen meinte ich. Wunderschön. Wunderschön gespielt von Garen. Das meinte ich vorher. Also die Ulti ist nicht genug. Also die Ulti ist kein Ulti deswegen. Weißt du? Und bei Garen seine Ulti macht viel mehr Schaden. Auf Zielen die wenig Leben haben. Ja. Hm. Und man weiß ja so bei ihm. Wenn du die Ulti machst. Problem ist. Wenn du es nicht schaffst. Wenn du ihn nicht tot ist. Dann bist du totaler Marsch. Kannst du nichts mehr machen. Ja. Weil du direkt daneben stehst. Ja vielleicht ein paar Autotags. Ja. Aber bis dann hat Garen die Ulti gemacht. Wenn er sie gerade hat. Das ist immer. Also wo das Garen. Da kommt Annie mit dem zweiten. Typus Stun. Viel vollständige Fähigkeiten. Aber Azir schafft es tatsächlich. Dank seinen Sandsoldaten wegzukommen. Rot cleart hier inzwischen die Wards. Und. Um. Um. Um ihrem. Wukong. Eine. Bessere Möglichkeit. Game. Zu ganken. Und das war jetzt. Auch wieder so ein ganz alter Trick. Der Wukong kommt. Sieht. Okay. Da ist ein Wort. Macht den Wort weg. Tut so aus ob er wieder geht. Bestellt bleibt trotzdem da stehen. Immer diese Spammer. Ist echt schlimm. Dir fehlen glaube ich ein bisschen Chat. Ne. Bei mir. Kein hinter drin wäre. Das Binding geht auf. Trash. Aber es ist. Nicht wirklich was passiert. Trash hat inzwischen. Ganz gute Verteidigungsschwerte. Mit denen er eigentlich auch ganz gut arbeiten kann. Auf der Toplane. Ist es gerade ein ganz kleines bisschen weniger. Eigentlich auch. Die Fiora macht irgendwie überhaupt keinen Schaden. Die macht keinen Schaden am Garen. Die hat ihn gerade doppelt so oft getroffen. Und sie kriegt keinen Treffer raus. Oh. Hätte sie nicht geflasht. Ja. Das wäre ihr Ende gewesen. Also da. Er holt sich. Also die Toplane steht eindeutig auf. Äh. In Zeichen von Barbecue. Ganz eindeutig. Der Goldnachteil liegt immer noch. Bei 5000. Ähm. Ähm. Aber. Es ist. Gut möglich. Dass ich. Sie also ein paar. Wieder nachholen können. Annie hat ihren Stun ready. Und. Es ist die Frage. Ob sie sich da noch rausholen können wird. Sie versucht es mit dem Stuntippers. Aber sie wird dann. Direkt. Auseinander genommen. Weil Azir noch dazu kommt. Auch Garen hat oben die Fiora gerade getötet. Also. Barbecue äh. Kommt wirklich. Gut. Zurück ins Spiel. Die haben sich jetzt. Ordentlich wieder aufholt. Sie haben nur noch 4k Gold Rückstand. Gut. Sie haben den Drachen bekommen. Ähm. Sie haben jetzt gerade 3 Kills gemacht. Ja. Vielleicht holt Garen. Ähm. Top Tower. Ja. Mit der nächsten Minimave dann wahrscheinlich. Ja. Fiora ist noch nicht da. Der hat noch 30 Sekunden. Ja. Fiora hat auch keinen. Ähm. Teleport. Durch den sie jetzt ihren Tower beschützen könnte. Ähm. Es sieht gut aus für Blau. Es sieht tatsächlich gar nicht so gut. Äh. Gar nicht so schlecht aus für Blau. So rum. Diesmal. Der Top Tower wird jetzt von Garen zusammengeschlagen. Ähm. Währenddessen auf der Bot Lane ist man sich immer noch nicht so richtig einig. Wer jetzt eigentlich äh. Wem hier auf die Nerven geht. Aber die haben eine ziemlich gleiche Farm im Bot Lane. Ja. Okay. Ähm. Zivir. Morana hat zwei Kills. Ich denke das eigentlich zum Spiel nicht so viel. Ja. Das bringt nicht allzu viel. Aber Garen da auch direkt raus aus der Gefahrenzone. Wenn er sich da ist, hätte er erwischen lassen von Annie. Dann wäre es das für ihn wahrscheinlich gewesen. Weil die waren immerhin zu dritt. Und da auch wieder. Wukong war da wo er gebraucht wurde. Vielleicht sollte sich Wukong überlegen jetzt doch mal auf der Bot Lane vorbeizuschauen. Dass er da seinen Leuten auch nochmal einen größeren Vorteil verschaffen kann. Und dass nicht vielleicht nicht nur die Morana zwei Kills hat. Sondern dass man vielleicht auch der Cive den ein oder anderen Kill noch besorgen könnte. Ähm. Die ja auch von dem anderen Kill eigentlich tatsächlich nur ein kleines bisschen was abbekommen hat. Da kommt direkt die Annie mit dazu. Garen teleportiert sich runter zur Hilfe. Kommt aber natürlich zu spät. Wird gesehen da von dem Ward und die Annie wird ihn auch diesmal wieder auseinander nehmen. Die Fiora versucht sich am Asir. Und so wie es aussieht schafft er es sich weg zu flashen. Und hat tatsächlich überlebt. Das ist nicht schlecht gespielt muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er da noch weg kommt. Aber offensichtlich. Anni ist schon relativ stark geworden inzwischen. Asir versucht immer noch im Zweikampf mit der Fiora. Wobei beide jetzt sehr wenig Leben haben. Und Asir jetzt auch zurückcold. Die Ulti war jetzt ein ganz kleines bisschen äh. Verschwendet? Verschwendet? Ja. Also die haben jetzt Gold und werden sie auch nutzen. Jetzt holst sie wahrscheinlich äh. Was denkst du holst sie zuerst? Was holst sie zuerst? Was holst sie zuerst? Ich denk als sie holst du dir zuerst einen. Oha. Wow. Einen Tibbers und halb. Es war ein Tibbers oder? War schon ein Tibbers. Halbes Leben auf den Asir. Garen flasht sich da zur Fiora hin und mit der Ulti ganz easy nimmt er sie auseinander. Dragon ist wieder ab. Das wissen beide Teams. Amumu ist tatsächlich auch in der Nähe. Aber es sieht nicht aus als würde DM5D versuchen hier den Drag zu machen. Jetzt wird der Drag hier angepingt von den Roten. Amumu hat jetzt hier Probleme. Muss sich wegflaschen. Das war leider der falsche Trash. Aber da Kalista eben den Weg abgeschnitten hat konnte er da jetzt noch was reißen. Fiora wird jetzt auch versuchen. Ist die grad voll durch die Wand durchgelaufen? Ja. Glitch. Trash. Ja. Interessant. Ähm. Trash mit dem Ding nach hinten. Die Laterne für den Garen. Aber die Annie killt den Trash leider bevor Garen sich in Sicherheit bringen kann. Garen überlebt das auch ganz knapp nicht weil Annie ihn doch noch erwischt hat. Ja. Und jetzt geht es zum Drake. Zum Drake. Nicht zum Baron. Das wäre jetzt etwas arg früh. Außerdem ist der Baron erst in 40 Sekunden da. Ich möchte wissen wo ist Amumu. Schafft er das? Da kommt Kalista. Da ist von Wandelblower geworden. Aber das schaffen sie nicht. Damit haben sie beide den ersten Drachen. Damit haben sie beide diesen Buff. Den ersten. Und wie wir gerade vorhin schon gesagt hatten. Und aus unserer Meinung relativ sehr. Also sehr wichtigen Buff. Ein bisschen zu früh zum ersten Drachen. Meiner Meinung nach. Ach so der Buff. Ja. Der Buff ist etwas zu stark für den ersten Drachen. Das ist. Kann passieren. Ähm. Das finde ich auch nicht wirklich so falsch. Ich habe übrigens den Nebel des Krieges wieder angemacht. Ähm. Weil hier sich im Chat doch darüber beschwert wurde. Das habe ich ihn jetzt wieder angemacht und dann. Das sieht tatsächlich auch besser aus. Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn glaube ich aus Versehen ausgemacht. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung dafür. Ähm. Jetzt. Wie sieht es aus. Auf der Botlane sind drei rote. Zwei blaue. Das klingt so voll. Ich weiß nicht. Fußball. Zwei rote. Egal. Die sind in der Überzahl. Die roten sind tatsächlich gerade in der Überzahl. Haben ihren Jungler mit dabei. Der bei den blauen gerade Richtung Blubuff geht. Also nicht mal die Anstalten macht. Auf die Botlane zu kommen. Aber jetzt. Bewegt sich auch Wukong wieder. Richtung Mitte. Der Garen. Lässt er sich ein auf ein Schamilzen mit der Fiora. Lässt er sich ein. Lässt er sich ein. Lässt er sich nicht ein. Sieht er das. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass die Annie da kommt. Und äh. Hat eigentlich einen richtig guten Laufweg gefunden. Annie wird sich nicht über die Wand flashen. Und da kommt der nächste. Also den wollen sie jetzt wirklich haben. Amumu geht mit rein. Also Aziah ist da. Und da stirbt Garen zuerst. Jetzt Amumu. Zuerst dann Amumu. Äh. Fiora. Äh. Aziah hat sich gerade noch so raus retten können. Musste dafür aber seine Teamkollegen im Stich lassen. Das war wieder ein bisschen unglücklich jetzt gespielt gerade. Damit sind wir schon bei 6k Gold. Ungefähr 5-6k Gold. Es ist langsamer. Wie in den Malen davor. Und es ist auch ausgeglichener. Mhm. Wir haben 9-16. Es ist schon eindeutig. Also. Einseitig. Ähm. Aber jetzt kann man sagen. Es könnte noch ein Comeback kommen. Es kann noch. Vom Low. Es kann noch guten Comeback kommen. Wenn die jetzt zum Beispiel die nächsten Drachen sich holen. Und ein, zwei gute Teamfights zusammen rausholen. Ähm. Dann ist da noch alles drin. Keine hat Free Farm im Top. Mit der eine hat auch Free Farm. Wo ist das hier im Base? Ja. Das ist voll lustig. Weil jetzt ist der Top eigentlich voll entspannt. Und Bord ist mega langweilig. Außer jetzt. Dass sie. Fukung flasht raus. Oh mein Gott. Kommt raus. Will er Mumu da echt hinterher? Sie ist nämlich auch noch da. Sie sind in der Unterzahl. Sie sind zu dritt. Und jetzt. Und jetzt. Tänzeln da. Tänzeln in ihren Tor rum. Azir kommt auch mit dazu. Die Silvia ist ein bisschen out of position da oben. aber hat sich gleich wieder zu ihren Kollegen dazugehört. Überall da und jetzt diese Sweeping Lenses, jetzt auch wieder sehen wir auch viel mehr. Wir haben einen, Annie flasht sich raus, dreht sich um mit dem Tibbers Ulti rein, schafft dann auch einen zu töten. Der Azir versucht sich mit der Mauer die Leute in sein Team zu schmeißen. Sivir flasht sich zurück, wird ihn jetzt auch finishen können und jetzt Doppelkill für Kalista, die sich jetzt die Halbtoten rausgepickt hat. Da kommt Fiora vorbei, Garen kommt auch endlich. Ich weiß nicht, ist er den Weg hier runtergelaufen oder? Garen läuft zwar schnell, aber er hat es doch sehr lange gebraucht. Die Fiora war schon um einiges früher da. Willst du ihn wirklich Tower Diven? Nein. Ich würde jetzt weggehen. Richtig, du hast zwar eine Civi an deiner Seite, die auch gar nicht so schlecht steht mit 1,1,5 und auch mit ihrer Klinge der Unendlichkeit auch bestimmt ein bisschen Schaden rausdrücken kann, aber es ist halt immer noch Glück passiert. Und da hat er schön das Speyshield abgewartet. Richtig schön. Jetzt kommt die Ulti und vorbei. Und da hat sich der Garen noch den Dings geholt. Also ich nehme alles zurück. Also er nimmt mit Garen alles auseinander. Das hätte ich nicht erwartet. Es ist halt unerwartet. Ja, es ist unerwartet. Exakt. Die Annie ist wieder sehr, sehr stark. Das ist klar. In 20 Minuten, äh Sekunden, Minuten, das wäre etwas arg viel. In 20 Sekunden ist es auch wieder Baron, Dragon, Mann. Du hast heute ein Thema miteinander. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, ich muss so viel reden und so viel gleichzeitig machen. Ich rede normalerweise nicht so viel. Ach so, okay. Das ist, äh, deswegen rede ich auch manchmal scheißdreck, wenn ich jetzt halt was anderes sage. Baron ist wieder ab. Äh, ich habe schon wieder falsch gesagt, Dragon ist wieder ab. Ja, allerdings versucht ihn keiner der Teams zu machen. Die Lampe und sonst? Die Lampe kam leider einen Tick zu spät. Tick zu spät. Hat leider nicht ganz gereicht und da wird Amumu wieder drauf gehen. Was dann zu seinem achten Tod wäre. Das rote Team hat sich jetzt einen weiteren Vorsprung dadurch geholt, dass sie sich den Drachenwaffe geholt haben. Ja, das sind gleich, weil es sind kein Goldunterschied. Ja, richtig. Also ich habe es nicht so gesehen, weil für mich spielt jetzt gerade Blau viel besser als Rot. Im Moment gerade, sie haben wieder gut aufgeholt, ja. Aber eben sie haben jetzt den Drachen verloren. Sie haben, sie lassen sich immer wieder alleine erwischen, während Rot mit mehreren Leuten durch die Gegend läuft. Und das ist einfach, glaube ich, das, was denen jetzt hauptsächlich zum Verhängnis geworden ist. Es steht 21 zu 13. Es könnte schlimmer sein, natürlich. Aber, ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Es ist auf jeden Fall noch alles drin für das Blaue Team. Und das wird jetzt hier an der Teamfight ohne Galen mit. Das kann Rot sehen, deswegen greift jetzt hier an. Galen hat zwar auch seine ultimative Fähigkeit ab. Aber der ist nicht da. Der ist nicht da. Er ist nicht da, er ist zu weit weg. Amumu wird trotz Ulti getötet. Jetzt ist er da. Jetzt kommt er dazu. Wird er seine Ulti für irgendwas... Er hat sich, er hat nochmal den Kampf ein kleines bisschen umgedreht. Sie haben jetzt einen Kill für zwei Gegner bekommen. Also, die im 5D ist besser aus dem Kampf herausgegangen. Sie haben die Fiora verloren. Wogegen Kalista und Amumu. Amumu steht 1,8. Der wird auch nicht mehr so arg viel Gold geben. Und seine Ulti hat er auch benutzt. Also viel mehr ist er jetzt in dem Moment auch gar nicht mehr nötig gewesen. Um jetzt mal gemein sein zu wollen. Die Annie macht dem Galen schon ganz schön Schaden, gell? Habe ich gerade gesehen. Das ist echt krass. Ja, was hat der Geil alles gekauft? Und er flasht sich schon wieder hinterher. Und die Annie... Und er schafft es schon wieder. Seine Ulti macht echt richtig viel Schaden inzwischen. Ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, weil wir haben das schon vorher gesehen. Mit zwei Skills hatte er halbe Leben noch bei Annie. Ja, richtig. Und dann eben. Sein Silence ist halt sehr lang. Sein Silence von der Kuh ist sehr, sehr lang. Hat man jetzt gerade gesehen, wie lange er daneben Annie hergelaufen ist. Und sie schlagen konnte, ohne dass sie was wirklich tun konnte. Außer ein paar Autotecks raushauen. Vielleicht hätte sie können. Hat sie halt nicht gemacht. Und dann mit dem Drehen, mit der Ulti, sie so auseinanderzunehmen. Hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich. Dass die Ulti reicht, um die Annie zu töten. Wow. Und jetzt kommt der Kampf um die Krabbe. Save the Krab. Krabbe ist die wichtigste. Also, wenn ihr euch entscheiden könnt, Baron oder Krabbe. Macht Krabbe. Immer Krabbe. Krabbe ist immer viel wichtiger. Die machen aber nicht Baron. So viel zu Baron. Die wollen jetzt nicht ernsthaft Baron anfangen. Sie haben fast keine Vision. Rot weiß eigentlich auch nur, dass sie Baron machen. Jetzt haben sie geworden. Annie Clouds. Annie, sie geben es auf. Sie entfernen sich wieder von Baron. Und ziehen sich jetzt auch direkt zurück. Wohl wissentlich, dass unten Morgana und... Dings sehr am Nachpushen sind. Annie aber mit ihrem extremen Flächenschaden tatsächlich sehr viel Schaden macht. Wobei Azir es doch noch schafft, sie auszunehmen. Dafür werden sie jetzt hier unten ganz schön am Bot Tower kratzen. Wenn ihn nicht sogar... Ja, den werden sie einreißen. Ob das so wert war, ist die andere Frage. Sie lassen den Inhibitor stehen. Sie lassen den Inhibitor stehen. Auch weil... Wahrscheinlich, weil Azir gerade kommt. Gute Entscheidung, gut gespielt. Sie haben zwei Champions dafür ausgegeben. Dafür, dass sie jetzt einen freien Inhibitor haben. Auf der Bot Lane. Und einen Kill haben sie, glaube ich, auch noch ein, zwei mitgenommen. Also... Nicht schlecht. Wir sind bei 10k Gold Vorteil. Für Rot. Ach, viel mehr 10k Gold. Ja. Aber trotzdem ist ein Comeback. Hätten sie Baron geschafft. Hätte... Ja. Das wäre richtig anders jetzt. Richtig. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich sehr anders verlaufen. Sie müssen auch mal jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen schauen, dass sie an Objectives dran kommen. Sie haben bis jetzt einen Turm. Den Top Tower. Alle anderen Lanes stehen noch voll im Saft. Also es sind noch alle Türme da. Genauso im Gegensatz dazu hat DM5, der hat... Also, Bot ist ganz... Wenn es inni alles frei ist. Midi ist alles frei bis inni Turm. Genau. Sie sollten ein bisschen mehr pushen, weil ich meine, Bot ist... ist alles da. Midi ist noch alles da. Richtig. Sie sollten, wenn sie das nächste Mal sich einen Vorteil erspielen können... Ein paar Türme mehr kaputt machen. ...versuchen vielleicht ein paar Türme zu bekommen. Da hat sich gerade jemand geflasht. Karl ist noch da alleine im Fluss. Kommen Sie mit ihr jetzt bei Trash? Wir haben jetzt noch 20 Sekunden auf den Drachen. Die machen Drick. Die Roten werden jetzt wahrscheinlich gerade versuchen, sich auf den Drachen vorzubereiten. Während Blau versuchen wird, es ihnen zu verleiten, es zu verhindern. Aber das könnte jetzt der entscheidende Teamfight werden. Also, wenn jetzt Blau diesen Teamfight gewinnt und den Drachen holt... ...dann könnten sie damit das Spiel tatsächlich noch ziemlich gut umdrehen. Aber sie versuchen es offensichtlich gar nicht erst. Lassen die Roten ganz in Ruhe ihren Drang machen. Und... Ja, schenken damit eigentlich den dritten Drachen wirklich her. Oder meinst du, hätten sie lieber reingehen sollen und versuchen, den Drachen zu klauen? Ja, ich meine, das zweite Trick ist nicht so wichtig wie das erste Trick. Ja, richtig. Obwohl, für sie jetzt gerade, das zweite heißt, mehr Scheine zu tun und so. Ja, und... Hätte schon ein bisschen gebracht. Ja. Aber das zu klauen und zu sterben, hätte nichts gebracht. Kannst du nochmal mitgehen? Fiora Ulti hat auch sehr viel drin. Da passiert einfach zu viel. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, so viele Sachen gleichzeitig anzuerzählen. Alle sehr, sehr niedrig. Wirklich, ausnahmslos. Bis auf Annie, die irgendwie mit vollem Leben da rausgekommen ist. Haben alle sehr, sehr wenig Leben aus dem Kampf mitgenommen. Zwei Tote auf der roten Seite, eine auf der blauen Seite. Vorteil für blau. Sie sind jetzt auch... Sie steht 20 zu 27. Sie sind in den Kills gar nicht mehr so weit hinterher. Aber ihnen fehlen halt wirklich diese Objectives. Sie haben einen Drachen von vier. Und sie haben nur einen Tower. Ich glaube, das ist so dieses Hauptproblem. Die anderen haben so viel mehr Map Control, weil nirgends wo mehr ein Tower steht, von dem sie Angst haben müssen. Genau. Außer auf Top Lane, aber wir haben bis jetzt noch gar nicht auf Top Lane gesehen in diesem Spiel. Ja, Top Lane hat Garen und alles gut gemacht. Ja, Garen hat das gut gemacht und alle anderen. Da wird auch der Baron gerade gepinkt. Weil das rote Team sieht nicht niemanden vom blauen Team. Und die werden jetzt wahrscheinlich vermuten, dass sie Baron machen. Was sie vielleicht auch hätten sogar machen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Da sind jetzt alle da. Wukong und Fiora sind da in der Jungle von Rot. Garen... Garen wird top. Amomo... Ja, sie wissen, dass da Wukong ist. Da haben versucht, geht zum falschen Wukong. Also, ich... Was kann Fiora da machen? Nicht reingehen, Fiora. Dieser Amomo ist sehr abenteuerlustig, sage ich jetzt mal. Es sind jetzt auch wirklich... Wir stehen jetzt gerade wieder 5 gegen 5 vorbei. Blau sehr weit aufgeteilt ist. Es kann ein Vorteil sein, wenn du die Leute flanken kannst. Aber... Es ist doch eher ein Nachteil, wenn sich dann halt das ganze Team nach links dreht. Und alle jetzt... Wenn sie jetzt auf Amomo und Garen draufgegangen wären, dann hätten die keine Chance gehabt. Sie wären zu 5 gegen 2 gewesen. So. So könnten sich Blau jetzt wieder neu formieren. Und mit ein bisschen Glück dadurch jetzt auch, dass das Rot sich jetzt wieder komplett aufsplittet. Die sind jetzt noch zu dritt. Blau wäre jetzt zu viert gerade in der Mitte. Das wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen. Jetzt sind sie wieder zu viert. Was bringen die alle? Die möchten mit. Die möchten mit durchbischen. Ja. Garen ist wieder in Top Lane. Ja, Garen ist wieder sonst wo. Wir sehen auch sehr schön, da beim Baron überall rote Worts. Ja, also sie wissen genau, wo Garen ist. Die könnten jetzt Garen holen und das werden sie jetzt machen. Und das machen sie jetzt auch. Was machen sie jetzt? Oder auch nicht. Das war schade. Und jetzt kommt die Wukung-Ulti. Garen ist jetzt in Fight. Garen kommt dazu. Garen spin to win in der Mitte. Muss aber jetzt auch schauen, dass er wieder rauskommt, weil alle seine Teammates nicht mehr bei ihm sind. Das ist eine Dreifach-Tötung. Also beziehungsweise zwei Doppeltötungen und eine normale Tötung. Ein Ass für das rote Team. Denkst du, dass sie es jetzt hier schaffen. Sie haben jetzt 30 Sekunden. Und damit haben sie 30 Sekunden Zeit, um sie zu pushen. Sie können alles holen. Sie werden auf jeden Fall mindestens den einen Tower holen können. Wenn die Creeps schnell genug nachkommen, was sie jetzt auch tun. Alter, ich glaube, die holen beide Türme. Sie holen die beiden. Sie holen beide Türme und wahrscheinlich finischen sie direkt. Die haben 10 Sekunden noch. Wahrscheinlich finischen sie direkt. Oh mein Gott, ja. GG. Das war's. Das war... Okay. Sehr nice. Sehr nice. Schönes Spiel haben wir gesehen. GG für... DM5. DM5D, ja. Muss ich auch sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen. Das war richtig gut. Wir haben sehr gut gespielt. Amumu war so ein bisschen das schwache Glied in der Kette bei Blau. Garen war auf jeden Fall MVP, muss ich sagen. Garen war MVP. Obwohl er verloren hat, MVP. Weil, ja. Das war richtig gut. Wir haben jetzt unsere erste Finalisten. Wir haben unsere ersten Finalisten. Die Favoriten aus dem ersten Spiel haben gezeigt, dass sie tatsächlich Favoriten sind. Genau. Und, äh, sind jetzt ins Finale eingezogen. Fragt mich nicht, warum jetzt gerade wieder diese Kamera hier rumdödelt. Was ist denn los? Wir haben jetzt den Kromak hier rausgemacht. Mensch. Oh, ich bin jetzt viele grüner. Genau. Hey. Die Wand ist wieder da. Yay. Sieber Jungs ist stark. Team Char und Schilopi. Haben wir gemerkt. Garen ist aber MVP. Schreibt mal. Sorry, ich habe immer gesagt, Sieber ist gut. Ja, richtig. Du hast immer gesagt, dass Sieber gut ist. Uns wurde gerade vorgeworfen, dass Sieber doch gut sei. Und das ist, ich nehme alles zurück. Ich habe behauptet, dass ich Sieber nicht so wahnsinnig gut finde. Ähm, aber er hat immer gesagt, dass Sieber gut ist. Beste Spieler aber von der anderen Mannschaft war die mit AP. Ja. Ani war das Beste, finde ich. Wokong, wie immer, so der, der ist ein richtig guter Jungler. Er war immer dabei, immer da Leute zu helfen. Ja. Absolut. Es hat, es hat, es hat, äh... Schade für BBQ eigentlich, die waren gut. Die waren, die waren echt gut, ja. Sie haben sich jetzt auch relativ viel Arbeit gespielt gehabt. Ähm. Und, äh, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf das Ergebnis von dem anderen Spiel. Äh. Von. Pse. Ähm. Wrist5 gegen Winnor ASK. Das sind auch zwei sehr, sehr starke Teams. Ähm. Ich bin gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Ich habe noch eine Frage. Okay, der, äh, dritte, vierte Platz ist auch, äh, wie auf drei? Ähm. Eigentlich nicht, aber könnten wir eigentlich schon machen, gell? Ich meine, wir werden ja das Finale jetzt um, um, wie viel um fünf? Äh, eigentlich, um halb sechs. Eigentlich um halb sechs. Okay. Äh, je nachdem, wie schnell die anderen fertig sind, können wir auch ein bisschen früher anfangen. Ähm. Aber ich würde jetzt erst mal von halb sechs ausgehen. Genau. Und danach, die Spieler danach, können wir dann direkt fünf Minuten Pause, dann das nächste Spiel machen. Und Best of, Best of Three, das wird gut. Ja. Da freue ich mich allerdings tatsächlich auch schon drauf. Äh. Okay. Ansonsten würde ich sagen... Die M5D hat jetzt, ähm, sicherlich einen, ähm, einen Pokal. Ja, sie haben sicher einen Pokal. Das ist richtig. Äh. Und... Und die sehen gar nicht so schlecht aus. Das hat er alles gemacht. Also... Danke. Ich kam mit Idee und war richtig, richtig gut. Ja, ich bin auch. Ihr seht, ich bin echt, ich bin echt neidisch auf euch, dass ihr euch die aufs Regal stellen dürft. Ja? Das darf ich nämlich nicht. Ja. Kannst du das nächste Mal organisieren? Ich bin mitspielen. Ich kann es nächste Mal organisieren. Ich habe, ich habe eh keine Chance. Ich verliere sowieso. Aber, äh... Ich könnte meine Jungs nach Heuschen holen. Deine Jungs, die dann mich irgendwo mitziehen. Genau. Ja, okay. Genau. Das wäre es. Ja klar, wir machen jetzt, wir machen jetzt hier das Hochschulturnier. Das wird, äh... Merkt euch meine Worte. In zehn Jahren sind wir wichtiger als die LCS. Sagen wir so. Nächstes Jahr sind wir wichtiger als, egal welcher anderen Referat in Haifo. Das ist, äh... Eine Hoffnung. Aber ich glaube, über das Kletterreferat kommen wir so schnell nicht weg. Das Kletterreferat hier im Vortrag ist sehr, sehr cool. Wie viele Zocker gibt es da? Es muss welche geben. Wir sehen wahrscheinlich mehr als alle anderen. Und ihr wollt wahrscheinlich noch mehr Turnier sehen. Vielleicht noch, äh... Dota 2, CSGO, Smythe. Ich bin für alles dabei. Ich bin auch, äh... Eigentlich für alles offen. Ich werde nichts anderes außer, äh... League of Legends casten, weil ich mich bei nichts anderem gut genug auskenne. Ja, wir... Wir suchen jetzt Leute, die sowas machen. Ja, genau. Wir suchen... Es ist auch so, wir wollen ja auch selber studieren. So ein bisschen. Und, ähm... Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Und darum, ähm... Es ist auch so, dass wir... Wir sind zwar die Referatsleiter, Aber wir brauchen immer noch Gruppenleiter, wir haben jetzt in Furtwangen, haben wir einen Gruppenleiter für die CSGO-Team, das sich eben komplett autonom dann organisiert, das selber sich zum Training trifft, das selber und so weiter. Aber dafür braucht man halt ein kleines bisschen Engagement. Was heißt Engagement? Ähm, ähm... Heute in der Woche ist das HFU Barstone-Turnier, ein offizielles Unterturnier von der Meisterschaft, äh, jetzt von Hartstone. Da wird hier an der Hochschule Furtwangen wird auch ein Austragungsort sein, mit 16 Teilnehmern, glaube ich. Äh... Und der Gewinner kommt tatsächlich in die nächste Runde, dann im, im, im Deutschlandentscheid, glaube ich, und der Gewinner da kommt dann ins Finale auf die Gamescom. Mhm. Ähm, es gibt noch einen riesen Haufen Zeug zu gewinnen, richtig schöner Swag von, äh, Blizzard, die sind irgendwie cooler als Raid. Die sind irgendwie cooler als Rito. Das nächste Mal machen wir Heroes of the Storm. Hast du mal gespielt? Hab ich gespielt, hat mir nicht die Brune gefallen, aber wir machen Heroes of the Storm. Hahaha. Ne, es ist, es hat, es hat schon etwas, so als Diablo zu spielen. Es, es macht schon Spaß. Also, ich verstehe es noch nicht, weil es ist schon, es hat schon ein Mova, äh, viel Ansatz, glaube ich. Was? Achso, Heroes of the Storm. Richtig. Habt ihr vielleicht Bock vor Hotz? Ja, genau. Wenn, wenn ihr Bock habt, äh, oder auch genug Leute dann habt, um ein Team zu machen, und ihr braucht noch irgendwen, unter dessen Namen ihr das machen könnt, oder halt, als offizieller, ist doch auch geil, als offizieller Vertreter der Hochschule bei so einem Turnier im Wind machen. Ist, macht Spaß. Ist doch bestimmt geil. Eben, ihr habt ja jetzt gerade mit eurem, mit Schwäniger CSGO Team, äh, teilgenommen, am, am Hochschul-Turnier. Ja, es ist, ja, es ist noch, es ist noch ein bisschen underground, noch nicht richtig schön gemacht, nächstes Jahr wird richtig losgehen. Es ist halt bei, weißt du, CSGO in Deutschland, Schießereien, so, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ja, muss nach Amerika gehen, das ist ganz normal. Ja, ich meine, Amerika hat jetzt die, LOL, so Collegiate-Liga, mit Unis, ähm, Heroes of the Dorms, gab's auch, also, die sind ein bisschen weiter, als uns, in so, was, äh, Hochschul-Turniere sind. Ja. Aber, ich meine, wir haben, wir waren, wir waren nur fünf Leute vom Haifu, welche vom Furtbanken und nicht, die leider, die vom Furtbanken sind jetzt im siebten Semester, die mache ich nicht weiter und ich bin letztes, nächstes Semester im Auslandssemester. Wir suchen Leute, die CSGO weitermachen, wir waren Zweite, wir haben leider gegen, äh, die Uni Bayreuth verloren. Ja. Ich muss aber sagen, die sind bei eSports in die Uni und so, viel weiter als uns. Ja. Ja, weil, ähm, die sind die erste, ähm, Uni in Deutschland, die eSports als Sport anerkennen. Das heißt, man kann, eine von unseren Spieler bekommt, hat da ein Stipendium bekommen, ein Master, das wir machen. Okay. Wie cool ist das denn? Ein, ein eSports-Stipendium. Leute, wir brauchen eine Petition, jetzt, eine Petition, äh, an die Hochschule, dass eSports als offizieller Sport anerkannt wird und dass wir, äh, Stipendien vergeben sollen. Ein eSportler. Und, dass wir als eSport-Referat mehr Unterstützung von der Hochschule wollen. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich soll den T-Shirts bekommen. Ich will T-Shirts haben. Ich will T-Shirts haben. Hauptsache T-Shirts. Alles anders ist egal. Hauptsache wir haben T-Shirts. Ähm. Äh. Irgendwie, hab ich das Gefühl, dass mein Nightbot aus ist. Hier Kündchen. Ja, tut mir leid, der Nightbot ist, äh, ausgefallen. Hier, hier steht, äh, W.O.A. hat gewonnen. Leider, Land-Frienders-In-Leider. W.O.A.F.K. hat gewonnen. Äh. Das hat jemand geschrieben hier, Alpha Big Mac. Ja, ich hab's jetzt auch grad, äh, hier, sehen wir's. Mit 30 zu 15. 14. Je nachdem. Ah, sorry. Je nachdem, wo du schaust. Wow, okay. Da ist wohl jemand exekutiert worden. Ähm. Ja, damit haben wir, äh, ich aktualisiere grad mal schnell unseren Turnierbau. Damit ist... W-Noor AFK. Äh, im Finale. Das Team, was wir noch gar nicht gesehen haben, wo ich aber von Anfang an gesagt habe, die sind ziemlich stark. Äh, das Team haben wir noch nicht gesehen, wir haben's noch nicht gecastet. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ähm, W-Noor AFK, äh, klingt erstmal... Wir hatten, sie sind sehr, sehr spät dazugekommen. Das sind die Letzten, die sich angemeldet haben. Okay. Und jetzt sind sie im Finale. Ähm, ich würd sagen, äh, dann machen wir nochmal eine Viertelstunde Pause. Ja, und dann... Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann sehen wir uns in... Dann wieder... In das Finale. Im Finale. Bis dann. Und dann... Go, go, go. Freakies AFK. Scheiße, Freakies AFK. Er hat doch jetzt gerade gesagt, dass es geht. Ne? Wir müssen von Anfang an spielen. Da siehst du. Doch, doch, jetzt geht's. Alles da. Anni, endlich gewandt. Sie haben aus ihren Fehlern, sie haben gelernt. Sie haben sich angeschaut und haben gelernt, dass die Gegner eine gute Anni haben. Erste Queen, da denkst du auch. In den ersten Spielen haben sie Queen gespielt. Ja. Zwei. Also wir haben noch nichts vom Winner AFK gesehen. Das wird lustig jetzt. Richtig. Gragas. Haben wir auch gesehen, die Ulti war richtig... Ja, die Ulti war immer richtig gut eingesetzt. Allerdings war bei Gragas... Der Gragas war bei... Luger the Flick... Bei RISD 5. Das war der Gragas, der da gespielt hat. Wobei, eben... Es ist ein Gragas. Gragas ist ja nicht nur ein... Das habe ich noch nie gesehen. Ein... Ein... Schäkko-Band. Ja gut, das kann ich aber verstehen. So wie sie im ersten Spiel Schäkko gespielt haben, ist dieser Band schon sehr... Das ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich glaube ich auch Bands sehen, die aufgrund von vorherigen Spielen waren. Da hat jetzt halt tatsächlich leider Winner AFK einen Vorteil, weil wir haben auch kein einziges Spiel von den anderen übertragen. Okay, und Sejuani-Band ist auch... Sejuani-Band ist auch, ja. Sejuani, sorry. In Spanien ist Sejuani. Ja, Sejuani, Sejuani, was auch immer. Es streiten sich eh immer alle, wie man welchen Champion ausspricht. Deswegen fangen wir jetzt bloß auch nicht damit an. Und wir haben jetzt hier ein... Asch... Braum-Duo. Das ist die beste Failure-Kombi. Das ist einfach Failure. Wobei... Obwohl, warte. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Ich erzähle noch ganz kurz, welche... Was für eine Team-Aufstellung wir im Spiel um Platz 3 haben. Wir haben Gragas, Bart... Ähm... Tatsächlich, Bart... Ähm... Shen. Shen. Okay. Tatsächlich. Udyr, Eschi und Diana. Okay. Das ist auch ein interessantes Match-Up, muss ich sagen. Ich weiß, dass der Trash... Ein ziemlich guter Trash ist, haben wir auch gerade vorhin gesehen. Dass sie relativ gut gespielt haben. Ähm... Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie es bei denen läuft. Welche Minute ist jetzt jetzt? Die sind jetzt... Die sind jetzt gerade bei der zweiten Minute. Ah, okay. Es steht 0-0. Ähm... Es ist... Hat keiner invaded oder sonst irgendwas. Deswegen sind wir ganz normal. Wir haben... Bei uns auch ein paar neue Bands. Wir sind... Ähm... Die Botlane ist jetzt schon vollständig. Für Winner AFK ist es... Ähm... Kalista zusammen mit... Äh... Leona. Morgana. Morgana. Leona. Leona... Ein... Ein super starker CC-Tank. Mhm. Sie ist eigentlich das... Das CC-Monster überhaupt. Ähm... Rek'Sai wurde meiner Meinung nach relativ stark in Grund und Boden genervt. Äh... Kann immer noch Schaden austeilen, aber sie hat einen schwierigen Start inzwischen. Mhm. Und ähm... Ja, ich bin überrascht. Man kann sicher was gut damit spielen, aber sie ist auch nicht ganz einfach. Genau. Und in anderen Seite sehen wir jetzt... Ähm... 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 Das ist der... Übrigens Manuel. Das ist mein... äh... Ähm... Ist auf jeden Fall amüsant. Und ein... Ein Maukai. Maukai und Katharina. Maukai haben wir heute schon mal gesehen. Mhm. Katharina noch nicht. Katharina noch... Wurde ein paar Mal gewandt, glaube ich. Einmal gewandt. Er wurde einmal gewandt und mehrmals schon geteasert, aber dann doch noch umgeswitscht. Katharina gegen Abi. Du weißt, was zu tun. Timo wählen. Timo gegen Maukai. Ja, Timo wählen. Timo gegen Maukai. Do it. Do it now. Ha, Sven. Oh mein Gott. Das ist ein Tiss. Ja, es war... Riven ist viel besser. Riven gegen Maukai. Das verspricht schmerzhaft zu werden. Ähm... Wir werden sehen, ob es dabei bleibt. Oder ob nicht. Ähm... Ich würde mich freuen, eine Riven zu sehen. Hatten wir heute auch noch nicht. Riven ist zur Zeit wieder relativ stark. Tatsächlich. Ähm... Aber... Ja, der Maukai wird sich immer noch dafür, äh... Also... Ich hab's gerade vorhin schon gesagt. Maukai muss sich sehr stark darauf verlassen, dass seine Kollegen für ihn Schaden machen. Und er kann sie eben durch... Gerade durch seine ultimative Fähigkeit sehr gut beschützen. Dadurch, dass er sämtliche Schaden von anderen Leuten abnimmt oder halt verringert. Ähm... Ich finde, in dieser Komposition ist Maukai auch ein viel besserer Pick. Weil wir haben eine Katharina, die Schaden macht. Wir haben eine Kalista, die Schaden macht. Wir haben eine Rek'Sai, die auch Schaden machen kann. Ähm... Dies alles zusammen ist auf jeden Fall eine viel bessere Kombination als einfach nur mit dieser Jinx gerade vorhin als Damage-Dealer. Die... Ähm... Die da nicht wirklich... Also was ja offensichtlich, wie wir gesehen haben, nicht funktioniert hat. So, in 10 Sekunden geht's los. Ähm... Jams wurden getauscht und so. Jetzt geht's los. Ui. Für alle anderen geht's los. Wir warten jetzt erstmal noch drei Minuten. Ja. Machen kurz Musik. Machen ein bisschen Musik an. Und wir kommen gleich wieder. Okay, wir bringen das Spiel langsam wieder zum Laufen. Während ich gerade merke, dass unser Bildschirm ja schon lange nicht mehr aktuell ist. Wir bringen's wieder zum Laufen. Und irgendwie ist das Spiel abgestößt und man konnte nicht mehr reinkommen und so. Deswegen müssen wir das Spiel leider neu starten. Also Bann-Pick-Phase wird richtig schnell sein, weil jeder weiß, was man bannen und picken sollte. Genau, weil es genau dieselben Bands und Picks sind eigentlich egal. Aber es sind dieselben Picks wie vorher. Ähm... Ja. Und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass noch zwei Leute fehlen. Und wir müssen uns hier gerade mal ganz kurz anschauen. Wir sehen... Also wir sehen nicht, dass noch einer fehlt. Aber es fehlt halt einfach noch einer. Und äh... Nur eine Sache... Auf den warten wir noch. Ich muss sagen, es sind Leute aus Argentinien, die mich schauen. Deswegen muss ich nur was auf Spanisch sagen. Mhm. Lulou, hola, des Alemania. Y gracias por ver el stream. Ja. Ja, genau. Danke fürs Anschauen vom Stream. Äh... Grüße aus Deutschland. Genau. Ja? Ja, ich kann Spanisch, ich kann Spanisch. Ich kann kein Wort Spanisch, aber das habe ich verstanden. So, hier fehlen noch zwei Leute. Ja, zwei Leute fehlen noch. Was seid ihr? Was ist los? Die im Five. Team... Die im Five. Wir... Wir warten. Die im Five. Oh Rito, bitte. Ja gut, ich weiß nicht, ob es wirklich an Riot lag. Aber es ist auf jeden Fall schade, dass es jetzt wieder so lange dauert. Wir können ja so lange mal ganz kurz ein Blick auf das dritte Spiel werfen. wir können euch leider nur was erzählen dazu, weil wir jetzt kein Live-Schalte-Equipment haben und nicht bei zwei Spielen gleichzeitig zuschauen können. Noch nicht. Vielleicht nächstes Mal. Wir werden sehen, dann wird es vielleicht auch nicht ganz so kurzfristig sein. Im Moment steht es 11 zu 22 für Barbecue. Jeweils ein Drake und 12 zu 21 für Barbecue. Jeweils ein Drake und ein Tower auf der Seite von Wrist5. Das macht einen insgesamten Goldvorteil von ungefähr 4K und wir halten hier auf dem Laufenden, was im dritten Spiel abgeht. Es sieht aus, als wären bei uns jetzt wieder alle da. Dann können wir jetzt auch wieder loslegen. Dann können wir auch wieder loslegen und wir werden zwar wieder drei Minuten warten müssen, aber hoffentlich läuft es dann bis dahin ein bisschen schneller. ich habe es natürlich gerade eben voll vergessen gehabt, dass die schon seit drei Minuten draußen waren. wo wir dann endlich mal raus sind, dass es dann natürlich so Jungs, einfach etwas bannen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt dieselben Sachen bannen, hauptsache ihr bannt das Gleiche. Oder halt ihr pickt das Gleiche. Oder ihr pickt das Gleiche, was ihr bannt, es egal ist. Und nicht bannt, was gepickt wurde. Natürlich. Ja. Richtig. Hauptsache einfach, dass wir das gleiche Spiel wieder bekommen. Genau. Das ist erst mal alles, worum es geht. Bitte bannt Timo. Das war richtig geil zu sehen. Ja genau, bannt Timo. Weil weil Timo hat ja eh keiner Timo gepickt. Dann können wir auch Timo bannen. Nein, sie machen das Gleiche vorher. Vorher. Timo, Timo, Timo. Engragas. Ja. Es ist vorbei. Ja, 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 ich weiß. Nicht dieselben Sachen bannen, aber die gleichen. Nein. Hauptsache ihr bannt, es wird was gebannt, was nicht davor, was nicht gepickt wurde. Ich rede schon den ganzen Tag. Mir wird langsam eine Mundfusselig und das ist klar. Ja, es ist enorm. Dann darf ich mich auch mal verquatschen, ne? Ist doch genau. So, wir haben Kalista und Frexai. Was wird hier noch? Eine Adi fällt. Und äh, ich hab voll vergessen. Sivir. Sivir, stimmt. Stimmt. Ah. Sag ich doch. Eine Sivir. Kata und Leona und? Äh, was war es? War nicht hinter mir. Ja, das war, ich wollte gerade sagen, es war nicht hinter mir. Sondern wir haben, es war, wunderbar. So, in vier Minuten geht's los. In unserem Fall. Wie lange geht das noch? Ja, das läuft jetzt seit 24 Minuten. 24 Minuten. Gerade gesehen, Darius einfach Womp. Sag mal, äh, 8 sind so? Äh, es steht 14,26. Ähm, inzwischen. 14,27 jetzt gerade. Ähm, es sieht sehr gut aus für Barbecue. Moment gerade. Sie haben inzwischen drei Tower, immer noch den einen Dragon, der allerdings in 10 Sekunden auch schon wieder respawnt. Ähm, haben 8k Gold Vorsprung und eine ganz gut gefielte Diana. Ja, die werden sich beim nächsten Spiel zweimal überlegen, ob sie Bart picken, weil der Bart, der steht jetzt leider 1,9. Und, äh, die Diana ist mit 15,4 nun mal der absolute Carry im Moment gerade. Damit sind wir schon bei 16,4,2 für die, äh, Diana, dass, äh, die müssen wirklich jetzt versuchen, dass sie diese Diana gestoppt kriegen, weil, aber obwohl sie halt jetzt auch gerade alleine zwei Wie viele Drakes und Turme und so? Ähm, Drake wird jetzt gerade der zweite gemacht, äh, für, ähm, für Barbecue. Das wäre eben der zweite Drake für Barbecue, der erste, ähm, äh, ein Drake hat sich RISD5 auch geholt und es steht jetzt gerade 15,3 wobei eben tatsächlich die Diana die Hälfte der Kills, äh, des Teams hat. Also wenn man die rausnehmen kann, dann steht's nur auf 15,15. Wenn man die Diana mal wegrechnen würde und, äh, das wäre dann so. Also wenn man sie alleine irgendwie rausgepickt kriegt, dann hätte man vielleicht eine Chance. Aber, wir werden sehen, wie, wie sehr sie sich da erwischen lassen. es ist eher so, gerade das Diana einzeln, die sich die Leute rauspickt und dann einen nach dem anderen sich holt. Und da ist die Diana getötet worden. Endlich, vielleicht. wir haben es auch noch 30 Sekunden zum ersten Finalspiel jetzt endlich mit, äh, einer halben Stunde Verzögerung. Leider, ja. Leider durch, durch, äh, diverse Abbrüche und so. Wir werden jetzt nicht eine dreiviertel Stunde Pause jedes Mal zwischen den nächsten Spielen machen, sondern wir werden fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten Pause machen, dass wir einfach ein bisschen was trinken können oder so und danach, äh, oder dass die Spieler sich auch kurz entspannen können, vielleicht nochmal kurz über ihre Taktik sprechen und dann legen wir direkt weiter los, also machen wir direkt weiter mit den nächsten Spielen. Sind das die selben Skins wie gerade eben? Ja, glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher. Fullmetal Ramos. Ich glaube nämlich auch nicht. also das obere Team hat keinen einzigen Skin, aber wenn wir uns alleine nur die, äh, Platin und Gold und etc. Verteilung anschauen, dann ist es jetzt genau ausgeglichen. Zwei Platiner, zwei Golden und einen Diamond, also ehemalige von letzter Season. Ich glaube, das könnte ein sehr ausgeglichenes Spiel werden. Das sind diese drei Spiele jetzt. Drei, ich habe drei gesendt, sorry. Ich habe drei gesendt. Es werden drei. Du sagst, es werden drei. Es werden drei. Ähm, die drei Spiele werden wahrscheinlich die besten drei von heute. Wahrscheinlich vor allem. Also Manuel, bitte was machen. Wie gesagt, äh, ich vermute auch, dass es die äh, spannendsten auf jeden Fall werden. Stich zu, wie geworfener Eisberg. Ähm, pass auf. Doch passt zu, Mit den Champions. Nö. Nein. Jetzt passt es. Adi. Hier ist auch die Frage, gerade, ob sie sich jetzt wirklich, äh, ob sie sich wirklich prügeln wollen in der Mitte oder ob sie einfach nur ein bisschen gegenseitig ... bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Wir sind nämlich auch hier. Währenddessen hat gerade im, im, im Spiel um den dritten Platz, äh, hat RISD5 gerade einen richtig, ganz guten Teamfight hinter sich gebracht, wo sie, äh, drei Kills bekommen haben und nur einen Spieler verloren haben. Ja, die pushen jetzt, die, und die pushen jetzt den Inhibitor Tower. Ja, die Inhibitor Tower. Und sie holen noch zwei Leute. Sie holen noch einen mindestens. Äh, es scheint bei dem einen zu bleiben. Turm ist weg. Sie haben jetzt den Inhibitor Tower bekommen, was jetzt tatsächlich auch der erste Inhibitor Tower in diesem Spiel ist, den, äh, ein Team verloren hat. Wo, womit jetzt, äh, sie jetzt doch ein kleines bisschen aufgeholt haben, aber die Kills stehen halt nun mal leider 20 zu 38. Das heißt, da ist jetzt auch schon ein bisschen was, kann man sagen, das sind schon klein. Kannst du über Gold-Unterschied zeigen? Ähm, der Gold-Unterschied liegt nur noch, muss man sagen, bei 7k. Ah, okay. Bei 7.000. Das waren ja auch schon ein paar mehr. Ähm, bin ich auch echt überrascht. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt ausgeht. Die scheinen sich doch noch ein bisschen ebenbürtiger zu sein, aber jetzt versucht Barbecue gerade, ähm, den Baron Naschel zu töten. Schafft das auch? Wird dann überhaupt nicht angegangen? Äh, von, von, von Wrist5. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt schon mitbekommen haben. Aber jetzt sieht's ein bisschen mau aus. Wenn jetzt, äh, Barbecue ihren Vorteil, äh, doch Barbecue ihren Vorteil nutzen können, dann scheint es mir wirklich so, als ob jetzt gleich das Spiel vorbei ist. Und wir sehen hier auch gleich den First Blood. Sehen wir es? Sehen wir es nicht? Nein, wir sehen es nicht. Nein, Leona hat es richtig gut gemacht. Leona hat sich gut weggeflasht. Beide haben geflasht. Und auch hier wird wieder das Gold geteilt, immer schön die großen Creeps genommen. Es ist auch eine Sache, gerade in der niedrigeren Elo-Bronze oder teilweise auch noch in Silber ist es tatsächlich so, dass die Leute sauer sind, wenn ihre Supporter ihnen Creeps stehlen, obwohl sie ja eigentlich nur exekutieren und auch das Gold nur teilen. das ist so dieses das, was irgendwie viele nicht nicht verstehen. Kalista macht mit ihren Sperren gerade ganz schön Schaden an Braun. Aber das ist ja zu erwarten. Auch hier in der Mitte alles ruhig. Auf der Top-Lane war gerade eben noch ein Gank, der jetzt aber auch ganz schnell wieder abgewunden wurde. Riven steht um einiges schlechter da wie Maok. Kai. Muss jetzt sich ein bisschen in die Towers ziehen. Genau, obwohl Ramos gerade gegankt hat. Und jetzt kommt Ramos nochmal ganken. Sieht aber, dass er gesehen wurde und nimmt halt noch den Wort mit und verzieht sich wieder zurück in seinen Jungle. Nichts passiert bisher in diesen 5 Minuten, die wir hier spielen. Wir hatten 1, 2 Flashes, die schon raus sind. Ja, der Flash von Marokai ist draußen und der Flash von Leona ist draußen und der von Sivir und ansonsten ist noch nicht wirklich groß was passiert. Keine sonstigen Summoner-Spells und sonst irgendwas. Auch im Spiel um den dritten Platz ist noch nicht viel weiteres passiert. Wir halten euch da, aber gerne auf dem Laufenden, falls was los sein sollte. Marokai ist mit sehr, sehr wenig Mana, ein Problem, das Riven natürlich nicht hat, da sie ja bekanntermaßen nur von ihren Abklingzeiten eingeschränkt ist. Die Viecher sind mega top. Ja, ich habe gerade gedacht, Kalister denkt sich auch, wer braucht schon Worts, wenn man diese tollen patrouillierenden Viecher hat, die jetzt aus Lammus gesehen haben. Also sie wissen, dass Lammus kommt. Richtig. Und trotzdem engagen die anderen. Hätte ich nicht gemacht. Da ist jetzt schon ein Flashback. Ja, genau. Da ist die passive von Dings raus. Ja gut, sie haben engaged, also ich meinte jetzt, dass DM5D engaged hat, obwohl sie wussten, dass sie kommt. Sie hätten sich schneller zurückziehen müssen. In dem Fall sehen wir auch, Ramos versucht es nochmal. Beide keinen Flash ab. Und die passive wird die passive? Nein, die passive wird nicht getriggert. Hat Leona nochmal sehr viel Glück gehabt, sonst wäre das jetzt das Versplatt gewesen. jetzt kommt erst Versplatt. Versplatt, komm. Das ist der Blutvolls Zibi, oder? Die mit ihrer Klinge gerade so die Kalista noch erwischt hat. Schade für den Winner der AFK. Aber bis jetzt, Versplatt Minute 7 ist das schon ein bisschen spät. Bis jetzt, oder? Wir hatten schon eine Minute, zwei Minuten, Ja, ja. Genau. Man merkt, dass sie wissen, was sie machen. Beziehungsweise, dass beide sehr großen Respekt vor den Gegner haben. Keiner traut sich so richtig irgendwie was riskantes zu machen. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr freut. Mich sehr freut, dass wir so richtig schön ausgeglichene Spiele haben. Ich sehe hier gerade im Chat, Kalistas Heal ist weg. Nein, Kalistas Heal ist draußen. Er ist noch, ist da. Oh, das wird Riven, na, das ist jetzt ein schönes Schermüssel gewesen, aber Riven schafft es sich dann nochmal rauszuholen. Sie ist jetzt auf sehr niedrigem Leben und sollte vielleicht versuchen, dass sie da wegkommt, weil Marokai wirklich noch fast volles Leben hat. Er hat zwar nicht mehr allzu viel Mana, aber wirklich fast volles Leben und da müsste er halt vielleicht versuchen, sich da noch irgendwie rauszuholen. Also sie sollte vielleicht versuchen, möglichst entweder jetzt viel Leben zu regenerieren, wenn der Marokai sie in Ruhe lässt, was er durch sein weniges Mana fast muss oder einfach wegzugehen. Es scheint, als ob sie sich fürs Regenerieren entschieden hätte und da geht sie wieder rein und ob das mal jetzt nicht ihr Verderben war, da flasht sie sich weg. Marokai hat kein Mana mehr und muss deswegen Riven ziehen lassen. Sie als Champion ohne Mana kann sich natürlich noch weiter immer wieder weiter rein. muss es aber trotzdem vorsichtig sein, ein Marokai macht auch Damage, wenn er keine Spells hat oder mit sehr wenig Mana, weil das reicht dann halt schon mal für einen Spell und dann kann man als Riven dann auch schon mal draufgehen, gerade im Early Game. Richtig gut gemacht vom Just Have Some Fun also Riven wusste nicht, dass Rek'Sai da war. Rek'Sai war früher da unten bei wo gewordert wurde und die hat wahrscheinlich gedacht, die ist noch da. Wir sehen, Rek'Sai kommt mit dem Lane Gang. Marokai flasht raus, geht wieder rein, um sich den Kill abzuholen auf der Riven und kann das jetzt wahrscheinlich auch in Dings voll äh kann das jetzt hoffentlich auch in seiner Lane umsetzen. Jetzt kommt die Ulti kommt raus für Braum wird Braum es sich schaffen loszuwerden. Er ist Ignited, das Ignite ist aber weg und da kam der Flash von Katharina um jetzt den Braum da noch zu bekommen. Schön und juck jetzt von der von der Rek'Sai die sich auch dank ihrer Tunnels in Sicherheit bringen kann. Wobei das war jetzt auch wieder eher so ein Tank Scharmützel beide so machen nicht wirklich Schaden am anderen und dadurch hat sich auch ganz schnell wieder aufgelöst gehabt. Ja ich muss mich korrigieren das war gerade eben natürlich sehr gut gemacht von der Rek'Sai aber der Maokai hätte auch einfach nur draußen bleiben können und die Rek'Sai hätte den Kill bekommen aber dadurch hat jetzt der Maokai den Vorteil auf der Lane dadurch dass er den Kill bekommen hat der steht BBQ hat gewonnen hat laut meinem stream das ist noch nicht ich habe ich habe zu kannst du uns vielleicht einen screenshot teilen im chat genau nee das geht nicht weil ich ich habe links ausgemacht wie gesagt im moment es sieht wirklich sehr sehr gut aus für BBQ sie stehen hier gerade 26 46 28 haben haben teilweise einen Baron Buff ja er sieht nach DG und im Moment sieht es gerade aus als würden sie jetzt gerade den Dings ein rennen also wir können bestätigen was Jessi gerade gesagt hat dass der Nexus explodiert und Barbecue gewinnt das Spiel und ist damit der dritte Sieger in unserem ersten League of Legends Turnier an der Hochschule herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle nochmal wir werden euch eure Pokal zukommen lassen wir setzen euch dann zwecks den weiteren Vorgehensweisen noch mit euch in Verbindung aber das machen wir dann wann anders ich habe heute keine Lust mehr mich darum zu kümmern oder ihr könnt jetzt gleich direkt kommen und es abholen wenn ihr das machen wollt wenn ihr es noch im Stream euch den holen wollt mal euch zeigen wer jetzt denn gerade hier dritter geworden ist es bestimmt auch nicht schlecht für die zuschauer ähm ja ich will mich ich will mich nur jetzt heute kümmern nicht ich habe heute abend noch viel zu tun mit dem aufräumen und alles ich mache das dann morgen beziehungsweise übermorgen also es wird schon sehr zeitnah passieren keine angst noch noch mit ich einfach mir ja es er wir ich keine neue eu nie wir Vielen Dank. Sie machen alles richtig und deswegen kamen wir erst in 15 Minuten 2 zu 1. Also bis heute noch nicht. Richtig. Ich habe es prophezeit, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel sein wird. Auch, dass jetzt noch alle Tower stehen noch. Wie gesagt, wir haben bis jetzt tatsächlich nur diesen einen Kill. Wobei jetzt wird es reichen. Es reicht für die Katharina, dass sie mit dem Ignite jetzt die Ari noch bekommt. War sehr schön gespielt von beiden. Offensichtlich besser von der Katharina. Damit das 3 zu 1 für Winner-RFK. Ich soll hier noch, also Susanu X, ich hoffe das habe ich richtig ausgesprochen. Grüße an deine Mutter. Ich wurde gefragt, ob ich dir Grüße ausrichte und Grüße an deine Mutter. Während wir hier gerade einen schönen Kill auf Braum sehen, freut sich deine Mutter bestimmt, dass sie gegrüßt wurde. Und jetzt haben wir 4 zu 1 für Winner-RFK. Was Ihnen jetzt aber auch keinen wahnsinnigen Vorteil verschafft. Sie sind jetzt genau ein... Doch, den mache ich jetzt. Ja, stimmt. Dadurch kann... Also ein Goldvorteil meinte ich. Sie haben jetzt gerade einen Goldvorteil von 1.000. Ob sie den weiter ausbauen, jetzt natürlich durch den Drachen, konnten sie ihn nicht wahnsinnig weiter ausbauen. Aber der erste Drachen-Buff ist ja, wie wir schon so oft heute angesprochen haben, ein relativ wichtiger Buff. Und wir sind jetzt auch froh, dass sie... Oder wir sind... Was heißt, wir sind froh? Wir sind jetzt... Na doch, wir sind schon froh, dass wir jetzt mal ein richtig schönes, sehr ausgeglichenes Spiel auch sehen. Wobei die Teams sehr, sehr gut und sehr, sehr stark, sehr überlegt auch spielen. Na, so langsam hat sich das Blatt gewendet auf der Top-Lane. Der Maokai scheint doch einen kleineren Nachteil jetzt inzwischen gegen die Riven zu haben. Was ich aber eigentlich auch genauso erwartet hatte. Ist aber noch nicht gestorben, hat sie einmal getötet. Muss ich noch auch erinnern. Ja, richtig. Bis jetzt einmal. Boah, was hast du da gemacht? Und Riven hat keine Chance gegen zwei. Riven hat keine Chance gegen zwei. Kann sich aber wegflashen. Und da kommt auch keiner mehr hinterher, um sie aufzuhalten. Wieder sehr, sehr schön gespielt von Riven. War jetzt schade, dass sie sich da hat erwischen lassen. Sie hat baiten lassen letztendlich von Maokai. Da in die Rek'Sai reinzukommen. Aber hat dann sicher noch, doch noch gut aus der Affäre ziehen können. Und hier auch die, die Ulti von der Leona auf die Ari gesetzt, aber direkt, direkt mit der Ulti dann hinterher wieder raus, dass da die Katharina gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendwas anzustellen. So, lieber in die Base, was kaufen, HP wieder heilen und so. Jetzt gehen wir zurück in die Wattlane, wo Braum und Seaver zurückkommen. Da steht die jetzt alleine. Ne, Leon ist schon da. Die sind beide unten. Rek'Sai versucht ein bisschen zu verteidigen. Katharina ist auch noch da. Oh, Ramos wird getroffen. Ramos wird gefunden. Jetzt sind noch ein Team frei. Sie sind in der Überzahl. Sie sind vier gegen drei und das merkst du auch. Daran, jetzt sind es nur noch zwei. Katharina Ulti trifft aber die Seaver nicht. Sobald Leona jetzt ihren Sprung wieder ab hat, wird es das hier gewesen sein. Katharina flasht sich. Sie flasht sich hinterher, um sich da dann den Kill holen zu können. Auch der Maukai engaged auf die Riven in der Toplane. Jetzt geht es aber ab hier. Wobei da ist dann nicht ganz so viel draus geworden. Im Gegensatz zur Botlane, wie wir gerade eben gesehen haben. Die Ari in der Mitte. Gegen die Katharina jetzt in den In-Tower gecharmed. Das könnte jetzt was werden, wenn sie mit ihrer Ulti... Das hat richtig gut gemacht von Ari. Ja, dass sie da diesen einen oder zwei Wiffle-Warns-Tower-Shots abbekommen hat. Das hat Katharina jetzt doch das Genit gebrochen. Wir sehen jetzt auch hier die ersten aufgewerteten Trinkets. Bei Winner AFK. Ist auch die ersten aufgewerteten Trinkets, die wir überhaupt sehen im ganzen Spiel. Also im ganzen Turnier bis jetzt. Ich habe schon ein paar gesehen, aber es waren richtig... Am Anfang waren es immer nur die Worts und man denkt so... Vielleicht haben wir... Wie heißt das auf Deutsch? Äh... Sperrlinse. Sperrlinse. Gesen. Ja. Aber jetzt haben wir... An... Das war jetzt mal... Ein großes Totem. Genau. Jetzt haben wir schon die ersten zwei großen Totems. Auf Maukai mit dem Pink-Totem. Und auf Katharina mit dem normalen grünen. Ups. Der Drachen ist in einer Minute 50 erst wieder da. Bin gespannt, ob da sich dann irgendwas entwickelt. Weil man ja auch versuchen muss, sich da irgendwie... Um den... Diesen Drachen auch sich zu holen. Vier roten ihn mit. Und äh... Da ist nur Katharina zu verteidigen. Zu wenig Leben im Blau Atom. Nächster Push ist der Turn kaputt. Was kann von diesem Teamfight werden? Lieben ist nicht da. Es ist 5 gegen 4, obwohl Ramos geht weg. Er kann ja immer ganz schnell zurückkommen. Ja, er braucht aber auch eine Weile, bis er sich wieder aufgeladen hat. Oder seine Bewegung. Klar, er ist sehr schnell. Und solange er noch sehr nah in der Nähe ist, ist es auch kein Problem für ihn dann schnell zum Teamfight zu kommen und wieder einen rauszunehmen durch sein Tornt. Ähm... Aber... Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also Riven macht einen Solo-Push-Top. Ja, stimmt. Ja, und rollt sich den Turm. Während die Mitte versucht, sich... den Turm zu holen, oder zumindest den Turm mal ein bisschen Schaden zu machen, weil der steht noch mit über der Hälfte des Lebens da. Nach 22 Minuten. Der äußerste Turm. Wir haben bis jetzt... Es steht 2 zu 2 Türmen jetzt, dadurch, dass die Riven den einen Turm sich geholt hat. Maokai direkt wieder auf die Top-Lane gegangen, um sich... um diese zu verteidigen. Riven inzwischen aber jetzt auf dem Weg in die Mid-Lane. Aber es ist gewordet. Sie haben das Gesam, das drüben da ist. Machen Sie... Die machen Drake? Nein, also Sie müssen eh den Mid-Tower müssen Sie sowieso aufgeben. Wenn es sich die Frage... Wollen Sie jetzt versuchen, hier ein paar Kills sich zu holen? Oder wollen Sie lieber den Drake machen? Es sieht aus, als würden Sie für die Kills gehen. Aber... DM5D sieht aus, als könnten Sie sich gut verstecken oder halt gut zurückziehen. Wobei jetzt das natürlich jetzt auch Sie den Tower kosten wird. Und den nächsten Dragon. Weil den werden Sie sich jetzt garantiert auch holen. Und aufpassen, Turm und Front Road. Die gehen jetzt 15% einfacher kaputt. Was genau jetzt die brauchen, weil... Ja... Sie müssen... Weil... Diesen Gold-Unterschied gibt es nicht mehr. Es ist nur jetzt... Es ist wirklich interessant. Es gibt keinen wirklichen... Also der Gold-Unterschied ist sogar negativ. Für das Team, dass... Also Sie haben ja gleich viel Türme. Aber für das Team, dass mehr Kills und mehr Dragons hat. Die haben trotzdem den schlechteren Gold-Ausgleich. Und so wie es jetzt aussieht. Trotz Maokai-Ulti. Wird die Rek'Sai sterben. Nein, die Rek'Sai wird überleben. Riven flasht sich hinterher. Da kommt die Kalista und räumt hinterher richtig schön auf. Richtig. Das war ein... 4 mal 1. 4 für einen. Die Riven hat sich den... Maokai... Die Riven hat sich von ihrem Team entfernt, um den Maokai zu holen. Hat sich sogar nachgeflasht. Hat diesen dann auch bekommen. Aber dafür ist der Rest ihres Teams gestorben. Und das kostet sie jetzt einen weiteren Mid-Tower. Wenn nicht sogar noch einen zweiten. Ne, die haben keine Zeit. Braun kommt in 4 Sekunden weg. Ja, 4 Sekunden reichen 4 Leuten schon, um diesen Tower zu pushen. Der muss dann auch noch erst bis zum Tower kommen. Die kommen und das sieht schlecht aus. Da kommt der Teleport. Jetzt kommt Maokai als die große Wand. Er flasht sich aber direkt raus. Kalista wurde... Geküsst. Geküsst. Erzähl mir nicht, dass sie jetzt Baden machen. Sie möchte jetzt Baden machen. Tatsächlich. Das rote Team... Sie schatten das sogar. ...versucht sich jetzt an Barren. Sie werden es schaffen. Maokai ist der einzige, der da ist. Der versucht, sie irgendwie davon abzuhalten. Aber das ist... Keine Chance. Keine Chance. Das ist unmöglich, ne. Das könnte das Spiel jetzt nochmal richtig drehen. Beziehungsweise, was heißt drehen? Wir sehen, der Gold-Vergleich ist ziemlich genau der gleiche. Sie haben zwar einen offenliegenden Inhibitor, also das rote Team DM5D, haben einen offenliegenden Inhibitor, aber sie haben jetzt den Barren Buff und das ist jetzt einfach wirklich stark. Cool, die nächsten paar Minuten hat da Rot jeder Teamfight gewonnen. Wenn sie nicht... Man kann auch mit einem Barren Buff den Teamfight verlieren. Aber nicht in dieser Elo. Nee. Solange man auch Teamfight macht. Das ist jetzt nämlich die nächste Frage, weil jetzt ist Ari ganz alleine. Schau mal, wie viel Schaden sie zu den Minions machen. Nix. Ja, richtig. Aber sie sind trotzdem zu dritt. Wenn sie sie diven würden, dann wäre sie ganz schnell tot. Genau. Und jetzt, oh mein Gott. Okay. Sie sind... Sie haben jetzt genau das Richtige gemacht. Sie sind zu fünft. Haben sie versucht. Haben sie jetzt mehrere Leute rausgeholt. Also haben jetzt geschaut, wo sind einzelne. Wo sind sie verwundbar und haben sich da zwei Leute rausgeholt. Sind... Dabei ist keiner von ihnen gestorben und sie haben gleich zwei Leute wieder weniger mit... Wie Kalista den Druck kaputt macht. Ja. Das war richtig... Richtig nice gemacht, Kalista. Und jetzt ist Riven ganz alleine. Kann sich aber noch gerade so retten gegen... Einen... Also kann gerade noch so einen mitnehmen. Wird der Braum rauskommen? Ich fürchte fast, er wird es nicht schaffen. Und... So viel zum Baron Buff. Ja, so viel zum Baron Buff. So viel zum Baron Buff. Gerade habe ich es gesagt. Ein Baron Buff ist kein Garant, dass wir das zu gewinnen. Das war aber kein Teamfight. Das war kein 5 gegen 5 Teamfight. Ja, dann... Blau hat aber es richtig gut gemacht. Ja, Blau hat richtig gut gespielt. Es war aber dann halt das Problem, dass es kein Teamfight war. Dass sie sich nicht zusammen hingestellt haben und dann zusammen gesagt haben, so jetzt pushen wir eine Lane oder sonst irgendwas. Sondern dass der eine halt irgendwo war und der andere war woanders. Und dadurch haben sie jetzt eben ganz schnell diesen Baron Buff wieder verloren gehabt. Wir haben jetzt noch 90 Sekunden bis zum nächsten Drake. Ja. Kannst du mich nochmal erinnern, was der dritte Drake macht? Wenn der zweite Drake den Tower macht, dann ist der dritte Drake jetzt die Movement Speed. Movement Speed, 6%. Oder was noch übrig ist, ich meine, viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ja, also... Mehr Schaden an Tauern, mehr Bewegungsgeschwindigkeit, eben diese allgemeine mehr Schaden. Und der Schaden an Minions. Und der Schaden an Minions. Wie heißt die Minions auf Deutsch? Wasallen. Wasallen. Wer sagt Wasallen? Kein Name. Wir sagen alle Creeps oder Minions. Wer im Stream sagt Creeps und wer sagt Minions? Und wer sagt Vasallen? Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Also wenn ihr einfach mal reinschreibt Vasallen for the win oder Creeps Beste. Können wir da mal eine schnelle Umfrage machen, was jetzt eigentlich das wahre ist. Und das sieht jetzt mir sehr nach dem Versuch eines dritten Drakes aus. Warte, warte, warte. Das hat DM5D aber mitbekommen. Und es sieht aus, als wollten sie sie daran hindern. Während jetzt aber zwei Leute sie ablenken, wird der Drake schon direkt wieder gemacht. Das war keine Chance. Es wird jetzt hier auch um Hilfe gepinkt beim... Von... Vom roten Team, glaube ich. Nee, vom blauen Team wurde um Hilfe gepinkt beim Tower. Jetzt haben sie so ziemlich das Einzige gemacht, was sie hätten tun können in dieser Zeit. Und zwar haben sie sich jetzt eine Tower geholt für den dritten Dragon Buff. Ist auch eben die Frage, ob man... Ob das... Ob es das so wert war. Aber... Was für eine andere Chance hat man denn? Die holen jetzt Ersteini. Kalista macht das, ja. Hört mal Kalista. Da stirbt Zivir. Triple Kill. Für Rhythm. Was sagst du dazu? Ja. Was kann ich dazu sagen? Gut gespielt? Blöd gespielt? Blöd gespielt und den anderen? Sie hätten vielleicht den Evi nicht geholt haben, aber mit halbem Leben oder so. Ich meine Kalista macht das richtig gut, muss ich sagen. Er hat vorher die Turme kaputt gemacht. Einfach so, niemand hat gemerkt, dass die Turme kaputt geht. Ja. Richtig. Jetzt müssen sie halt verteidigen und hoffen, dass sie in diesem Wave, obwohl, ähm, jetzt, dass sie Inni haben, es ist schon schwer mitzupushen. Ja. Aber die Rhythm hat auch 250 Farmen. 250? Die hat 250 Farmen und nochmal vier Kills. Wobei, jetzt gut, die drei kamen jetzt ja gerade erst, aber die hat 250 Farmen. Und ich meine auch Dorans Blade. Ja, noch hat sie keine Platzprobleme mit dem Inventar bekommen. Ja, das stimmt. Also kann sie auch Herr Dorans Blade verhalten. Wobei, jetzt sieht es nicht mehr allzu gut aus. Doch, doch, doch. Ja, Rhythm hat sehr viel Bewegigkeit, das ist richtig. Aber, da lassen sie es schon wieder von ihr ab, schon wieder. Was hat denn der Volker gesagt? Was ist wichtiger als Baron? Die Krabbe. Die Krabbe. Immer wichtiger als Baron. In drei Sekunden ist der Baron. Erst die Krabbe machen. Und Rhythm. Rhythm haut ihre Ulti raus, weil sie sieht, dass Ramos kommt. Aber, Blau ist tatsächlich zu 4, zu 5, auf, unten auf der Botlane. Die sind, das, das, das sieht mir sehr nach einem gestandenen Teamfight aus. Wir haben 5 gegen 5 auf der Lane gerade stehen. Ähm, und, und während sich, äh, Winner AFK immer weiter zurückzieht, prescht 5, ähm, und, ähm, DM5D immer weiter nach vorne. Jetzt ist es, sage, jetzt ist es, sage. Falsch rum. W, O, A, also, Winner AFK geht immer weiter nach vorne und, äh, DM5D geht immer weiter nach hinten. So. Und, mach sie zu. Maukei, die Ulti, geht rein. Ist mittendrin. Die Kalista immer, immer hinten dran, immer am, immer draufhauen, aber, und sie holen sich die, 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 die Dings noch. Sehr geil. Denkst du, dass sie es schaffen? Denkst du, dass, währenddessen, wurde gerade der Nexus-Turm, der erste Nexus-Turm wurde gerade von den Minions zerstört. Das ist schon ein bisschen, der erste Nexus-Turm ist, ist hier gerade zerstört worden. Und jetzt kommt der zweite. Und jetzt kommt direkt der zweite. Sievi ist zwar da zum Verteidigen, hier wird auch gleich, äh, von, äh, Winner AFK, der, der, der Baron eingepingt, Ich habe kein Leben. Das schaffen sie nicht alleine. Wir müssen warten. Und, ja. Schau mal da oben, Top-Lane. Da ist ein richtiger, da wird auch nicht so richtig gepusht. Ja, das ist... Free-Farming. Ja, Free-Farming, wuhu. Was für eine Tagspiel hat jetzt, äh, Siebel? Würde mich interessieren. Wir können ja mal, äh, schnell nachschauen. Ähm. Siebel ist bei 1,4. 1,4, okay. Attack-Speed. Und das blaue Team fängt den Baron an. Ja, da ist aber... Okay, warte. Nur die Riven ist gerade da. Alle anderen kommen zwar hinterher, aber Marmokai versucht da hier alle abzulenken. Leona direkt rauf, wo sie mitkriegt, das Riven alleine, alleine da drin ist es, damit ist Riven direkt zerplatzt. Machen Sie jetzt wieder, fangen Sie jetzt wieder mit dem Baron an? Tatsächlich. Weil jetzt haben Sie auch diesen einen Mann Vorteil. Sie haben einen, äh, einen Gegner weniger, der Ihnen jetzt das Leben schwer machen könnte. aber da haben Sie auch schon wieder abgebrochen, um sich jetzt ganz fett in den Teamfight zu begeben. Ari versucht mit der Ultimate rauszukommen, schafft es aber nicht. Und Katharina... Quadra-Kill. ...hat einen Quadra-Kill rausgeholt. Hat jeden nochmal rausgeholt. Jeder, der abhauen wollte, hat sie noch gefinisht. Und jetzt wird der Inhibitor fallen, der zweite Nexus-Turm wird garantiert auch fallen. Und die haben 30 Sekunden, bis alle andere da sind. Sie haben 30 Sekunden, bis alle wieder da sind. Riven ist zwar jetzt wieder respawned, aber die wird nicht in diese 5 Leute reinrennen. Doch, hat schon einer geholt. Und es ist vorbei. Und da ist der Pentakill. 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 Erstes Pentakill in unserem Turnier. Erstes Pentakill in unserem Turnier. Ich muss sagen, Gigi, sehr nice gespielt. Herzlichen Glückwunsch in dem Fall an Winner AFK. Das erste Spiel geht an euch. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. 5 Minuten Pause. Aber wir machen schon in die Lobby. Wir werden die Lobby gleich einrichten. Wir machen dann schnell 5 Minuten Pause. Und danach geht es dann direkt weiter. Ja, wegen Pentakills und so. Ich habe einmal es muss irgendwann ein Video davon geben. Ich habe mir die Ulti vom Lux in Pentakill gemacht. Sehr nice. Und das war in ein geranktes Spiel. Ich habe mal einen gesehen, der hat in einem Aram Pentakill mit Jinx Ulti gemacht. So alles total niedrig und dann die Jinx Ulti womp mitten rein. Wir sollten bis heute eigentlich auch irgendwann ein Aram-Turnier machen. Wir könnten allgemein ein bisschen anderes Turnier machen. Wenn wir wirklich ein etwas größeres Ding aufziehen, dann könnten wir ein Aram-Turnier machen. Wir könnten ein Aram-Turnier machen. Dominion-Turnier machen. Wir könnten ein Dominion-Turnier machen. Who plays Dominion? Ne, Aram. Exakill wäre geil. Exakill? Aber das geht dann halt immer nur während der Spielmodus gerade da ist. Ich weiß leider. Und das ist ja leider jetzt gerade nicht. Oder Earth. Ein Earth-Turnier. Das würde ich das würde ich sehr feiern. Ein Earth-Turnier würde ich wirklich sehr feiern. Also wer am längsten da bleibt. Wie? Über welche Modus meinst du? Earth. Earth-Turnier sagt Mega-Ultra-Rapid-Fire. Genau. Und dann einfach nur Spam die alles was geht. Wir würden mit dem Casten nicht mehr hinterher kommen. Wir kommen mir jetzt schon nicht hinterher. Aber so, dann dann darf es losgehen. Herr mit den Kopfhörern Es ist die Frage, bei uns sieht es auch gleich so aus, als wären wir wieder bereit, naja perfekt zum Countern, wegen uns kann es losgehen. Ja, go go. Nein, 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 nein. Okay, in dem Fall warten wir wohl noch eine Minute, bis es dann losgeht. Zum zweiten Spiel des Finals, was denkst du, was jetzt passiert? Du willst einfach sagen, dass ich kein Recht hatte und diese Winner AFK gut sind. Ja, genau das wollte ich damit erreichen. Nein, meinst du, dass DM5D jetzt hier noch etwas reißen kann? Ja, sie dürfen zuerst picken. Sie haben tatsächlich First Back, sie haben die blaue Seite in dem Fall. Ich denke aber nur, ich möchte nochmal Annie sehen. Du möchtest Annie nochmal sehen. Ich möchte die Annie sehen. Eigentlich möchte ich die Annie auch gerne nochmal sehen. Aber das wird erste Band von Team 2. Garantiert. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass von Winner AFK zuerst die Annie gebannt wird. Weil wir haben jetzt jedes Mal gesehen, wenn die Annie dabei war, dann hat die Annie auch gerockt. Ich erwarte es eigentlich auch, dass wir Annie nicht mehr sehen werden, dieses Turnier. Aber wie werden sie? All soups, all meat, baby. Supporter. Ja. Wenn sie das machen wollen, ist mir doch total egal. Das wäre Assam. Nicht schlecht, Assam. Ja, Assam. Nicht Aram, sondern Assam. Assam. Wobei Aram Turniers haben immer so dieses, du musst Glück haben. Du musst Glück haben, dass du ein gescheites Team bekommst. Du kannst halt nichts planen, du kannst gar nichts machen. Du kannst nur deinen re-rollen. Du darfst einmal re-rollen. Ja, aber... Ey, wenn du sechsten Helden gekauft hast, du kannst mit den sechsten Helden spielen. Plus Arsch und Garant, die immer dabei sind. Arsch und Garant. Du sprichst es nur so lustig aus, tut mir leid. Esch? Ja. Wie nennt ihr das? Esch? Ja, Esch oder Eschi, aber nicht Arsch. Ihr habt Arsch gesagt. Eben Arsch ist... Arsch klingt für mich so wie Arsch. Esch. 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 Englisch A? Ja, Arsch. Arsch. Na gut, alle ready? Machen sie wirklich Ar... Nee, oder? Keine A$AP. A$AP meine ich. Ich glaube nicht, dass sie all Supports all mitspielen. Das wäre ein interessanter Spielmodus, aber ich glaube nicht, dass sie es tun. Musik aus, bitte. Musik aus, weil wir sind jetzt nämlich in der Pick-und-Bann-Phase. Mal schauen, was wir als ersten Bann sehen. Wir erwarten ja eigentlich immer noch tatsächlich... Sind die online? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie gerade hängt. Aber sie sind da. Aber sie sind da. Gragas zuerst. Anni. War klar. First Bann Gragas und Insta-Bann Anni. Die Anni, die wussten sofort, dass sie Anni Bann wollen. Das ist echt... Also ich kann es, ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich gut verstehen. Und nachvollziehen. Aber... Schade. Ich hätte es gerne wirklich nochmal gesehen. Ich habe gesagt, Kalista hatte das mal einen Vorteil. Ja. Kalista war ziemlich stark. Und da ist der Braum wieder. Braum ist wieder da. Asch. Richtig. Aber... Doch vom selben Team. Vom selben Team. Ja. Ja. Jetzt ist Asch. Die Leona war eigentlich schon echt gut. Im letzten Spiel. Aber... Es ist auch wirklich ein Monster, was es angeht. Timo! Tipp! Ich würde gerne Timo sehen. Ich würde auch gerne Timo sehen. Ich glaube zwar nicht, dass es sich das lohnen würde. Aber ich würde gerne Timo sehen. Kommen diese ganzen Spammer immer her. Ach, diese neue... Dings kenne ich alle nicht. Was ist das? Chugat. Chugat und Dengar. Dengar. Ja! Timo! Timo! Wenn er jetzt lockt... Timo Jungle und... Ja, Mann. Timo Jungle. Da wäre ich sowas von für. Da wäre ich sowas von für. Das sind diese Scheiße. Schrums. Ja, ja. Überall. Vor allem, wenn er sowieso nichts anderes zu tun, als im Jungle rumzurennen. Ja. Haha. Guck mal den Twitchchat. Gnarr. Was? Eiche. 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 Haha. Guck mal den Timo. Timo ist das. Ja, Lulu. Timo ist das. Wollen wir den Timo. Sejuani. Sejuani wurde vorher gebannt? Jetzt nicht mehr? Wurde vorher gebannt. Vielleicht ist er jetzt ein Fehler? Weil Asch... Ich habe auch gerade vorhin noch einen Screenshot im Kopf, wo auch Sejuani gespielt wurde. Ich glaube, das war bei Beginner Battle-Cue. Das zweite Spiel haben sie gewonnen mit einer Sejuani. Sejuani ist im Moment ein sehr starker Champion. Was denkst du von Gnade? Gnade ist... Er ist... Wenn man ihn gut spielen kann, er ist relativ schwierig. Also seine Wut so zu teilen, dass sie genau da ankommt, wenn du sie brauchst. Ist sehr, sehr schwierig. Wenn du das aber dann einsetzen kannst und dann auch wirklich deine Ulti triffst und diesen harten CC auf wirklich viele Leute setzen kannst, dann denke ich, ist Gnar sehr, sehr gut. Aber es ist nichts für einen Solo-Cue. Und es ist wirklich auch nur was für Leute, die es wirklich... Also du musst es wirklich können, um das spielen zu wollen. Wir haben jetzt einen... Rai Smith. Oder Cho'Gard Mitte. Cho'Gard Mitte, Rai's Top-Lane, würde ich behaupten. Ähm, Rai's ist eher ein Top-Laner. Wir haben auch gerade vorhin schon Cho'Gard Mitte gesehen. Es hat zwar nicht funktioniert... Katarina nochmal. Was? Katar nochmal. Nochmal eine Katar? Ja. Äh... Finde ich auch interessant. Aber ich meine, sie hat jetzt gerade vorhin einen Pentakill gemacht. Ist auch interessant, dass sie nicht gebannt wurde. Und ja, so wie es aussieht, ist es tatsächlich... Äh... So, es ist immer so schade, dass diese Musik so schlagartig aufhört. Ähm, deswegen machen wir einfach unsere eigene Musik wieder an. Für die drei Minuten, die wir jetzt wieder warten müssen. Oder auch ein Lässe, die ich auch warten wollen. Damit wir hier nicht zu viel spoilern für die Teams, die tatsächlich am Spielen sind. Es geht in die zweite Runde. Auf der linken Seite... Die... Vorherigen Sieger. Äh, vorherigen Verlierer. Auf der rechten Seite die aktuell Führenden. Was meinst du, äh... Wer... So, allein von den Champions. Wer hat sich da jetzt gerade besser... Wer hat sich besser... Ich glaube, ähm... Sejuani-Jungle ist das Vorteil vom, äh... Rotos-Team. Und... Rise... Top. Auf jeden Fall. Rise gegen Rumble? Renga war am Anfang von Season 5. Ja. Was richtig... OP. Ja. Aber jetzt mittlerweile... Und auch für so ein Spiel, weißt du, das sind Leute, die es top haben. Ja, wobei... Äh... Renga ist halt auch erst... Der kann erst richtig gut ganken ab Stufe 3. Äh... 6. Sobald er seine Ulti hat, sobald er sich unsichtbar machen kann, ähm... Und dann tatsächlich auf die Lane laufen, um dort dann... einen Carry anzuspringen oder sonst irgendwas. Äh... Ab da ist er eigentlich wirklich erst richtig wertvoll. Und jetzt geht's los. Also... Wer hat denn alles ein Skin? Ein richtig geiler Katharina-Skin. Ja. Sehe ich immer gerne in die Gamescom. Richtig. Die Cosplayers... Davon sind... ...wörtlich geil. Ne, es ist... Katharina ist allgemein ein sehr, sehr schöner Champion zum Cosplayen. Äh... Ja, ja. Ganz viele Skins und so. Hat viele Skins und sieht auch einfach relativ gut aus. Das war jetzt aber ein sehr, sehr... sehr schnell geladen hier. Ich bin... ...positiv überrascht. Wie schnell es hier gerade geladen wurde. Äh... Jetzt auch eine Probleme, nicht wie erstes Spiel. Nicht wie erstes Spiel, wir können direkt starten. Umso früher sind wir dann auch fertig. Die Musik aus, weil wahrscheinlich die Leute nerven. Stimmt. Musik. Und mal sehen jetzt, was wird. Ja. Genau. Gleich die... Die Boarding... Äh... Fights über den River. Hast du schon den... River... Äh... King lachen gehört? Nein. Hast du das... Hast du das Video gesehen? Über den River King? Nein. Das ist irgendwie ein neuer Teaser. Ich weiß noch nicht genau, für was. Ich denke, es ist für einen neuen Champion. Und ähm... Der lacht jetzt mit dir. Wenn du dich in den River stellst und lachst... Dann lacht der manchmal so richtig schön tief mit dir mit. Okay. Also falls... Falls einer von euch Bock hat und... Also ich glaube nicht, dass... Also ich... Ich hoffe nicht, dass irgendwer von euch den Stream schaut. Während... Während ihr zockt. Aber falls mal einer Lust hat, stellt euch doch mal in den River und lacht mal ein bisschen. Vielleicht hören wir das hier ja auch. Upsa. und dann... Dann geht's mir mit. Ich habe noch die Team-Einblendung falsch rum. So, zurück zur richtigen Bild-Einstellung. Bisher ist nichts passiert, nicht so wie beim letzten Spiel, wo wir nach zwei Minuten schon direkt einen Kill hatten. Also beim ersten Spiel war es, glaube ich, mein zweiter Spiel war es in einer Minute. Es war gegen einen Trash, als sie invaded haben, aber hier geht das ganze wieder etwas ruhiger an, man beschnuppert sich wieder. Man kennt sich jetzt ja zwar schon ein bisschen, aber man weiß ja auch schon ungefähr wie die Gegner drauf sind. Aber ich bin grad... Das ist der erste Gang auf Stufe 3 von Rengar, den er jetzt... Das war ein Fail. Ja, es war nicht unbedingt ein Fail, weil die Gegner ganz ordentlich leben gelassen haben. Das kann auch mal das Ziel sein. Ihr könnt das nicht sehen, aber das war jetzt das letzte Stück Pizza. Ja. Du hast jetzt deine Pizza ja schon. Ich nicht. Also esse ich meine Pizza jetzt auch. Mach du mal weiter nebenher. Ja. Ja, okay. Es war noch nicht viel zu sehen. Zishwani möchte eigentlich ganken, aber bringt das was? Nein, er hat weggeflasht. Zschwani lebt noch. Und er ist auch so ruhig. Niemand versucht was riskant ist. Zschwani hat kein Leben mehr. Das könnte für... Kein Mana mehr meinst du? Ja, mein ich. Kein Mana mehr. Das könnte für Katharina ein ziemlich großer Vorteil sein. Genau wie jetzt auch Rice, der hier... Und nochmal Flash. Direkt wieder rausflascht. Und Zschwani hat eine hohe Flash-Rase bei ihren Gangs. Genau. Zur Toplane geht jetzt Schermüssel doch noch ein bisschen weiter. Aber nein, der Renga hat sich jetzt wieder zurückgezogen und überlässt dem Rice wieder das Feld. Genau wie sie war, die auch wieder lieber weiter Farmen geht. Schau mal jetzt. Katharina... Ne? Ich dachte, die Katharina... Gankt aber nicht. Die geht zurück mit. Lass Zschwani ganken. Auch nicht. Zschwani bleibt da. Kannst du schauen was Zschwani macht? Zschwani? Die bauten sich weg. Ach, vorher hat sich Dings geholt. Da ist sie. Ja. Uiuiui. Sieht schlecht aus. Frau Aschi. Sieht allgemein gerade für beide AD Carry sehr sehr knapp aus. Beide mit wenig Leben. Die Siegel mit noch weniger Mana. Aber jetzt kommt dann auch gleich das Level 6 aus ziemlich allen Lanes. Die Midlane hat es schon. Die Botlanes und die Toplanen haben schon. Die Botlanen und der Jungle werden es dann gleich bekommen. Und dann werden wir hoffentlich auch mal ein bisschen was sehen. Zschwani wird unten ganken? Nein. Oder auch nicht. Ist unten vom Low gewordet? Nein. Zschwani könnte schon unten kommen. Ja. Man weiß ja nicht immer, ob gewordet ist. Aber. Du brauchst Kommunikation mit deiner Botlane. Um zu wissen, ob die irgendwann in der MIA waren. Vor kurzem Richtung Fluss. Dann kannst du dich schon überlegen. Obwohl doch, ist es gewordet jetzt. Oder war ich, habe ich es nicht gesehen. Jetzt wurde es gerade eben gewordet. Während wir darüber gesprochen haben. Hört ihr doch beim Stream zu? Lass das mal. Und da ist das Ausrufezeichen. Die drei Minuten. Obwohl das ja nichts bringt. So viel Verzögerung zu haben. Ja. Also die Wording. Braum wird hier jetzt gleich ein ganz großes Problem kriegen. Vor allem wenn die Zschwani jetzt noch kommt. Und dann erst das Platz für Zschwani. Erst Platz für Zschwani. Wenn der Rengar so weitermacht. Dann könnte das jetzt gleich noch einen zweiten Kill geben. Also einen anderen Kill geben. Allerdings ist durch den Flash entschärft worden. Aber Zschwani ist ja genau wie er ist. Wieder zur richtigen Zeit gewesen. Und hat äh. Nope. Nope. Not even close. Zschwani war jetzt tatsächlich zur richtigen Zeit dort. Und konnte dann die Ashy retten. Und so auch tatsächlich schon den ersten Kill für ihr Team holen. Hölp. Ja. kt? Ohhhh. Chiswani heißt Akselme. Trades muss das tun. Glocke legt uns rein. Was auf dem Liebner zurück macht. So kann der Zschwani abkommen hogar und so können die nächste Halmer es eher sagen. cool. Ja ich Hebrewsvin labaut. Junglen ist oder ob er tatsächlich auch sich dadurch irgendwie in Position für einen Gang bringen möchte. Aber scheinbar macht er nur den Frog. Setzt hier das Sejuani aber ganz schön zu. Man muss auch eben dazu sagen, er hat ja auch seinen Coup mit dem er eine gewisse Reichweite hat. Und Renga ist sich auch nicht ganz sicher ob er da jetzt reingehen soll oder nicht. Aber er lässt es dann doch lieber bleiben. Und zum. Und jetzt Kata, Kata ja! Kata flasht sich über die Bola drüber und sie wunderschöne auch. Doppeltötung und sie schafft es weg. Und sie schafft es weg in den Tower rein. Währenddessen fällt der andere Tower, den sie gerade eben so erfolgreich holen konnten. Und die machen den ersten Drake, glaube ich. Sie werden jetzt wahrscheinlich den ersten Drake versuchen, richtig? Also Blau kann es sehen, dass sie Drake machen. Aber niemand ist in der Nähe, um das zu klauen. Und sie haben auch keine Vision über den Dragon Pit selber, wodurch sie auch keine Timer haben. Genau. Aber du kannst jetzt rechnen, 6 Minuten. Ja, klar. Wenn du es jetzt mitbekommen hast, dann ist es natürlich kein Problem. Also früher, in meinen Zeiten hatten wir keine Uhr. Wir mussten selber irgendwie schreiben. Ja, ja. Zu der Zeit habe ich auch noch gespielt, als es noch keine Uhr vom Spiel selber gab. Aber im Moment sieht es gerade nicht ganz so rosig aus, tatsächlich für wieder für DM5D. Sie liegen 4 Kills hinten, haben noch keine Tötung, nicht eine. Die haben auch den Dragon schon verloren und schon einen Tower verloren. Das machen sie durch ein bisschen Farm wieder wett. Auf der Botlane sind es 10 mehr Farm, auf der Toplane sind es 30 mehr Farm für Rise über Rumble. Dadurch nur in Anführungszeichen 2000 Gold Rückstand. Und das könnte jetzt was werden. Da war der erste Kill. Und diese 5 Mann Sejuani Ulti war jetzt einfach tödlich. Und auch hier macht wieder der Equalizer. Der Equalizer ist einfach so stark, vor allem wenn man einfach drin stehen bleibt. Wenn Rise da rausgelaufen wäre, hätte er vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber so war das dann wohl leider nichts. Und das wie du gerade gesagt hast, Ass in der 14. Minute. Nicht, ja, Dead Ass. Dead Ass. Hashtag Dead Ass. Wir haben zum ersten Mal in diesem Spiel gegen diese zwei Mannschaften einen 6k Geldunterschied. Richtig. So krass war es noch nie. Richtig. Es steht aber auch 1,9. Ja, aber trotzdem, ich meine, das hatten wir noch nicht. Aber das letzte Spiel war viel mehr, ähm, wie sag man das? So Equal. Ausgleich. 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 Ausgleichen. Ja. Jetzt hat jetzt, ähm, Winner AFK richtig einen Vorteil. Richtig. Und so wie ich mir das vorstelle, werden sie an dem auch festhalten, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie, äh, den jetzt so schnell nicht, äh, wieder loswerden, äh, hergeben, meine ich. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich nur zwei Spiele sein werden. Und, äh, Winner AFK jetzt hier den Sack zumachen kann. Hättest du Kata gewarnt? Anstatt, ähm, was, was haben sie nochmal gewarnt außer Kalista? Ah, schwierig. Ich glaube, ich hätte Kata tatsächlich gebannt. Gerade eben, weil sie im letzten Spiel so extrem stark war. Wir sehen jetzt auch gerade hier, sie sind, sie stehen am Inhibitor Tower und sie können nichts machen. Sie können einfach nichts dagegen tun. Das sieht man sowieso nicht. Ist alles eingestellt. Ja, ich wusste, ich... Lass mal. Rengar setzt seine Ultimate ein, aber... Wozu? 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 Wahrscheinlich hat er gehofft, dass jetzt das Team mitkommt und sie jetzt gemeinsam noch engagen können auf die Gegner. Es steht 1 zu 13. Das sieht richtig schlecht aus für... Es sieht leider sehr schlecht aus für DM5D. Ähm, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Sie liegen nur um 9000 im Rückstand. Was ist passiert? Was ist los mit euch, Jungs? Ihr wart gerade vorhin so gut. Was nicht heißt, dass ihr jetzt schlecht seid. Ich würde immer noch gegen euch verlieren. Aber... Dead Braumflash. Da kommt die Leona-Ulti. Allerdings defensiv eingesetzt, um jetzt nicht in die Arme der vier Gegner zu laufen. Ich möchte nur... Andeuten. Da... Ist ein bisschen Wart da bei INI. Ja. Im... Inhibitor... In der... In der... In der Base von... In der blauen Base stehen... Zwei... Warts. Und die sind immer... Richtig gefährlich. So was mit Asch. Oh mein Gott. Was hat... Was hat Aschi mit Warts zu tun? Ja... Nicht in dem Fall. Aber... Wenn eine ADC Teleport hat... Gibt's auch oft. Ja... Richtig. Ey... Wenn... Wenn schon alles... Alles außer Dings... Außer INI... Ja. Äh... Kannst du den INI in zwei Sekunden wegtun... Und holst du dir die Nexus alleine. Ja natürlich. Solange du ein paar Creeps da hast, dann den Nexus. Aber das war jetzt auch... Ein... Schöner... Kampf von Rot wieder. Es steht 1 zu 16. Das ist jetzt... Leider doch wieder sehr sehr einseitig geworden. Gar nicht... Nicht mehr so ausgeglichen wie im ersten Spiel. 12.000 Gold liegen sie jetzt hinten. Und ähm... Wir warten jetzt... Ich würde gerne Steamspeak von Team Rot jetzt hören. Und auch von Team Blau. Ja... Und nächstes Turnier haben wir sowas... Eingerichtet. Mach hier mal nicht zu viele Versprechungen. Das müssen wir nachher auch alles umsetzen. Das ist... Ja? Das ist Aufwand. Ach komm schon. So viel Aufwand dafür. Ja... Es könnte schlimmer sein. Katharina versucht es jetzt mit einem Gank... Äh... Mit einem Tower Dive. Aber das hat... Es hat nicht ganz gereicht um den Rise zu töten. Aber der Rise macht auch überhaupt keinen Schaden an dem Rumble. Wird das Ignite sie töten? Nein. Aber das... Der Einebner hat sie jetzt noch... Hat ihr jetzt noch den Rest gegeben. Einebner. Das ist so ein grauenhaftes Wort. Es tut mir sehr leid für alle die es auf Englisch schauen. Aber der Equalizer ist natürlich viel besser. Find sogar ich. Letzter Turm ist weg. Jetzt gibt es nur noch... Jetzt gibt es nur noch Base-Türme. Basis-Türme. Der Turm wird auch garantiert ganz schnell fallen. Da steht schon wieder ein Wort in der Basis drin. Dieser Turm wird doch noch überleben. Aber die Sejuani-Ulti... Nimmt halt gleich wieder ganz viel raus. Und... Wir hatten es heute Mittag noch davon. Wie... Wie sehr Meta denn jetzt Eschi tatsächlich noch ist. Und du siehst... Sie ist absolut... Absolut weiter. Ja. Merkt man absolut warum. Ja. Gut, da ist sie jetzt gerade drauf gegangen. Aber das war jetzt ja eigentlich... Zu erwarten. Mit den ganzen Gegnern, die sie da... Äh... Bedrängt haben. Das war jetzt wieder sehr schön gespielt von... Von Leona. Einfach mal umdrehen. Die Teamkommunikation im Lotto-Team ist richtig gut. Sie können richtig so... Schnell Sachen planen und... Ja. Schnell reagieren, schnell sich absprechen. Du hast auch wirklich das Gefühl, dass sie wirklich immer genau... Miteinander reden. Immer genau wissen, okay... Wir gehen jetzt rein. Wir gehen nicht rein. Nicht so wie... Wir das gerade vorhin schon gemerkt... Äh... Mitgekriegt haben mit dem... Äh... Sieht schlecht aus mit dem Cutter. Ja. Er wollte sie eigentlich essen. Hast du es gesehen? Er wollte sie eigentlich essen. Mhm. Er war schon am beißen, aber sie hat sich dann noch... Da noch... Konnte dann noch weg springen. Wenn sie sich weg geflasht hätte... Hätte es nicht funktioniert. Weil in dem Moment, wo die Animation beginnt... Ist es schon durch. Das ist eine der Sachen, die mich an Riot zerstören. Oder an League of Legends. Das ist extremer CC, den die da auch die ganze Zeit haben. Die Sejuani-Ulti. Die Leona-Ulti. Die Ash-Ulti. Alles drei Ultis, die extrem viel auf Flächendamage gehen. Oder... Beziehungsweise auch auf Flächen CC. Äh... Stun... Beziehungsweise... Schaden. Im... Anderen Fall. Also... Muss ich echt sagen, ist eine sehr sehr schöne Teamkombination. Dazu dann die Katharina, die sich einfach in die Mitte stellt und ihre Ulti anmacht. Ist doch eine... Durchaus... Durchdachte Kombination jetzt... Äh... Von... Champions. Sie holen sich jetzt... Top Tower. Let's say Top Tower for Mini. Und Deep Fight U. Katahol 2. Katahol 3. Ace. Ace und Quadra kill für Katharina. Ja... Also... 17 Sekunden bis Braun kommt. Und es steht 7.28. Obwohl... Ja... Ich glaube noch nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Aber ich glaube, dass es schon relativ klar ist, wer am Ende hier als Sieger hervorgehen kann. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Ähm... Das ist immer unbestritten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es... Dass so viel nicht mehr passieren wird. Naja, also da... Ich muss echt sagen... Äh... Gebannt. Ja... Es gibt zwar tatsächlich Schlimmeres... Wie Katharina. Aber wenn man sieht, wie gut derjenige mit der Katharina umgehen kann... Jetzt, obwohl sie doch vor kurzem erst genervt wurde... Tatsächlich... Einen Pentakill... Und jetzt nochmal einen Quadrakill... Zu machen... Ähm... Ich hätte Katharina auf jeden Fall gebannt. Oder halt... Sehr sicher gebannt. Tatsächlich. Oder... Glaubst du eher, dass es... Nicht nötig gewesen wäre? Also Kalista hat richtig gut gespielt... Letztes Spiel. Aber... Katharina war so... Game-changing. Ja. Jetzt ist wieder Ace... Ähm... Ich glaube, jetzt können wir sagen... GG. GG. Äh... GG für... Winner AFK. GG für Winner AFK. Hier... Sieht aus, als würdet ihr euch das... Ja. Nicht mehr zu sagen... Ein Viertel Leben noch in Nexus. Ja, das war's. Wir haben einen... Sieger. Wir haben einen Sieger. Einen eindeutigen 2 zu 0 Sieger. Äh... Und damit... Herzlichen Glückwunsch... An... Winner AFK. Ähm... Wir... Freuen uns... Dass... Ihr mitgemacht habt. Wir freuen uns, dass ihr... So gut abgeschnitten habt. Wir freuen uns natürlich auch für... äh... DM5D... Dass ihr... Ihr seid Zweiter geworden. Das ist... Das ist schön. Dass ihr Zweiter von 12 ist... Äh... Schon gut. Überhaupt nicht schlecht. Ja, richtig. Und... Ich will nochmal so eine Annie sehen. Muss ich sagen. Ja, also die Annie... Also... Da... Da sind wir echt... Also... Wir sind immer noch buff vor dieser Annie. Die war echt richtig gut. Schade, dass sie es gebannt haben. Aber... Hey... Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Richtig. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte aber auch Katharina gebannt. Und das haben sie ja auch nicht gemacht. So. Soviel dazu. Ähm... Ja... Was gibt's noch von uns zu sagen? Wir werden euch... Eure... Preise zukommen lassen. Wir werden auch die äh... Gewinner noch an Riot übermitteln. Ähm... Ich hab jetzt grad... Ich stehe mit denen im E-Mail-Kontakt. Es kann gut sein. Dass wir äh... Äh... Doch noch Preise für alle bekommen. Zumindest für die ersten 8. Äh... Äh... Zumindest... Also auch für die, die es nicht geschafft haben sich anzumelden meine ich. Ähm... Ähm... Sowie den Skin für die ersten. Mhm. In unserem Fall ist eben Winner AFK. Äh... Äh... Willst du noch was sagen? Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr im Stream auch so... Dass wir nicht so langweilig waren oder so. Das war unser erstes Mal. Richtig. Es wird immer besser. Und äh... Ich hoffe, dass wir das nochmal machen. Ja, ich... Hoff's allerdings auch. Das war... War sehr schön. Jetzt äh... Das ganze Ding zu... Es war sehr viel Aufwand. Ich hab in den letzten 3 Monaten hab ich... Äh... 3 Monaten sag ich schon. Ne. In den letzten 3 Wochen hab ich nichts anderes gemacht, wie das Zeug hier organisiert und alles. Ähm... Und bis zu Vorlesungen gegangen. Wir haben meistens sogar während der Vorlesung das Zeug organisiert. Ähm... Ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Semester wieder machen können. Dann ein bisschen früher und nicht direkt vor den Prüfungszeiten. Und vielleicht auch ein bisschen größer. Ja, ja. Mit ein bisschen besseren Preisen. Das auf jeden Fall. Ich garantiere, die Preisen werden besser. Es wird... Es wird richtig geile Preise geben im nächsten Mal. Also... Danke euch fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Und äh... Äh... Ja... Wir sind... Lukas... Und Sebastian... Und... Und dann noch mal.